Musik Es ist der 18. Juli 2019. Ihr hört die Stimme von... Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rössler. Das kann doch nicht wahr sein. Ich komme noch mal rein. Also ihr wisst, was gemeint ist. Nee, so war es gar nicht gemeint. Aber okay, lass uns noch mal. Ist das hier drin, dass wir jetzt ins Volab? Ja, natürlich. Schöne Grüße an Tobi Freier. Musik Es ist der 18. Juli 2019. Immer noch. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rössler. Und der hat... Das weiß ich wirklich nicht weiter. Das ist zum Kotzen wirklich. Das ist doch wie, wenn man drüber nachdenkt. Egal. Herzlich willkommen. Hier ist der Sendegarten. Sag dasselbe Info noch mal. Ich glaube, die Nummer ist durch. Boah, es gibt eine eisene Regel in der ersten Minute. Egal, wie will man in der Show wird, nicht fluchen. Und du fängst gleich an mit dem Wort kotzen. Das gefällt mir. Du setzt ein Statement. Hab ich das gesagt? Nein. Ich bin meiner Worte nicht mehr Herr. Okay. Na, das liegt halt daran, dass heute irgendwie schon Feierlaune in der Luft liegt. Nämlich wir haben die 80. Ausgabe. Yay. Oh. Die Gäste haben die 100. Ausgabe. Yay. Und wer ist wir? Wir, das sind der Lars. Hallo Lars. Ja, hallo allerseits. Schönen guten Abend aus dem Harz. Lars im Harz. Okay. Oh ja, Entschuldigung. Ich gehe schon wieder los. Guten Abend, Sebastian. Guten Abend. Hallo Claudia. Hallo, schönen guten Abend. Claudia erreichen wir ja in Österreich. Die anderen zwei und mich auch in Deutschland. Und jetzt kommen wir zu den Gästen. Die haben nämlich eine Schweizer URL. Das Ach ist da. Der Jürgen und der Philipp. Hallo Jürgen. Hi. Und der Philipp. Hallo Philipp. Hallo, hallo. Aus dem schönen Nürnberg. Um Uhrzeit hier einfügen. So. Und warum habt ihr jetzt eine Schweizer URL? Das verwirrt doch alle hier. Das stimmt. Das habe ich auch festgestellt. Aber das gibt so ein schönes Wortspiel, wenn man die URL diktiert. Wenn man sagt, das ist einfach das minus a.ch. Ja, ich bin wahrscheinlich auch der Einzige, der es wütig findet. Ich überlege gerade, der Philipp Banse, der hat doch sein Angebot genannt, küchenstut.io. Und er tut sich immer schwer, wenn er seine URL durchsagt. Weil eigentlich würde er gerne sagen, küchenstudio.de oder so. Aber er sagt dann küchenstut.io. Es klingt bekloppt. Das muss man leider wirklich so sagen. Vielleicht ist das a.ch.de. Wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Haben wir auch noch zusätzlich. Genau deswegen. Aber das Schöne ist, wir schreiben uns manchmal auch wirklich Leute an. Beziehungsweise wir merken irgendwann, dass Leute so ein, auf uns zukommen und sagen so, Mensch, ich habe eigentlich gedacht, das ist auch wie ich ein Podcast. Mensch, aus der Schweiz. Toll. Da habe ich reingehört, festgestellt, nee, die sind gar nicht aus der Schweiz. Die wollten nur diese Endung. Aber dann fand ich den Podcast gut und bin dabei geblieben. Ja, gut, okay. Ist ja auch jetzt, ich meine, wenn der Schweizer nicht gerade erwartet, dass er auf Italienisch oder Französisch podcastet, sondern sich mit dem Deutschen zufrieden gibt, ist es ja gut. Und euer Angebot ist ja auch gut. Von daher passt das ja. Oh, gut. Ist das zwei, das ist ja schon mal. Bisschen fränkisch, muss er vielleicht verstehen, damit es klappt. Aber ansonsten haut es schon hin. Das ist natürlich hart. Eigentlich Franken mit einer Schweizer Domain. Das ist natürlich Cultural Clash hoch drei. Wahnsinn. Gibt es eine Franken-Domain? Gibt es Punkt Franken? Nee, es gibt nur Punkt Bayern. Ja, das ist ja aber Schweizer Franken ist doch jetzt nichts so ungewöhnliches, oder? Ja, eben. Stimmt jetzt auch wieder. Und wir haben ja hier die fränkische Schweiz. Ach, das war der Witz. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das hat aber jetzt gedauert bei mir. Das passt eigentlich alles wunderbar zusammen. Oh, ich dachte, ich wäre ein bisschen flexibler. Aber siehste, das kann ich halt auch nicht. Wir haben vorhin in der Briefshow überlegt, was wir alles mal konnten und heute nicht mehr. Aber das konnte ich eigentlich noch nie schnell denken. So. Gut, Stimmung ist im Eimer. Was haben wir gerade besprochen? Ich musste da noch drüber nachdenken. Worüber wir geredet haben. Nein, über diese Sache mit dem Schnelldenken, das dauerte jetzt eben. Hilfe, ihr verdreht mein Gehirn. In dieser Woche ist eine Menge passiert. Der Lars macht Selfies mit berühmten Astronauten, geflogenen und noch fliegenden. Mit Thomas Reiter und Matthias Maurer. Was ist denn da passiert, Lars? Naja, es klingt tatsächlich etwas seltsam. Ich habe dieses Selfie nicht gemacht, sondern man könnte jetzt sagen, der Astronaut macht ein Selfie mit mir. Ja. Das klingt jetzt aber total falsch, ist es auch. Das heißt, ich bin bei der ESA zu Gast gewesen, zusammen mit einigen anderen Menschen. Und dort ging es um die Raumfahrt zum Mond. Und eben Thomas Reiter und Matthias Maurer haben an der dort eben Interviews gegeben und später auch auf einer Bühne noch einiges erzählt zum Thema. Und ja, da ging es dann irgendwie auch nochmal um das Thema soziale Medien und wie man diese Sache mit der Raumfahrt vielleicht auch noch in den Medien ein bisschen thematisieren kann. Und das wurde natürlich dann direkt auch mit Selfies gewürzt. Ja, und dann, also so groß war der Kreis der Menschen da, der Anwesenden, offenbar gar nicht. Also es war ja doch überschaubar viele, sodass ich dich finden konnte. Ich habe gesucht und gesucht und dann habe ich gedacht, das ist der Lars auf 11 Uhr mit dem gelben Schlüsselband um den Hals. Ja, was soll ich schätzen? 100 Leute insgesamt? Ungefähr würde ich mal so Pi mal Daumen. Oh, so eine Podstock-Besatzung, okay. Okay, machst du da irgendwie... Ja, 2022 Podstock im All. Planungen laufen. Okay, die Planungen laufen. Machst du da irgendwas draus für auf Distanz oder ist das mehr so Hintergrundinfo? Also ich bin hingefahren, in der Hoffnung etwas zu bekommen. Ich habe mehr bekommen als erwartet, weil auch einiges andere, einige andere Medien da waren, musste das Gespräch mit Matthias Maurer leider unterbrochen werden mittendrin. Dieser Schnitt ist, dieser Bruch ist sehr hart. Ich hoffe, dass ich trotzdem einigermaßen vernünftig was daraus zustande kriege. Also das wird die nächste Episode und die soll dann jetzt, ich schätze, nächste Woche kommen. Können wir alle gespannt sein. Gespannt sein, können wir auch auf das Buch, was die Claudia gerade geschrieben hat. Claudia, was hast du denn gemacht? Du hast was abgeschlossen, heute habe ich gelesen. Naja, gerade geschrieben ist jetzt übertrieben. Ich habe Bücher geschrieben, die bei einem Verlag rausgekommen sind, der leider geschlossen hat, wo ich dann Anfang diesen Jahres die Rechte wiederbekommen habe. Und ich überarbeite jetzt drei Romane gerade, drei Kriminalromane, und gebe die dann am 1.10. im Self-Publishing neu raus. Und heute abgeschlossen hatte ich die Überarbeitung vom zweiten Band. Also der erste und der zweite, die sind jetzt schon fertig. Und ja, und der dritte, der ist jetzt gerade bei einer Handvoll oder zwei Handvoll Testleserinnen. Da warte ich jetzt dann auf das Feedback, das demnächst dann hoffentlich reinkommt. Und dann wird der auch fertig gemacht. Und ja, dann kann ich schon wieder zum nächsten Schreibprojekt übergehen. Das heißt, du weißt jetzt schon, wer der Täter war? Ja. Aber nicht verraten. Nein, ich freue mich jetzt nicht. Aber auf jeden Fall, ich glaube, es fühlt sich gut an, wenn dann so ein Überarbeitungsschritt oder überhaupt so ein Schritt, so ein, wie nennt man das so schön, Milestone dann zu Ende ist und man zum nächsten übergehen kann. Herzlichen Glückwunsch. Ja, es kam, es kam, danke schön, es kam ja gleich der zweite Milestone quasi hinter drei. Das habe ich heute am Nachmittag gemacht. Dann quasi alle drei Bücher, beziehungsweise es sind vier, es gehört noch eine Kurzgeschichte dazu, die aber eigenständig dann halt ist in der Reihe, auf diversen Publikationsplattformen einzustellen, halt so mit Cover und Beschreibung und allem Möglichen. Und dann halt mit Veröffentlichungsdatum 1.10. quasi zur Vorbestellung freigegeben. Also das war schon, das war dann schon aufregend. So immer dieses Publizieren, Klicken und dann Doublechecken, ob ich auch wirklich 1.10. geschehen habe. Ja, ja, ja. Und das Richtige, ja und überhaupt, genau. Ja, genau. Ah, furchtbar, ja. Aber war alles richtig? Ja, also es sind jetzt wieder Bücher von mir vorbestellbar oder halt so innerhalb der nächsten zwei, drei Tage. Die Plattformen haben ja alle so ein bisschen Durchlaufzeit, bis das dann tatsächlich überall aufscheint. Okay, dann machen wir doch noch ein klein bisschen Werbung. Es sind Krimis, die spielen in wo? In Hildesheim, also nah am Hotstock. Ah, okay. Genau. Im Gasthaus zu Linde. Nee, nicht. Alle, alle. Alle tot. Zuckerhut. Nee, das nicht. Und zwar im ungestülpten Zuckerhut. Das ist ein historisches Fachwerkhaus, das in Hildesheim wieder aufgebaut worden ist. Lass mich jetzt kurz überlegen, 2010, 2012, 2010 glaube ich. Das ist halt so ein relativ zentrales Bauwerk. Also sie haben ja in Hildesheim den Marktplatz. Der war ja, oder beziehungsweise die ganze Stadt ist eigentlich kurz vor Kriegsende im März 1945 niedergebombt worden. Da stand halt nicht mehr viel. Und als ich klein war und mit meinen Eltern in der Stadt waren das alles so 60er Jahre Kästen. Ende der 80er haben sie da den Marktplatz wieder aufgebaut. Da haben sie dann ein Hotel weggerissen und bei den anderen Häusern, die halt am Marktplatz rundherum standen, haben sie die Fassaden quasi verkleidet mit den historisch tatsächlich echten Fassaden. Also die haben sie rekonstruiert und haben das Knochenhauer Amtshaus wieder hingestellt und das Bäckeramtshaus. Das sind zwei Fachwerkhäuser und das war 1989, ist das damals wieder neu eröffnet worden mit großem Stadtfest und so weiter. Da war ich damals auch tatsächlich dabei und dieser umgestülpte Zuckerhut, das ist ein altes Speicherhaus. Das hat eine Grundfläche von so einer Ein-Auto-Garage vielleicht Maximum und wird nach oben halt ein Stück breiter. Und da haben sie dann, ich glaube 2012, hat da drin eine Schokoladrie- und Kaffee-Rösterei eröffnet. Und wie sich das dann so begeben hat, ich war dann halt auf mehreren Autoren-Mailinglisten und ein Verlag hat ausgeschrieben, wir machen jetzt Genuss-Krimis und wir suchen noch Bücher. Naja, Wien und Kaffee war natürlich schon vergeben, eh klar. Und dann habe ich mich halt gemeldet, wie sieht es denn aus so mit Hildesheim und Schokolade? Und die haben dann gesagt, so, ha, klingt interessant. Genau, und habe dann tatsächlich dann halt auch einen Buchvertrag bekommen, erst über ein Buch und dann halt noch über zwei Folgebände. Und ja, dann hat halt, wie gesagt, leider zwischendrin der Verlag geschlossen und ich gebe die jetzt gerade alle neu raus. Das ist eine Reihe mit einer sehr rüstigen älteren Dame, die Paula Anders und die dann halt da in diesem umgestülpten Zuckerhut die Schokoladrie und Kaffee-Rösterei betreibt. Klingt wie der süße Tod oder so. Ja, das Buch gibt es auch, das ist aber nicht vor mir. Das ist jetzt so Mord und Schokolade, Mord und Kaffee-Schwarz, Mord und, was hatte ich jetzt für den dritten? Das muss ich gerade selber überlegen, verdammt. Ja, also da gibt es jetzt drei Bücher plus Kurzgeschichten aus der Serie. Mord und Nougat-Krisp. Danke, ja, das war es. Mord und Nougat-Krisp war es. Danke. Okay. Also gut, alle Mann an die Bestellknöpfe und Bücher vorbestellen. Das wäre natürlich total geil. Ja, naja, nein, es kommt erst am 1.10. raus. Weil Kaffee und Schokolade ist so, das wollen sie im Sommer immer schmilzen. Lässt sich auch im Herbst und im Winter viel leichter handhaben. Im Sommer ist die ja immer weggekommen. Eben, eben. Ich kann auch die traurige Geschichte von mir erzählen, falls ihr die wissen und hören wollt. Schluchz. Ihr wisst, dass ich immer gerne Updates mache mit meinen Geräten. Und ich habe es tatsächlich geschafft, die Opfer von diesem merkwürdigen Windows-Update-Loop zu werden. Also es hat sich ein Update eingestellt. Es sagte schon beim Updaten, der Speicherplatz reicht nicht. Stecken Sie irgendwas anderes hier noch zusätzlich rein. Und dann habe ich gesagt, du Vogel, du hast doch da so eine eingesteckte SD-Karte. Nimm doch die. Ich wusste aber, dass diese SD-Karte manchmal so einen leichten Wackeler hat. Und möglicherweise führt es auch da, ist das der Grund. Und jedenfalls, als dann das Update durch war, startete das Gerät neu und wollte dann irgendwelche überschüssigen Dateien löschen. Und dann war Schluss. Also es löschte, merkte nach einer halben Stunde, ich komme hier nicht weiter und startete neu. Löschte eine halbe Stunde, startete wieder neu. Löschte eine halbe Stunde, startete wieder neu. Und das war dann der Status, wo ich meine Programme das letzte Mal gesehen hatte, sozusagen. Nun, dummerweise war das ein Tablet. Also das Surface 2, was vor, boah, ist auch schon über fünf Jahre her, kam irgendwann mal raus. Und das ganze Ding hat nur zwei Knöpfe, ein Ein- und Ausschalter, ein Laut-Leise-Knopf. Man hat also nicht die Möglichkeit, irgendwie in so einem abgesicherten Modus mit Shift-F oder mit Control-Upass... Oh nein! Da habe ich dann etwas länger für gebraucht, um das Ding wieder ans Laufen zu kriegen. Aber tschakka, es hat funktioniert. Dank Tante Kugel und Menschen, die so bereit sind, ihre Geschichten, ihre Tante Kugel ins Internet zu schreiben. Am Ende läuft es wieder, wie gesagt, es ist jetzt jungfräulich. Also es ist im Prinzip alles weg, aber immerhin, es ist kein toter Stein geblieben, sondern es läuft wieder. Das ist gestern Abend passiert. Ich freue mich ein kleines bisschen. Ich bin auch nicht ganz, ich bin ein ganz klein bisschen zufrieden mit mir, dass ich nicht einfach gesagt habe, weg mit Schaden, sondern gesagt habe, nein, da muss es doch eine Lösung geben. Und ich weiß nicht, habt ihr, vielleicht vor, das ging vor vier Wochen oder so, oder so durch, da gibt es einen Hersteller von Smart Glühbirnen und die haben ein Update rausgebracht. Und um dieses Update dieser Smart Glühbirne mitzuteilen, muss man es irgendwie fünfmal ein- und ausschalten, dann 30 Sekunden warten, nochmal siebenmal ein- und ausschalten und dann nochmal. Ja, es gibt ein Tutorial-Video dazu, das sehr, sehr großartig ist. Und zwar von denen selber, wo wirklich ein Sprecher mit todernster Stimme sagt, schalten Sie jetzt achtmal aus, warten Sie eine Sekunde, achtmal an und aus, warten Sie eine Sekunde, schalten Sie dreimal an und aus, warten Sie drei Sekunden. Irgendwie so ein Ablauf, also vollkommen schräg, das wäre für mich ein absolutes No-Go, das zu kaufen, unfassbar. Da ist doch ein 8-Bit-Computer drin und man muss ihn selber programmieren. Aber stell dich auf der anderen Seite den armen Ingenieur vor, zu dem sein Chef kommt und sagt, du, also wir müssen online updatefähig sein, du musst irgendwie implementieren, dass man das in so einen anderen Modus versetzen kann, mit Eingabe. Und dann sagt er, ja, solch einen Knopf dran schrauben, das geht ja nicht, das ist eine Glühbirne. Und dann sagt er, ja, lass dir irgendwas einfallen, ich verlasse mich da auf dich. Und der Ingenieur denkt sich, oh oh, welche absurde Situation kann ich mit dieser Glühbirne machen, die nur passiert, wenn ich das wirklich absichtlich mache, die nicht völlig affig ist. Die Antwort ist, die gibt es nicht. Entweder es ist affig oder es passiert eben zufällig. Ich dachte, der Ingenieur hat gesagt, na, dir werde ich es zeigen. Also ich kann mich auch noch mit Schrecken an den Moment zurückerinnern, wo ich zum ersten Mal ein Update für mein Auto mit einem USB-Stick eingespielt habe. Da habe ich auch gedacht, ich bin im komplett falschen Film. Da habe ich die Firmware. Elektro-Oper oder was? Nee, 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 nee. Da habe ich irgendwie von dem Bordcomputer, so. Da habe ich die Firmware mit dem USB-Stick upgedatet. Das war, ich habe gedacht, ich bin in der Zukunft. Okay, haben die nicht die Finger gezittert? Ja, ja, doch. Ich meine, das ist ja jetzt auch nicht so ein Hochklasse-Wagen, sondern das ist eher so ein günstiges, italienisches Import-Auto. Ja, woher? Vor dem Update? Und nee, das war gruselig, ja. Ich glaube, richtig gruselige Updates sind so Sachen wie Herzschrittenmacher. Dafür gab es auch nicht. Auch vor, war das nicht für so ein, zwei Jahren, dass es für einen Herzschrittenmacher, wo man festgestellt hat, so, oh, den könnte man von außen manipulieren. Dann machen wir mal ein Firmware-Update drauf. Und auch, dass man mit dem Gerät im Körper rumläuft. Ja, ja, dass du mit dem Gerät im Körper rumläufst, das von außen irgendwie zugreifbar ist. Man muss zwar ein bisschen näher rankommen, aber jemand könnte das auslösen von außen, der Böse es tut und das irgendwie aushebelt. Das stelle ich mir erst gruselig vor. Von daher lieber mal so ein gruseliges Windows-Update und in den Loop gefangen sein, als irgendwie mit einem, ich sag mal, sicherheitstechnisch offenen Herzen rumzulaufen. Genau, das Gute sehen, finde ich auch. Also ich bin auch froh, dass das mit dem Herzschrittenmacher noch nicht bei mir soweit ist. Kann ja irgendwann mal kommen, kann ja sein. Ja, und liebe Grüße und Dank an alle ihr da draußen und ihr wisst, wer gemeint ist, die Antworten auf Stack Overflow und Co. schreiben und uns täglich helfen. Danke dafür. Ich habe so ein bisschen Kopfkino bei diesem Herzschrittenmacher, wie man an die USB-Buchse kommt, aber vielleicht. Unter dem Arm. So, klar. Es gibt doch auch Stromzähler, so intelligente Stromzähler, die programmiert man da mit der Taschenlampe. Die haben eine sensive Fotodioden drin und dann muss man sich da vorstellen und den Morse-Code irgendwie da eingeben. Als ich das zum ersten Mal gesehen habe, wie ein Techniker vor dem Stromzähler stand und da so rein morste, habe ich auch gedacht. Ja, was ist jetzt falsch bei diesem Typen, aber so kann man mit den Dingen kommunizieren. Dafür brauchst du dann wieder programmierbare Taschenlampen am besten, oder? Ja, genau. Dass du dir das nicht merken musst. Ja, oder du nimmst einfach dein Smartphone heute, da kannst du doch die LED blinken lassen. Da wäre ja auch mal wirklich sinnvoll, so eine Smartphone-Leuchten-App zu basteln und nicht irgendwelche komischen Applikationen runterzuladen, die irgendwie, um die Taschenlampe anzumachen, auch noch dein Adressbuch brauchen, Zugriff auf deine persönlichen Kontakte, SMS verschicken und hast du nicht gesehen. Ja, das ist schon erstaunlich. Die Vielfalt der Lösungswege für das Problem verbinde eine Batterie mit einer Leuchtquelle. Also das kann man auf vielfältige Weise machen. Ich habe mal für einen Vortrag eine Kurzrecherche gemacht nach Taschenlampen, also Handy-Taschenlampen und ich bin irgendwie, weiß nicht, waren das 50 oder noch mehr Apps gestoßen, die alle das gleiche Problem lösen. Und ich frage mich ernsthaft, oder natürlich frage ich mich nicht, warum das so ist, weiß ich, weil die Leute natürlich was ganz anderes aussehen, als diese Funktion zur Verfügung zu stellen. Aber es ist schon irgendwie alles skurril, sehr skurril. Aber es ist wieder auch ein anderes Thema. Ich wollte ja nur berichten, dass ich Spaß mit Updates hatte, ein paar schwere Minuten und dann aber am Ende, wie nennt man das dann? Happy End? Siegreich? Was ist denn die deutsche Fassung für Happy End? Glückliches Ende? Ja. Glücklich. Ende gut, alles gut. Ah, Ende gut, alles gut. Genau, das ist auch gut, sehr schön. Und wenn er nicht geupdatet hat, dann rebooted er noch heute. Ja, das hätte er getan. Das hätte er getan. Ich habe das am Anfang gar nicht mitbekommen, weil ich immer nur, ich habe das Gerät da stehen gehabt und war zwischendurch weg und kam dann wieder und dann stand halt immer unten, stand eine Zeile, alte Dateien werden gelöscht. Und die stand halt da, dass der zwischendurch immer wieder neu startete. Das habe ich erst später gesehen, als ich dann nach acht Stunden Arbeit immer noch vor der Kiste stand und dachte, was ist hier los? Dann habe ich meiner Kollegin erzählt, dass da hier offenbar riesige Mengen, ich meine das ist ein Surface mit, da ist ja nun, da hängt jetzt auch kein Rechenzentrum dran. Was kann das alles löschen? Also, nee, nee, es war einfach in so einem Loop gefangen. Und dann habe ich aber lustigerweise genau einen Tag später im heißen News-Ticker gelesen, dass es eben auch bei anderen Updates Loop-Probleme gab. Also, wie gesagt, bei mir würde ich es eher mal darauf zurückschieben, dass er mit der Speicherverwaltung da irgendwie ins Gehege gekommen ist. Aber das Problem, dass Windows nach Updates gerne mal irgendwie hängen bleibt, das ist durchaus bekannt. Und dankenswerterweise gibt es ja auch Leute, die dann da reinschreiben, wie es geht. Übrigens, die Holzhammer-Methode, dreimal ausschalten, zehn Sekunden warten und dann wieder einschalten, funktioniert bei dem Gerät nicht. Das ist auch krass und es funktioniert nicht. Okay, gehen wir mal weiter. Kommen wir mal bitte zur neuen Ernte. Wir haben eine Zuschrift bekommen, eine Twitter-Zuschrift von Le Hauke. Wenn ihr euch erinnert, wir hatten letztes Mal sieben Setzlinge und ich hatte mich nicht vorbereitet, hatte keine Ausschnitte rausgesucht. Da habe ich einfach die Nullnummern, soweit ich sie finden konnte, einfach für 90 Sekunden angespielt. Also vorne gestartet und nach 90 Sekunden aufgehört. Und der Le Hauke hat gesagt, aha, statt SEO, also Search Engine Optimization, gibt es also zukünftig in der Podcast-Welt SSO. Und da steht für Sendegarten-Setzling-Optimization. In den ersten 90 Sekunden, die der Sendegarten spielt, möglichst alle Hörerinnen abholen. Das ist eine gute Idee, finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Habe ich tatsächlich mit den zwei Setzlingen, die wir heute vorbereitet haben, auch ausprobiert. Bei dem einen geht das tatsächlich. Das klappt, nach 90 Sekunden ist man ungefähr im Bilde, worum es geht. Bei dem anderen würde es nicht klappen, weil allein das Intro schon 30 Sekunden verbraucht. Und die erste Minute gibt nicht genug her, um wirklich zu verstehen. Da habe ich einen ganz kleinen anderen Ausschnitt ausgesucht, um das machen zu können. Aber vielen Dank für die Idee, Sendegarten-Setzling-Optimization. Also ich meine, diese Nullnummer hier vom Sendegarten, die ist ja auch überhaupt nicht so, dass man in den ersten Sekunden erfährt, worum es überhaupt gehen soll. Aber vielleicht ist das gar keine schlechte Idee. Schmeißen wir das mal einfach so in die Runde. Vielen Dank, Le Hauke, für diese Rückmeldung. Und jetzt kommen wir schon, hey, zu den Gästen auf der Gartenbank. Das ist vorgeplänkt, das ist schon fast so lang wie bei Minkorrekt. Ist das jetzt gut oder ist das jetzt schlecht? Ich finde das gut. Danke, das beruhigt mich. Das beruhigt mich. Ich ziehe mich zurück. Aber das Intro ist bei Minkorrekt einfach besser. Muss man neidlos anerkennen. Ist einfach besser. Ja, Gedenkminute Minkorrekt. Wenn ihr nichts dazu sagt. Ich stelle nochmal vor. Wir haben auf der Gartenbank sitzen. Jürgen und Philipp von Das Ach. Das Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Da steckt ja eine Menge drin. Ich frage mal erstmal den Jürgen. Der Name Philipp, schreibt sich der mit zwei L und einem P? Oder mit einem L und zwei P? Oder mit zwei L und zwei P? Bist du im Bilde? Ist das eine Fangfrage? Das weiß ich natürlich. Das haben wir schon tausendmal thematisiert. Es ist ein L und zwei P. Wir haben gestern erst darüber geredet. Weil ich mir eine Tumpein gekauft habe. Ich bin beeindruckt. Ich habe immer Probleme, Lars zu schreiben. Ich weiß nicht. Wir haben gestern drüber geredet. Wir haben gestern drüber geredet. Was hat wer gekauft gestern? Ich habe mir eine Domain angelacht. Namens 1L2P.de. Weil mir ist einfach aufgefallen, wenn ich Leuten sage, sowas wie, schreibt mir eine Mail an philippweißmann.de. Ist immer so ein 1L2P, dann Doppel-S. Für Audiomedien ziemlich doof. Und dann bin ich irgendwie drauf gekommen. Hey, ich sage jedes Mal, wie man meinen Namen schreibt. Hey, das könnte man doch auch direkt als Domain nehmen. Beziehungsweise habe ich Input von außen dazu gekriegt. Und das fand ich so nett. Und jetzt habe ich meine Privat-Wald- und Wiesen-Podcasts auf 1L2P.de. Jetzt musst du aber auch dazu erzählen, wie du die Woche mal fünf Minuten lang die Domain erklären musstest. Wie sich jemand die Domain notieren wollte und du da fünf Minuten gebraucht hast. Ja, weil die auch, die Dame wusste nicht, dass man Domains nicht mit einem, oder kann man alle Domains nicht mit einer Ziffer anfangen? Was kann man damit machen? Nein, aber sie wusste nicht, dass ich, also ich hätte einfach sagen sollen, 1L2P.de. Alles ausgeschrieben, einfach so, wie man es spricht. Weil natürlich kommen jetzt auf die, ja, weil jetzt kommen nämlich Leute auf die Idee. Doch, klar, da haben eins gekauft, eins und zwei, genau. Oder da kommen Leute auf die Idee, ja, dann schreibe ich 1L hin und 2P, also LPP.de. Weil es ist ja ein L2P.de. Es wird irgendwie nur noch komplizierter. Es wird noch komplizierter. Du hättest dir einfach alle Varianten gleich sichern müssen. Ja, glaube ich. Das wird teuer langsam, dass das gut funktioniert. Ja. Ja, genau, aber gerade so mit der Ziffer 2 und der Ziffer 4 wird ja auch im englischen Sprachraum gerne so ein bisschen operiert, ne? Ja, ja. Dieses B2B oder so, oder genau, oder Four Wheels oder Four Wheel Drive oder so. Ne, Quatsch, das ist ja, das ist das schlechtes Beispiel. Aber, äh, good for you oder irgendwie sowas. DOS 4GW. DOS 4GW. Nein, DOS 4GW. Achso. Das bestehen jetzt nur sehr alte Computer-Nerds. Mein Philipp24.de. Oh, gute Idee. Aber da weißt du wieder nicht, ob Philipp mit, äh, also mit wie viel P, mit 3P geschrieben wird. Ich wollte damit. Eines Zahlen helfen halt nicht immer. Zahlen helfen halt nicht immer. Ne, das stimmt. Ne. Ne, und vor allem, ich kenne auch einen Philipp, der mit F am Anfang geschrieben wird, um das Ganze noch ein bisschen komplexer zu machen. Ja. Da fragt er bei Jürgen einfach den sensationellsten Twitter-Händler überhaupt. Denn, Jürgen, erklär mal, wie würdest du jemanden sagen, der sagt, sag mal, ich würde dir gerne auf Twitter folgen. Dann würde ich einfach sagen, folge mir unauffällig. Ah, gut. Das ist ja ungefähr so wie das Passwort vertraulich. Genau. Ja, ich sehe, wir haben hier so ein gewisses Fable für solche, für solche Wortwitze. Das haben wir in der Pre-Show schon festgestellt. Mein Herz geht auf. Es ist wunderbar. Ja, es ist, wir haben ja hier schon öfter mal über schlechte Wortspiele, ich muss ja nicht gleich unterstellen, dass eure Wortspiele schlecht sind, aber unsere, die wir bisher hier in den Sendungen, hier in den 80 Sendungen gemacht haben, die waren samt und sonders eher von der Kategorie braucht man nicht zu hören. Meine schlechten Wortspiele bin ich ja gar noch nicht losgeworden. Ach so, die kommen noch. Die kommen noch. Spannst du dir auf für die nächsten 200, oder? Wenn ich dir jetzt noch meine E-Mail-Adresse sage, zum Beispiel, dann, weil ich habe nämlich die Domänen. Jürgen, wie ist denn deine E-Mail-Adresse? Danke, dass du fragst. Ja, sag doch mal, wie deine E-Mail-Adresse ist, oh mein Gott, es ist ein Kraus.de. Also, und dazwischen noch ein Ad. Also, oh mein Gott, es ist ein Kraus.de. Weil Jürgen wie mit Nachnamen heißt? Kraus? Ja, das hat man jetzt. Echt? Sehr gut. Ja. Ja. Mein Hirn funktioniert ja doch noch. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr. Du hast auch das mit unserem Podcast-Namen einwandfrei rausgekriegt, da habe ich Monate für gebraucht. Was habe ich rausgekriegt? Das war bestimmt ein Zufall oder versehen. Den Langtitel von unserem Podcast hast du fehlerfrei. Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Das habe ich unheimliche Male rausschneiden müssen, tatsächlich diese Stelle. Wir schneiden sonst sehr wenig, aber das, ja. Das musste dann sein. Okay. Ja, ich habe die Twitter-Kachel hier einfach als Bild und da steht das drauf. Er macht es mir dann doch sehr einfach. Ja, aber selbst beim Vorlesen ist das ja noch immer eine Herausforderung. Also ich habe da wirklich lange gebraucht. Ja gut, wo wir gerade dabei sind. Was ist denn, also Humorvermittlung, ja ne, Witze. Witze. Also hier, Fips Asmus und der Ver... Nein. Okay. Ich habe heute schon genug schlimme Sachen gesagt zu Menschen, die vielleicht beleidigend sein könnten. Das muss ich jetzt nicht noch vertiefen. Also Humorvermittlung ist ja schon mit anderen Menschen was Lustiges teilen und dass sie möglicherweise auch eine gute Zeit haben dabei. Oder? Genau. Wie würden wir das definieren? Ja, ich würde sagen, das steht so im Zentrum von unserem Podcast. Wir wollten so etwas Ähnliches wie einen Geschichtspodcast machen. Aber Geschichte ist ja oft irgendwie auch total langweilig und fad. Und deswegen haben wir gesagt, naja, okay, dann lassen wir diese ganzen langweiligen Teile der Geschichte einfach weg und konzentrieren uns auf spannende Leute, denen echt was Witziges oder was Doofes passiert ist oder die ein abgefahrenes Leben hatten oder die ganz viele komische Kehrtwänden in ihrem Leben hatten und tragen das mit so ein bisschen Spaß einfach ins Internet hinaus. Und da finden sich genug Leute, die so ein Leben gehabt haben? Da gibt es einige, ja. Der erste zum Beispiel, den wir hatten in unserer 00-Nummer, das war ein U-Boot-Kapitän, ein deutscher U-Boot-Kapitän im zweiten Weltkrieg. Großartig. Ich bin gestorben vor Lachen. Der versehentlich sein U-Boot versenkt hat, weil er die Toilette falsch bedient hat. Und also das ist schon am oberen Ende der Skurrilitätsskala, das gebe ich zu. Aber es gibt doch echt viele, viele interessante Leute, denen ganz viele komische Dinge passiert sind in ihrem Leben. Okay, ist einer von euch Historiker, sodass da irgendwie die Quellenlage einfach ist? Eben nicht. Und das ist tatsächlich auch immer so ein bisschen unsere schwache Seite, wenn es dann wirklich darum geht, Dinge in einem größeren geschichtlichen Kontext irgendwie einzuordnen. Aber wir konzentrieren uns dann in solchen Momenten eher auf diesen zweiten Teil mit der Humorvermittlung. Okay, ist halt ein Triumvirat, aber wir sprechen mit zweien. Es fehlt noch der Dominik, der korrekte. Das stimmt. Der ist gerade auf einem digitalen Entzugsurlaub, glaube ich. Also irgendwo ganz weit draußen, wo man nur Edge hat höchstens. Genau, der ist gerade unterwegs. Aber weil er es will, nicht weil er muss. Ja, ja, nee, nee. Es gab eine Intervention. Entzug klingt immer so ein bisschen. Verhandlung. Nee, nee, das ist gut. Und das tut, glaube ich, gut. Wenn er zurückkommt und irgendwie erholt aussieht, dann, glaube ich, mache ich das auch mal. Ja, wir sprachen heute noch vom digitalen Detoxing. Das ist zwar ein schreckliches Modewort, aber vielleicht ist da irgendwas dran. Meine Kollegin meinte, als ich ihr, also irgendwie, wir sprachen und dann bimmelte mein Handy in meiner Brusttasche. Und ich wusste nicht, was ist jetzt passiert. Ist eine E-Mail gekommen? Habe ich eine Twitter-Nachricht bekommen? Ist es eine Slack-Nachricht? Ist es ein Mastodon? Ist es ein Signal? Ist es ein WhatsApp? Oder was ist da? Geier. Und ich versuche schon, die Zahl der Messenger so wenig, so gering wie möglich zu halten. Ich könnte jetzt, hätte Menschen sagen, mach doch das noch, mach doch das noch, mach doch das noch. Ich sage immer, nein, 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 nein. Ich habe schon allein sechs Kanäle, die ich irgendwie managen muss. Und dann sagte sie zu mir, merkst du, dass deine Persönlichkeit langsam ins Digitale abwandelt? Ohne dein Gerät bist du nichts mehr. Und da habe ich gedacht, oh, möglicherweise hat sie nicht ganz unrecht. Ja, das ist vielleicht so eins der Zeichen, dass man auch mal auf so einen Analog-Urlaub vielleicht gehen sollte. Könnte man machen. Claudia, du wolltest gerade noch was sagen. Nein, nein, das war nur ein Kommentar zum Themenbereich, nur Edge irgendwo in der Pampa. Das ist so dieses Living on the Edge, was man relativ bald haben kann, wenn man Ballungsräume verlässt, ja. Ja, das stimmt. Da muss man hier bei uns auch nicht sehr weit fahren. In Anbetracht der Bedeutung, die wir dem Wort Edge zuweisen, finde ich es irre, dass Microsoft zum Beispiel seinen Explorer so genannt hat. Sie werden schon wissen, warum. Das BSI hat ja die Studie zum Thema Windows 10 auch Sisyphus genannt, ne? Okay, das bringt natürlich auch Bände. Wenn du vorhin hinfertigt bist, kannst du vorne wieder anfangen. Genau. Super gut, super gut. Wo wir gerade bei den Beinamen waren, also Dominik der Korrekte. Philipp ist der Komische, hat man vielleicht auch gar nicht gemerkt. Und natürlich ist Jürgen der Kluge, der auch weiß, mit wie viel P und L der Philipp geschrieben wird. Also so passt das alles zusammen. Genau, so passt das. Das ist ganz einfach dem geschuldet, dass bei uns weiß nur einer vorher, worum es gehen wird. Und deswegen lese ich mir vorher immer meine Klugheit noch an. Also so klug bin ich eigentlich gar nicht. Aber ich bin der Einzige, der Notizen mitbringt. Okay, ja, dann ist man schnell vorne, ne? Genau. Das ist ja auch meine Frage, der Außenwürde kann man ganz kompetent rüberkommen, ja. Aber das war so ein Fehler, den ich oft gemacht habe, wenn ich gedacht habe, mein Professor oder meine Professorin da vorne, die weiß immer alles. Und dann habe ich gedacht, boah, das werde ich nie erreichen. Ich kann eigentlich schon im zweiten Semester aufhören und sagen, Leute, das geht nicht. Bis ich dann irgendwann mal dahinter gekommen bin, natürlich weiß sie in dem Moment, also hat sie natürlich einen Vorsprung, weil sie sich natürlich auf die Stunde im Gegensatz zu mir vorbereiten konnte. Also nicht nur hat sie definiert, was wir machen, sondern natürlich hat sie sich auch vorher vorbereitet. Das ist ein simpler Trick, aber es hat echt lange gebraucht, bis ich dahinter gekommen bin. Ja klar, auch als Lehrer, mal ganz ehrlich, du brauchst zehn Minuten Vorsprung und welcher deiner Schüler hat denn den Elan zu sagen, oh, den zocke ich heute ab, ich bereite mich so vor, dass ich jetzt den Lehrer da irgendwie vorführe. Und der freut sich ja eher noch, wenn er vorbereitet ist. Also du gewinnst diesen Kampf in Anführungszeichen ja nicht für dich. Du gibst ja dann nur dem Lehrer in dem Moment recht. Also von daher brauchst du als Lehrer gar nicht so viel Vorsprung. Nee, nee, nein, also da ist ja das Gefälle sozusagen ja meistens noch ein bisschen höher. Also je nachdem, welche Klassen du unterrichtest, reicht es ja möglicherweise schon, dass du halt weißt, dass vier und sieben elf ist und der andere halt noch bei der zehn oder bei der zwölf ankommt, möglicherweise. Oder, dass du jetzt mit ausreichend, sagen wir, Nachdruck einfach behauptest, dass Dinge sind, wie sie sind. Das kann, glaube ich, manchmal auch reichen. Nicht für Nachahmung empfohlen. Das wird leider auch gemacht, ja. Das ist doch so eine sehr alte und hoffentlich langsam aussterbende Art der Wissensvermittlung, dass da vorne einer steht, der den Leuten erklären will, wie die Welt ist. Und so ist sie dann auch. Und zwar genau so und unveränderlich. Ich hoffe immer, dass moderne Didaktik eher andere Wege geht, indem man sagt, wir haben die und die Fragenstellungen untersucht nach der und der Methode und wir sind zu einem vorläufigen Ergebnis gekommen, das ist das und das. Das kann aber, wenn wir morgen mehr wissen, auch anders ausgehen. Aber das ist jetzt erstmal so die bestabgehangene Theorie, die wir da anbieten können. Und denkt doch selber drüber nach, liebe Schüler und Studierende. Das fände ich eigentlich ziemlich gut. Aber ich glaube, das ist noch, obwohl es eigentlich auch nicht mehr neu ist, aber es ist noch immer noch nicht so, überall angekommen, habe ich so den Eindruck. Habt ihr was mit Lehre zu tun, ihr beiden? Mit Lehrern? Lehre, Didaktik oder was auch immer. Was macht ihr so beruflich vielleicht? Philipp, möchtest du? Gerne. Da traust du dich nicht. Ich komme eigentlich aus der Schule. Nur weil ich gerade die ganze Zeit geredet habe. Ich wollte nur höflich sein, das mache ich ja sonst nicht. Das stimmt. Ich komme tatsächlich aus dem Informatikbereich, also habe eine Ausbildung in die Richtung gemacht und später auch ein Studium, Bachelor, Master, auch überlegt in die Lehre zu gehen, mich dann aber dagegen entschieden. Aber nichtsdestotrotz halte ich regelmäßig Schulungen. Also von daher ist mir das vor Leuten stehen und didaktisch reden, Leuten was beibringen, vielleicht sogar was mitgeben und im besten Fall auch noch für was zu begeistern, schon etwas, was mir gut gefällt. Okay, was ist der Inhalt so? Machst du Webdesign oder Datenbankentwicklung oder Entwicklung von Programmiersprachen oder was? Worüber redest du da so? Im Endeffekt, wofür man mich bucht. Aber klar, die Schwerpunkte sind bei mir. Was? In einer gewissen Tiefe kann ich ziemlich über alles reden. Aber klar, ich bin niemand, der jetzt einen riesen Wissensschatz im Bereich Frontend-Entwicklung zum Beispiel hat. Aber ich sage mal, Bereich Backend, Bereich Programmiersprachen, Versionsmanagement, Bildmanagement, das sind so die Hauptsteckenpferde von mir. Okay. Und jetzt haben 30 Prozent alle Leute abgeschaltet. Und für alle, die jetzt noch da sind, erzähle ich, dass es gar nicht stimmt. Nein, es stimmt wirklich. Aber ja, solltet ihr überlegen, in die Richtung irgendwo zu gehen, lasst euch nicht davon abschrecken, dass das manchmal etwas trocken wirkt nach außen. Das ist ein ganz toller Zweig, wenn man da sich zu Hause fühlt, der sehr, sehr befriedigend, sehr schön sein kann, auch seine frustrierenden Ecken. Aber ja, und ich muss gestehen, ich stehe total drauf, Leuten was mitzugeben. Leuten was beizubringen, was zu begeistern. Ja, ja, auch das, auch das. Nee, also wenn Leute rausgehen irgendwo aus dem Kurs und sagen, Mensch, ich habe was gelernt oder noch besser irgendwann Monate, Jahre später mir sagen so, hey, ich konnte jetzt wegen dir irgendwas verwenden. Ein wunderschönes Gefühl. Ich muss aber sagen, als du gerade sagtest, es ist toll für Leute, denen es gefällt, da hatte ich das Wort Pfahl sitzen im Kopf. Redest du von dieser fantastischen Doku aus den 90ern in diesem einen, es ist ein Heidepark mit diesem Holländer und dem Deutschen? Ich weiß nicht mehr, wie es mein Städte ist. Ja, das müsste das sein. Kann sein. Oh, das ist so toll. Ich liebe es. Für alle, die das noch nicht gesehen haben, bitte unbedingt angucken. Es ist, das ist einfach, es ist ein grandioses Sammelsurium an Absurdität. Kannst du es kurz beschreiben? Dafür wurde YouTube erfunden. Ja, das war, das war eine Spiegel-TV-Produktion und da ging es darum, dass Pfahl sitzen, was so ein alter, ich nenne es jetzt mal Sport ist, wirklich nur darin besteht, dass zwei Leute jeweils auf einem Pfahl oben sitzen und wer zuerst runterkommt, hat verloren. Allerdings unter der Premise, du darfst irgendwie zweimal am Tag aufs Klo und irgendwie mal kurz runter, um dir die Beine zu vertreten, damit du keine, na wie sagt man, so Thrombose kriegst oder so Krams. Ja, bleibst du fett. Genau. Und das machen die schon relativ lange, die zwei Typen, sind da oben drauf, eben ein Holländer und ein Deutscher. Und das Ganze findet auch noch in einem Freizeitpark statt und im Hintergrund fährt einfach die ganze Zeit so eine Achterbahn durch. Da laufen auch Leute vorbei und gucken, ach, da sitzt doch eine. Dann sagt der Holländer, ja, so meine Taktik ist irgendwie so, ich mache so ein bisschen auf psychologische Kriegsführung und spiele immer laut Techno ab, was den Deutschen da nervt. Und alle haben ihre unterschiedlichen Strategien und sitzen dann einfach oben und dann kommen auch ihre Fans vorbei mit ihren selbst gemalten T-Shirts. Und es ist so ein Absurditäten-Sammelsyrium, dieses Video. Fantastisch. Okay, dann werden wir das mal unbedingt raussuchen. Und ich glaube, Lars hat es schon gefunden, ja. Unglaublich. Sehr gut. Unbedingt in die Shownotes packen. Und ich lese gerade, dass die Zuhörerin Vera, ich habe heute an dieses Pfarrsitzen gedacht und wollte dort noch googeln. Das ist ja lustig, dass das jetzt in meinem und in ihrem Kopf heute gleichzeitig aufgetaucht ist. Ah, wer weiß, was das bedeutet. Keine Ahnung. Aber wie ich darauf komme, ist natürlich, es ist immer für irgendeinen Mensch, Typen oder Typin auf dieser Welt ist immer irgendwas besonders toll, wo andere daneben stehen und sagen, warum, wieso, was will man damit? Was will man mit dieser Programmiersprache, was will man mit diesem… Datenschutz. Zum Beispiel, ja, das wäre das nächste gewesen, genau. Was will man mit diesem trockenen Thema und wie kann man die Menschen dafür begeistern? Claudia, demnächst auf dem Pfarr sitzen, wie wäre es? Das klingt, glaube ich, einfacher als Leuten zu sagen, dass Datenschutz eigentlich total sinnvoll ist. Grüße gehen draußen in meinen damaligen Prof zum Thema Datenschutz. Ich hatte tatsächlich ein Semester lang Datenschutz. Es war nicht mein Lieblingsthema, aber tatsächlich, ja, so ein Seminar, aber ein komplettes Semester lang. Und ich muss gestehen, das ist nicht schlecht, dass du das mal gehört hast, weil dann kennst du so ein bisschen Grundlagen, weißt ein bisschen grob, wie du Sachen einzusortieren hast. Natürlich, du bist da nicht fachlich gebildet oder hast einen tieferen Hintergrund, aber das ist oft gar nicht so schlecht, wenn man so von anderen Gebieten, von anderen Fächern so ein bisschen über die eigene Domäne hinaus mal guckt. Das hilft immer. Und ich sage mal gerade, naja, wir Entwickler, die Informatiker und so, wir haben halt die Möglichkeit, einfach Sachen unheimlich schnell in groß und wild zu produzieren. Also sprich so ein, wir könnten jetzt hier aus diesem einen Buch, aus diesem einen, sagen wir Telefonbuch, alle Datensätze einlesen. Ja, das konnte ich früher auch, aber jetzt kann ich es einfach Millionen Mal so schnell, dank Programmierung. Sozusagen, Programmieren ermöglicht in der Regel nichts komplett Neues, aber halt einfach Sachen, die vorher viel zu langsam gewesen wären, jetzt plötzlich viel, viel schneller und schlimmer zu machen. Oder besser. Selten. Ja, ja. Das lasst du jetzt einfach mal offen. Ja, und ich habe das jetzt gestern, als ich hier diesen Rechner neu aufsetzen musste und brauchte dafür Software aus unterschiedlichen Quellen, die mich da irgendwie geeignet kombiniert habe und dann was wie ein Bootstick bauen und so weiter. Und ich musste Sachen aus dem Internet runterladen, habe natürlich keine Möglichkeit zu checken, ob das jetzt auch wirklich ordentliche Sachen sind oder ob da vielleicht irgendwie eine Backdoor eingebaut ist. Ich musste Excel-Files auf meinem anderen Rechner ausführen, wo ich die ganze Zeit gesagt habe, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wenn das mal gut geht. Was für mich ein absolutes No-Go ist, also ich lade nicht einfach irgendwo irgendwas runter und starte dann Excel, aber in dem Moment, in der Not, habe ich die Fliegen gefressen sozusagen und habe das System jetzt am Laufen, weiß aber ehrlich gesagt nicht, was ich da genau angestellt habe, aber ich wollte es ans Laufen kriegen und der Gedanke, es muss irgendwie funktionieren, der hat ganz, ganz groß oben drüber gestanden. Und so verstehe ich ganz viele Entwickler, die irgendeine Funktion vor Augen haben und wollen diese Funktion irgendwie ans Laufen kriegen und sagen, ach ja, scheiß drauf, ob das jetzt sicher ist oder nicht und ob wir da nochmal irgendwie, wie nennt man das, SQL-Injection umgehen oder irgendwas parsen oder so, das lassen wir erstmal weg, das machen wir irgendwann später mal und dieses später mal passiert dann einfach nie. Also ich kann, ich kann das auch echt nachvollziehen manchmal, dass das alles nicht so, dass man von vornherein schön geordnet herangeht. Gestern bin ich nicht in der Sache geordnet vorgegangen. Klar, ich verstehe das ja auch total. In der Realität ist es ja auch so, dass man oft erst Sachen ausprobieren muss oder feststellen, funktioniert das überhaupt und prinzipiell und haben wir prinzipiell und überhaupt einen Nutzen davon. Und wenn man da schon alles bis zur Perfektion ausreizen würde, dann würde man es wahrscheinlich nie probieren. Das ist so, wie ich in der Küche, wenn ich ein neues Rezept ausprobiere, dann manche ich auch vielleicht erstmal rum, anstatt alles perfekt zu machen, weil ich weiß ja nicht, wie perfekt am Schluss aussieht. Ich muss dann vielleicht noch eine Prise Salz draufschmeißen und kriege irgendwie diesen Kuchen, der jetzt immer noch nicht fertig ist, dann doch nochmal mit einer halben Stunde länger backen, fertig, um dann die Chance zu haben, jetzt zu wissen, jetzt weiß ich, wie ich es vernünftig mache. Aber wenn es halt dann heißt, ja, also nochmal gescheit drüber, da, nö, das wollen wir jetzt nicht, weil es geht ja jetzt prinzipiell, dann hauen wir das jetzt raus, wie es ist. Das ist halt ein Rezept für Desaster, klar. Ja, genau. Wenn man so als Privatperson unterwegs ist, kann man sich das ja noch erlauben. Wenn man das aber beruflich macht, sieht die Sache anders aus. Ich kann mich ja entsinnen, irgendwann hatten wir hier mal ein Stück Code, das wurde auf GitHub oder so veröffentlicht. Das hatte auch was mit Podcasts zu tun, sollte irgendwie ein, wie war das denn, so ein persönliches Verzeichnis sein oder so. Und da haben dann Lars und Sebastian drauf geguckt und innerhalb von zehn Sekunden haben die gesagt, ah, ja, aber da ist er aber nicht sicher und so. Sebastian, wie kann man das sehen? Wie hast du das damals gemacht? Kannst du dich erinnern? Also es ist einfach Erfahrung. Also wenn man, wenn man dafür so ein Auge hat, dann kennt man diese Standardlücken und kennt auch sofort, wenn man Code sieht, dass der, dass der halt die Standardfehler hat und Anfängerfehler hat, die man selber mal irgendwann gemacht hat, aber schon irgendwie einige Iterationen weiter ist und weiß, wo dann die Schwachstellen sind und also da hat man dann einfach einen Blick für. Also das ist einfach Erfahrung in dem Moment. Okay, du siehst im Prinzip schon die mögliche Eingabe des Benutzers und was da, also was da irgendwie an, sagen wir mal, kreativer und nicht geplanter Nutzung möglich wäre, zum Beispiel. Ja, also wenn, wenn da überhaupt keine Validierung stattfindet dazwischen, sondern die Variablen direkt quasi in den SQL-Bereich rein übernommen wären, dann ist das relativ schnell sichtbar und vor allem, wenn keine Trennung, also man merkt das eigentlich schon, sobald hat sich der oder diejenige Gedanken gemacht, wie der Code eventuell strukturiert sein kann und wenn das nicht der Fall ist, dann ist das schon mal so ein Indiz dafür, okay, das wird jetzt einfach nur runterprogrammiert und da ist jemand eigentlich noch jemand, der lernt, erst noch mit der Programmiersprache umzugehen und da steckt noch keine richtige Struktur dahinter und Gedanken, die man, die da schon ein fortgeschrittenes Studium des Ganzen ansehen lassen. Ja, und das ist dann natürlich Code, der sehr anfällig ist für solche Sicherheitslücken, weil da an der Stelle ist man dann einfach noch nicht. Also wenn man anfängt, erst mal eine Programmiersprache oder irgendwas zu lernen in dem Bereich, dann wird man noch nicht über Sicherheitslücken in der Form nachdenken, sondern ist erst mal froh, da irgendwas funktionsfähiges zu haben. Das kommt dann erst hinterher. Wenn du ein Projekt angehst, hast du den dann im Prinzip schon beim, bei der ersten, beim ersten Entwurf, die Verhinderung von Missbrauch, glaube ich, im Sinn, also es gibt ja, gerade im Datenschutz gibt es ja diese Privacy by Design. Also kann ich etwas so designen, dass es gleich einen maximalen Schutz für den Benutzer bietet und ist das etwas, was man gleich bei der Entwicklung schon hineindenkt oder kommt das tatsächlich erst hinterher oben drauf? Also bei mir ist das tatsächlich so ein bisschen mit im Hinterkopf, aber nicht das primäre Ding, sondern also zum einen ist es halt so, ich würde immer dazu raten, irgendein Framework zu nehmen, was schon mal irgendwie 90 oder 80 Prozent der möglichen Fehlerquellen schon mal vermeidet. Das ist einfach schon mal extrem cool, weil da haben sich einfach Personengedanken schon drüber gemacht und auch über den Code drüber geschaut. Das kann man als Einzelperson gar nicht leisten. Und der Rest ist natürlich klar, du kannst natürlich dann trotzdem die Sachen umgehen und dann wieder Sicherheitslücken einbauen und da sollte man dann aufpassen, dass man das dann nicht tut und weiß, was man da tut. Das ist, ja, man ist aber auch nicht davor gefeit. Also das passiert mir auch. Sicherlich sind irgendwo Sicherheitslücken, weil das ist einfach nur menschlich. Also man kann keinen 100 Prozent sicheren Code schreiben. Nö, das sehe ich an meinen Windows-Updates. Sie werden ja nicht jede Woche oder manchmal jede Woche, also regelmäßig kommen sie alle 14 Tage, glaube ich, und manchmal auch noch häufiger, weil sich dann irgendwas da reingeschlichen hat. Ich meine, so ein Laden wie Windows, die werden ja, Microsoft, danke schön, genau. Du hast meine Verstörung bemerkt, das ist sehr gut. So ein Laden wie Microsoft, der beschäftigt ja Unmengen Menschen, die sich genau mit dem auseinandersetzen und trotzdem passiert denen das. Das ist ja, das ist einfach faszinierend. Ja, da ist ja auch sehr viel dabei. Wenn man noch alleine an etwas entwickelt, dann hat man noch den Überblick. Aber sobald es natürlich in Organisationen, die größer sind, dann entwickeln da ja, je nach Teamgröße, dann ist das halt ja runtergebrochen. Dann gibt es da natürlich auch Verständigungsschwierigkeiten und Übergabefehler und verschiedene Frameworks, die eventuell zum Einsatz kommen und dann wird auch etwas, irgendwas auch nicht mehr aktualisiert oder ähnliches. Also da gibt es ja ganz viele mögliche Schwachstellen, die da plötzlich und Fehlerquellen, die da auftreten können in Kombination. Also das, da kann sich dann natürlich diese Fehler, dieses Fehlerpotenzial sehr schnell aufsummieren, was da möglich ist. Also insofern ist das tatsächlich verständlich und das muss man sich auch immer, wir waren ja eben beim Thema Datenschutz vor Augen führen, das ist halt nicht das hundertprozentig sichere System geben kann und das, wenn irgendwo meine Daten drin sind, dass die dann mit hoher Wahrscheinlichkeit auch mal abhanden kommen können. Also ich wollte jetzt eigentlich nicht die ganze Diskussion in Richtung wieder. Also ich weiß ja, dass ich eine völlige Begeisterung für das Thema entwickeln kann, aber ich verstehe auch, wenn andere Leute es nicht mehr hören können. Ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass du, Claudia, das jetzt hier so, also gegen unseren Wunsch oder so hineingetragen hast. Also gar nicht so, gar nicht so defensiv, gar nicht so, das ist gar nicht, mein Gott, ist es gar nicht nötig, dass du so defensiv da auftrittst. So, das wollte ich sagen. Ich fand es nur gerade ganz interessant, weil eben durch das, was der Philipp sagte, diese Idee so ein bisschen aufgegangen ist und wir sind dann wunderbar abgeschwoffen, was ja im Podcast auch durchaus erlaubt und erwünscht ist. Aber kommen wir mal zurück zum Jürgen, der hat ja auch einen Beruf vermutlich. Was machst du denn so? Ja, ich bin freiberuflicher Werbetexter und wo andere auf den ersten Blick irgendwelche Fehler in Quellcode entdecken, sehe ich, ob jemand Bindestrich mit dem Gedankenstrich verwechselt hat. Oh Gott. Der lacht wissend. Der Unterschied zwischen Gedanken und Bindestrich. Die Länge? Ja. Es kommt auf die Länge an. Und man verwendet sie halt unterschiedlich. Genau. Das ist mir heute noch passiert beim Schreiben in Word. Ich wollte einen Einschub in einen Satz, den man normalerweise mit Komma und wieder einleitet und Komma ausleitet, wollte ich mal ein bisschen variieren und habe dann so einen Bindestrich gemacht und das reingeschrieben und noch einen Bindestrich und dann machte Word den Bindestrich am Anfang unterschiedlich, also kürzer, vorne war er länger als der hintere. Wo ich auch gedacht habe, du doofes System, mach doch einfach, was ich sage. Ich drücke diese Taste und ich möchte nicht, dass du irgendwas veränderst, aber es hat dann wahrscheinlich aus dem Bindestrich einen Gedankenstrich gemacht. Genau. Und da kommen, glaube ich, auch 90 Prozent der Gedankenstrich-Bindestrich-Fehler her. Wenn jemand bei Word hinterher nochmal korrigiert, dann kommt diese Autoersetzen-Funktion von Word durcheinander und weiß nicht, ob du da jetzt einen Gedankenstrich oder einen Bindestrich meinst. Wenn du das einfach ganz normal im Satzfluss tippst und davor ein Leerzeichen machst, dann einen Strich und dann ein Leerzeichen, dann macht er automatisch den richtigen Gedankenstrich draus. Aber wenn du hinterher das nochmal rumeditierst, so, dann passt es eben nicht. Aber ja, das geht jetzt vielleicht auch in eine komische Richtung hier gerade. Nee, 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 lass uns mal ruhig drüber. Gedankenstriche abnerden. Ist doch schön. Gibt es eine genormte Relation? Also der Gedankenstrich ist 1,483 mal so lang wie der Bindestrich oder so? Er ist doppelt so lang. Es gibt quasi, das sind so Viertelstrichen. Es gibt ja einen noch längeren Strich, da weiß ich jetzt nicht, wie der heißt. Aber ein Gedankenstrich ist ein Halb-Gerviertstrich und ein Bindestrich ist ein Viertel-Gerviertstrich. Und wo man den Dreiviertel und den ganz einsetzt, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber ich weiß nicht, vielleicht weiß das Claudia. Nee, auswendig gerade auch nicht. Also ich habe auch nur primär mit Gedanken und Trennstrichen halt zu tun, ja. Aber das sind ja Worte aus dem Druckerei oder Setzerei-Umfeld, oder? Für diese Viertelstriche oder so? Wahrscheinlich. Also ich weiß tatsächlich, da hört mein Wissen dann auch auf, wo das herkommt oder was das genau damit auf sich hat. Kann ich dir nicht sagen. Ich kann dir nur sagen, ob es richtig oder falsch ist. Aber ich glaube, das sind dann Spiegelstriche, die verwendet man dann glaube ich vor allem im Englischen. Die sind im europäischen, also im deutschen Sprachraum gar nicht so unterwegs. Ich weiß nicht, ein Spiegelstrich einfach, so ein Aufzählungsstrich einfach, hat das was wirklich mit der Länge zu tun? Das weiß ich gar nicht. Da wird das Wissen jetzt dünn. Aber würde lügen, wenn wir darüber nicht auch schon mal abgenautet hätten. Am einfachsten ist es, wenn man wirklich so ein Textsatzsystem wie LaTeX oder sowas verwendet, da können wir nämlich einen Strich machen, zwei oder drei und je nachdem kommt das Richtige raus. Ja, also ich habe mir ja irgendwann mal angewöhnt, so im Arbeitsumfeld, wo ich noch beruflich auf Windows viel unterwegs war. Es gibt ja dann so eine, du kannst ja mit der Alt-Taste und dann so eine Zahlenkombination, damit kannst du ja die ganze ASCII-Tabelle quasi tippen, auch wenn du gar keine Taste dafür hast. Weil eigentlich gibt es keine Taste auf der Standard-Tastatur für einen Gedankenstrich. Deswegen habe ich mir irgendwann angewöhnt, das immer, statt mich auf die Word-Auto-Vervollständigen-Funktion zu verlassen, immer das mit der Alt-Taste und dann 0, 1, 5, 0. Dann hast du einen Gedankenstrich. Ah, und der Spiegelstrich ist 0, 1, 5, 1? Dann ist das wahrscheinlich der Längere, ja. Das kann sein. Und wenn du mich jetzt fragst, woher ich das weiß, ich kann die ASCII-Tabelle irgendwie... Auswendig. Naja, sagen wir es so, ich hatte irgendwann, es gibt ja auch noch diese erweiterten Zeichen, so wie 255 als geschütztes, beziehungsweise nicht sichtbares Leerzeichen und so Krams. Ich habe dann irgendwie, jetzt sind wir wieder bei dem DOS-Thema, ich habe dann früher auch so Kästchen gemalt mit diesen Sonderzeichen aus der Tabelle. Genau, da konnte ich ganze Zeit lang diese ganzen Nummern auswenden. Ja, aber ich muss lustigerweise die in die Luft malen vor mich hin oder auf dem Nummernblock eingeben. Ich weiß die Zahlen nicht auswendig, aber ich kann so den, die Eingabe kann ich blind und dann muss ich gucken, oh, wo drücke ich den hin? Ah, okay, das war das. Und das geht glaube ich auch nur mit Alt-GR und nicht mit der normalen Alt-Taste, oder? Ja, das ist noch der Clou daran. Und dann auch nur mit dem Nummernblock. Aber seit wann sind die denn vierstellig? Ich kenne die noch nur in dreistellig. Naja, wenn du die führende Null hast, wie war denn das? Das weiß ich nicht, aber wahrscheinlich eine Kompatibilität zu irgendeinem erweiterten ASCII-Satz oder so. Ja, ich vermute auch. Irgendwie so. Hast du gerade das Ding für Uppercase SZ im Kopf? Äh, nee, das ist so neu, dass ich es tatsächlich irgendwie nicht so richtig oft verwendet habe. Ich habe schon wieder verdrängt gehabt. Da habe ich nämlich heute gerade dran gedacht. Und ich weiß noch, es gab damals, als sie dann das Uppercase SZ eingeführt haben, gab es ein T-Shirt mit Uppercase SZ. Where's your God now? Und ich meine, ich könnte es echt brauchen. Mein Nachname hat ein scharfes S. Von daher könnte ich sagen, das muss ich mir immer noch merken. Aber mein Lieblingszeichen ist ja eigentlich das Interrobang. Das ist eine zusammengefasste, ein zusammengefasstes Zeichen aus Fragezeichen und Ausrufezeichen. Also wenn man so eine, so eine rhetorische Frage mit etwas, wenn man etwas erregter, so eine rhetorische Frage schreiben will, dann macht man ja oft so Fragezeichen, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Kennt ihr das? Hältst du mich, wovon ich rede? Genau. Und das, das gibt es auch als Einzeichen. Und das ist dann das Interrobang. Das finde ich, das ist mein Lieblingszeichen. So, wenn wir jetzt schon bei so Nerd-Themen sind. Interrobang heißt das? Das muss ich mir direkt aufschreiben. Genau. Interrobang. Ich hatte so viele Teile jetzt hier im Manuskript, wo ich mir gedacht hätte, so, mache ich jetzt ein Fragezeichen oder mache ich ein Ausrufezeichen, so bei Dialogen. Hm. Ich weiß nicht, kann man das in Buchmanuskripte rein oder verwirrt das Leserinnen? Also würde ich total feiern, tatsächlich. Ich würde auch, ich würde auch feiern, wenn mal öfter so ein Dings, ein, wie heißt das, kommen wir mit dem Punkt drauf? Jetzt bin ich gerade so. Semikolon. Danke. Oder Strichpunkt. Ein Strichpunkt. Danke. Also manchmal hat man einfach so Störungen. Weil oft hat man ja so ein… Wehm, sagst du das? Oft hat man ja so ein Gefühl, dass man sagt, eigentlich müsste ich jetzt hier ein Komma machen. Ich könnte aber den Satz auch beenden, aber irgendwas dazwischen wäre geil. Und dann kann man so, ja, Gedankenstrich oder eben Strichpunkt… Nein. Mir hat damals mein Lektorat, als ich noch Zeitschriftenredakteur war, hat mir mein Lektorat dazu geraten, mach doch mal mehr Semikolons. Das ist fast ausgestorben und die finden es toll. Okay. Vielleicht mache ich noch mal ein paar wieder rein jetzt. Ja, mach mal rein. Dann lese ich das Buch und dann freue ich mich. Sowas fällt mir tatsächlich in Texten positiv auf. Alles klar. Also Semikolon oder Strichpunkt, das ist für mich tatsächlich synonym, das kenne ich, aber als mir irgendwann mal die Kollegin aus Österreich, die Melanie, als sie vom Beistrich sprach, habe ich gedacht, was ist denn das jetzt bitte? Ja, das wusste ich dann, nachdem sie es mir erklärt hat, auch. Semikolon ohne Punkt. Aber Beistrich hatte ich früher nie gehört. Also das war mir ganz komplett neu. Ja, das habe ich auch. Ist das österreichisch oder ist das irgendwie, woher kommt das? Ja, also die Kollegin kam aus Österreich und ich habe es dann in in der, wir waren ja mal in Wien auch aus Podcastgründen und da wurde irgendwie im Gespräch, ich weiß gar nicht warum, ganz absurd eigentlich, über Komma oder Beistriche zu sprechen, aber da wurde das auch ein paar Mal erwähnt und da waren alle Umstehenden völlig, also es war völlig klar, was gemeint ist und habe schon gemerkt, aha, ich bin hier derjenige, der irgendwie auf dem falschen Trip unterwegs ist. Ich finde es überhaupt nicht absurd, ich würde mir mehr Podcasts zu dem Thema wünschen. So, und wenn ihr jetzt noch was richtig Fieses machen wollt, was beide Themen jetzt miteinander verbindet, also Softwareentwicklung und lustige Sonderzeichen, dann guckt euch mal das griechische Fragezeichen an. Es gibt nämlich ein griechisches Symbol, das sieht in praktisch allen Schriftarten aus wie ein Strichpunkt und wenn man jetzt ganz fies ist, dann nimmt man dieses griechische Fragezeichen, kopiert es in die Zwischenablage und fügt es in Softwareprogrammen anstelle des sehr oft verwendeten Strichpunkts an ein paar Stellen ein und ersetzt es mal und gucke mal, wie sich die Kollegen die Haare raufen in Ermangelung von, warum kompiliert das Ding nicht mehr, warum funktioniert es nicht, irgendwas ist da komisch. Ach, weil es optisch so ähnlich ist, dass man es gar nicht finden kann. Ah, das ist ja wirklich fies. Die modernen Editoren, die zeigen es doch wahrscheinlich dann rot unterstrichen an oder so, oder? Ja, aber dann fragt man sich halt auch, hä, warum ist das jetzt hier rot unterstrichen? Ja, ja, klar. Und falls man einen modernen Editor verwendet, naja. Aber das ist so das Äquivalent dazu, wie wenn man an einem gesperrten Windows-Rechner versucht zu entsperren und bei seinem Kollegen das Passwort ja nicht kennt, aber dann kann man einfach hinter dem Namen ein Leerzeichen machen, weil dann kommt er auch nicht mehr rein. So, das ist so ungefähr das Äquivalent, weil das sieht auch keiner. Ah, ah, verstehe, verstehe. Okay, ja gut, wenn das nächste Mal jemand seine Bürotür wieder offen lässt, wenn ich vorbeikomme, dann, hm, ich juckt es immer in den Fingern. Ich verstehe nicht, warum Kolleginnen und Kollegen in einem Gebäude, was keine Zugangsbeschränkung hat, also wer in das Gebäude reinkommt, kann im Prinzip durchlaufen bis zum Arbeitsplatzrechner, ohne aufgehalten zu werden, wenn die Türen offen sind, dass das Kolleginnen und Kollegen das einfach immer so offen stehen lassen. Da habe ich irgendwie, ich habe immer so einen Schließer gehen, sobald ich den Raum verlasse, dann schließe ich hinter mir ab und würde noch drei Regeln vorziehen, wenn es die gäbe. Aber andere sind da unglaublich frei und das ist eigentlich aus so einer Verantwortungsperspektive gar nicht gut. Ja, ist schwierig. Die juckst mir auch oft in den Fingern, wenn die Konsolen offen sind, da habe ich schon gedacht, ich bestelle jetzt Pizza für die ganze Mannschaft über diesen Rechner. Aber dann denke ich, na, das kannst du nicht guten Gewissens machen. Aber das wäre wirklich mal, da hätten wir alle was von jedenfalls. Ja, nur die eine Person. Das ist ja eigentlich noch eine nette Sache, weil dann alle davon profitieren und niemand irgendwie sinnlos Zeit verbrät. Na ja, außer der Pizza-Mann, der sie vielleicht wieder mitnehmen muss. Genau, dann machst du einen Screenshot von dem Desktop und dann stellst du den als Desktop-Hintergrund ein und dann machst du halt, also ausloggen. Ihr seid ja nicht schlimmer. Das Rechnerzeichen hinter dem Namen ist schon fies, aber das mit dem Desktop-Hintergrund ist ja noch fieser. Boah. Oder der Klassiker des subtilen Arbeitens, man nehme eine alte drahtlose Maus, schließe sie einfach hinten irgendwo am PC vom Kollegen an, lege die Maus bei sich mit auf den Tisch und ab und zu mal so ein bisschen wackeln. Aber nicht oft, nicht oft. Wie kann ich denn eine drahtlose Maus irgendwo anschließen? Das verstehe ich. Naja, die hat so einen kleinen Empfänger. Ach so, ach ja, okay. Also so eine, einfach hinten dranhängen, als wäre es eine USB-Maus, das bemerkt in der Regel niemand und dann ab und zu mal so ein bisschen wackeln, dann denkt sich die Person irgendwann, warum bewegt sich jetzt jemand? Jetzt war es wieder! Und dann, wenn sie noch irgendjemand dazu holt und sagt so, du schau, jetzt passiert es gleich wieder, dann bewegt sie natürlich nicht die Maus. Nein, natürlich nicht. Man merkt wirklich, dass ich eine Ausbildung gemacht habe im Informatikbereich. Okay, okay, verstehe. Das ist so das kleine Einmaleins der Bürokriegsführung. Ja, ja, ja. Es gibt auch eine Tastenkombination, die deinen Bildschirm dreht unter Windows, irgendwas mit Steuerung alt entfernt. Die kriegt man manchmal automatisch, wenn man, nee, kriegt man manchmal, wenn man irgendwas anderes drücken will. Ich weiß nicht mehr, sperren oder so. Windows alt und eine Richtung. Und man kommt irgendwie dann auf die Cursor-Tasten oder so, dann dreht es das, glaube ich. Aber wenn das jemand nicht weiß, das ist gar nicht so einfach, das auf dem Kopf dann wieder richtig einzustellen. Ja, genau. Und dann tun wir euch jetzt aber auch im Gegenzug mal wieder was Gutes für alle, die mit Windows arbeiten. Wenn ihr irgendwo mal einen Beamer anschließen müsst oder einen zweiten Bildschirm, merkt euch einfach Windows-Taste und P drücken. Dann habt ihr eine Übersicht. Zwei Bildschirme. Der gleiche Bildschirm einfach erweitern oder nur den Laptop weiterhin den Bildschirm anzeigen. In einer beliebigen Windows-Version oder geht das nur unter 10.1 Sydney oder wie auch immer? Also mindestens seit 10 funktioniert es. Okay. Also die Windows-Taste und P, warte mal. Ja, Windows-Taste. P wie Projektion. Ja, habe ich mir gerade gedacht. Oh, hört, hört. Ich könnte ja P wie Print ein bisschen naheliegender, aber ja, nee, ist für Bildschirm. Nein, nein, in dem Menü heißt es, der Menüpunkt heißt tatsächlich Provision. Und Windows plus L lockt, also sperrt den Bildschirm. Ach ja, das probiere ich jetzt auch mal. Dann haben wir alle was gelernt. Okay. Gibt es auch Easter Eggs? Alt-F4 sorgt dafür, dass du mit den Updates keine Probleme mehr hast. Genau, der Klassiker aus dem Chat. Oh ja. Das war das Einzige, was noch funktionierte. Also ich habe dann eine externe Tastatur angeschlossen, um überhaupt irgendwie versuchen, irgendwie dieses Gerät zu manipulieren. Alt-F4 funktioniert erstaunlicherweise noch. Das hat mich sehr gewundert. Aber es brachte mich auch nicht weiter. Es brach halt nur den Vorgang ab, um dann den Vorgang wieder zu starten. Aber gut. Details dazu. Jürgen, du hast gesagt, ihr Werbetexter. Ich habe mal die Erfahrung gemacht, dass ich zu einem, wir wollten Plakate machen für irgendeine Veranstaltung, ich weiß nicht mehr. Und haben dann alte Plakate, die ein paar Jahre vorher gemacht worden sind, zum selben oder ähnlichen Thema, mit in die Agentur geschleppt. So ähnlich soll das aussehen, nur irgendwie ein bisschen moderner. Und dann guckten die da drauf und sagten, ach, das ist aber von, und nannten eine Jahreszahl. Und das stimmte. Die konnten also aus der, aus der, also ich weiß nicht, wo, an welchen Elementen sie das erkannten, sie konnten quasi auf, aufs halbe Jahr, aufs halbe Jahr genau festlegen, ah, das ist doch von Herbst so und so. Wo ich auch gedacht habe, wie um Gottes Willen ist das jetzt möglich? Dann ist mir aufgefallen, dann gab es den doppelten Doppelpunkt, den gab es irgendwann mal. Das war so die Hochzeit. Das verschwand dann aber auch wieder. Gibt es immer auch so Moden in der Grafikwelt? Boah, das ist jetzt eine interessante Frage. Gibt es Moden in der Grafikwelt? Ja, es gibt schon so Design-Trends. Aber das würde ich jetzt gar nicht so in der Werbewelt verorten, sondern das ist so übergreifend. So wie dieses flache Icon-Design von Smartphones. Da hat irgendwann mal mit angefangen, wahrscheinlich war es Google. Und dann haben die anderen das alles so ein bisschen angepasst. Und das folgt aber immer so, ja, das finden immer so Trendwellen. Irgendwann kommen dann stattdessen, weiß nicht, runde Ecken. Und dann das nächste Mal kommen so 3D-Knöpfe. Und das machen dann immer alle. Und dann sieht man das, glaube ich, auch oft so in, ja, in Werbeplakaten oder in Werbeanzeigen, in Zeitschriften. Das ist dann oft ähnlich. Also ich glaube, die Antwort ist ja. Kannst du mir vielleicht erklären, wie man auf die, wie sag ich es, diplomatisch, herausfordernde Idee kommt, hellgraue Schrift auf weißem Grund zu machen, um dann da wichtige Informationen. Wie um alles in der Welt muss man gedanklich oder geistig gestrickt sein, um ein Webangebot so zu bauen? Ist mir ein komplettes Rätsel. Ich kopiere mir die Sachen raus und packe sie in ein Word-Dokument, damit ich sie lesen kann. Naja, also da würde ich jetzt auch eher den Designer dafür verantwortlich machen. Aber grundsätzlich, was jetzt so den Werbetekten angeht. Oh, oh, habe ich dich jetzt beleidigt. Ich dachte, du bist ein Designer. Um Gottes Willen. Nein, nein, da hört es bei mir echt auf. Nee, ich bin eigentlich Texter, aber das ist auch schwierig, weil Texter ist zum Beispiel kein, anders als Mediengestalter zum Beispiel, ist ja kein geschützter Beruf. Also du kannst dich auch Werbetekster nennen, wenn du möchtest. Ja, ab morgen schreibe ich mir auf das. Neben dem Experten, ich habe mal tatsächlich eine Visitenkarte in die Hand bekommen, da stand einfach nur Name Experte drunter. Sehr schön. Finde ich sehr gut. Das hat mich sehr beeindruckt. Das ist der, der ständig im Fernsehen ist. Der Allgelehrte wäre auch schön. Das war eine große deutsche Firma. Ich habe mich sehr, sehr, sehr amüsiert darüber, dass sie tatsächlich ihre Leute losschicken mit dem großen Logo der bekannten Marke drauf und Name und Expert. Aber das mit dieser grauen Schrift, also wir hatten neulich mal so ein ähnliches Thema, haben wir, glaube ich, auch im Podcast drüber gesprochen, dass das Fernseh, also Schreiber, die Fernsehserien schreiben, da manchmal absichtlich Witze einstreuen, die fast niemand versteht. Also die nur so 10 Prozent des Publikums vielleicht verstehen. Und die, die das aber verstehen, die finden das dann mega witzig. Und vielleicht ist das mit dem Text auch so. Dass man vielleicht aktiv Leute ausschließen will, um es den anderen, für die anderen irgendwie wertvoller zu machen. Ich hätte jetzt einfach vermutet, die haben einfach nicht auf den zweiten oder dritten Monitor geguckt oder wie es ganz ausgedruckt aussieht, sondern hurra, mein Monitor ist total super eingestellt und alle anderen haben nicht recht. Also das wäre zumindest meine Erfahrung mit Grafikern. Das ist auch eine beliebte Fehlerquelle, ja. So die Monitorhelligkeit und ja, auch ein guter Punkt. Es kann ja nicht sein, dass alle auf einem falsch eingestellten Monitor arbeiten. Da gibt es diese komischen Spinnen, oder? Die man dann da so drauf und das ist nicht so ganz meine Welt. Wir hatten auch so einen in der Redaktion mal, dessen Jobs war es dann am Ende von dem ganzen Zeug irgendwie wirklich so die Farben, also genau das, was du jetzt beschreibst, was da offensichtlich jemand nicht gemacht hat. Also am Ende von Bildern die Farben anzupassen, dass die für den Druck taugen. Und der saß immer in so einem ganz dunklen Eck in einem Büro, das war so ein Mehrleute-Büro, aber wirklich im dunkelsten Eck und hatte noch so Scheuklappen um seinen Monitor rum und eine Kappe auf dem Kopf und war dann immer so ganz vorgebeugt in diesen Scheuklappen drin, sodass wirklich kein Störlicht und kein gar nichts da reinkommt. Und dann hat der da so an den Farbreglern gedreht. So, das, den habe ich immer nicht so ganz um seinen Job beneidet. Ist das bei euch ein Betriebsphysiotherapeuten? Ich frage nur so für diesen Nacken. Nee, nee, damals da gab es, nee, das war eher so ein, nee, das sage ich jetzt lieber nicht, was das war. War alles gut, wir hatten sehr viel Spaß. Ein Bader. Wie habt ihr euch denn jetzt eigentlich gefunden mit diesen sehr unterschiedlichen Professionen? Macht ihr aber jetzt ein gemeinsames Hobby? Also den Dominik können wir jetzt nicht fragen, aber ihr beide könnt ja mal so stellvertretend erzählen. Wie habt ihr euch denn gefunden am Mikrofon? Ich würde es mal anders anfangen. Ich würde doch einfach mal kurz erwähnen, Dominik und Jürgen kennen sich schon länger vom Studium. Das heißt, die zwei kannten sich schon vor dem Podcast. Vielleicht magst du da auch ein oder zwei Worte dazu sagen, Jürgen. Ja, das stimmt. Also der Dominik und ich, wir haben dasselbe studiert, was mit Medien, aber tatsächlich haben wir uns gar nicht in der FH kennengelernt, weil der ein Jahrgang über mir war, sondern dann danach bei einem gemeinsamen Arbeitgeber. Und dann haben wir festgestellt, ach ja, wir haben ja das Gleiche studiert und müssten uns eigentlich vom Studium kennen, aber weil wir da nicht so oft waren, haben wir uns da, glaube ich, nie so richtig getroffen. Und genau. Und irgendwann, ein Podcast war eh schon lang so ein Thema, das ich mit mir rumgetragen habe. Wir haben auch in der Redaktion schon vor, ich weiß gar nicht, das müssen schon fast zehn Jahre sein, schon mal angefangen, einen Podcast irgendwie zu betreiben mit sehr viel Spaß. Und ich habe immer gedacht, ah ja, Podcasten, das will ich auch mal wieder machen. Und dann sind wir nach Hamburg zum Chaos-Kongress gefahren, der Dominik und ich, und sind dann irgendwie am Tisch bei den Podcast-Paten gelandet. Also wir sind jetzt gar nicht mit dem festen Vorsatz hingefahren. Wir suchen uns jetzt da Leute, die uns erklären, wie wir jetzt am besten einen Podcast anfangen, sondern wir haben uns da so ein bisschen treiben lassen. Und irgendwie saßen wir dann auf den Sofas, die da irgendwie um diesen Sendetisch rumstanden. Und dann hat uns der, ich glaube, der, wie heißt der Martin? Heißt der Martin vom Zeitsprung-Podcast? Daniel. Daniel heißt er, genau. Der Daniel hat uns dann dazugewunken und dann sind wir irgendwie so ins Gespräch gekommen und dann war danach irgendwie klar, okay, wir machen jetzt einen Podcast. Und als wir aufstanden sind... Darf kommt das Historische her? Jetzt ist mir alles klar. Ach so. Und als wir aufgestanden sind, war plötzlich Philipp hinter uns gestanden und hat gesagt, ah ja, ihr sucht noch irgendwie jemanden, der irgendwie mit euch Podcast anfängt und das könnte ja eigentlich ganz gut passen. Ich bin nämlich zufällig auch aus Nürnberg. Und dann haben wir uns in Hamburg quasi einen dritten aus Nürnberg eingetreten und das hat sofort ganz gut gepasst und seitdem podcasten wir zusammen. Ihr seid eine echte Produktion des Sendezentrums Hamburg? Ja, ja. Also direkt bei den Podcastspartnern. Und das Witzige ist, das wusste ich damals noch nicht. Also ich kannte den Daniel vorher auch nicht. Und das Konzept ist ja relativ ähnlich. Also bei unserem Podcast komme ich und bringe den anderen eine Geschichte mit, die sie vorher noch nie gehört haben. Und das machen die ja im Grunde bei ihrem Zeitsprung ganz genauso. Das wusste ich damals aber gar nicht. Sonst hätte ich es wahrscheinlich gar nicht gemacht. Sonst hätte ich gesagt, das gibt es ja schon. Traue ich mich nicht. Ja, ja, das ist ein häufiger Gedanke, den man eigentlich schnell ablegen sollte, denke ich. Denn euer Arzt ist einfach anders. Ihr seid nicht eine Kopie vom Zeitsprung, deswegen. Genau, genau. Also wir haben uns dann auch, ich meine, da stand auch der Name noch nicht und die ganze Ausrichtung noch nicht und so. Und wir haben dann schon auch irgendwie gesagt, naja, okay, wir wollen uns ja auch gar nicht mit Historikern messen. So können wir auch gar nicht. Wir sind nicht vom Fach. Das Einzige, was wir können oder was ich kann, ist mich so richtig in so ein Thema verbeißen und da irgendwie eine Biografie lesen und das Web durchsuchen nach irgendwelchen spannenden Fakten über irgendwelche Leute, die früher mal gelebt haben und daraus eine Geschichte erzählen. Aber ich erhebe ja gar nicht den Anspruch, dass ich irgendwie den großen Kontext in der großen Geschichte irgendwie überhaupt richtig wiedergeben kann. Aber du bist schon die Person, die die Geschichte vorträgt. Die anderen hören zu und geben ihren Senf spontan dazu. Genau. Also irgendwann, ganz am Anfang war mal geplant, dass wir das abwechselnd machen. Aber ich weiß gar nicht, Philipp, wie habt ihr euch da eigentlich rausgewunden? Im Endeffekt dadurch, dass ich den Schnitt immer an der Backe hatte und Dominik einfach freundlich gelächelt hat und unheimlich toll aussieht, ist er rausgekommen. Also ich hatte den Grund, er hatte einfach sein Aussehen. Ach so, ja. Irgendwie blieb es dann einfach am Ende an mir hängen. Okay. Ich meine, es ist auch ein bisschen tatsächlich abschreckend in dem Moment, wenn dir jemand so eine Story um die Ohren haut und du denkst, ach du liebe Zeit. Du hast da einfach so vorgelegt von Anfang an. Das war schon sehr, sehr beeindruckend. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, bei mir natürlich so durch den Schnitt. Und ich fühle mich ja tatsächlich auch in der Rolle. Und ich habe ja damals explizit auch gesagt, oh, ich bräuchte jemanden, der so von außen kommt und der so ein bisschen Wind reinbringt, am besten ein bisschen improvisieren kann. Und ich habe gedacht so, hey, improvisieren, ich spiele seit, was waren es damals so, zehn Jahren Improvisationstheater. Da klingeln doch die Ohren. Das ist doch voll mein Ding. Ich fühle mich tatsächlich im Unvorbereiteten drastisch wohler, als mich sehr lange auf etwas einzuschnießen, als es bis zum letzten Detail auszuformulieren, als mich da komplett auszuformulieren. Ja, das war eigentlich auch von vornherein klar, dass das, was ist, das mir Spaß macht und das ich wahnsinnig gerne mache, da irgendwie Stunde um Stunde zu versenken, um da einfach irgendwie eine schöne Geschichte aufzubereiten. Ja, von daher hat sich die Frage eigentlich gar nicht, gar nicht mehr lange oder gar nicht mehr wirklich gestellt, ob wir uns da abwecken. Aber ich möchte an der Stelle auch mal ganz explizit betonen, also A, danke an dieses ganze Angebot von den Podcast-Partinnen, ein ganzes Stück weit beeindruckt und dankbar. Dadurch sind wir ja selber auch inzwischen, ja, ich sage jetzt mal so ein bisschen so, wie soll man sagen, so Tauf-Paten. Tauf-Paten, Geburt-Helfer. Mit dem einen oder anderen Podcast in der Region und auf der anderen Seite, wie cool, dass uns jemand, der ein ähnliches Konzept fährt, nicht gesagt hat, hey, und sowas mach ich, sondern ein, das klingt toll, mach das. Also, ich will das mal wirklich betonen, wie großzügig das eigentlich ist. Wie gesagt, zum damaligen Zeitpunkt wussten wir das ja nicht. Ich kannte den Zeitsprung-Podcast noch nicht und erst später haben wir das wirklich umrissen. Ja, genau. Und wir saßen am Tisch und haben das Konzept schon mal so grob ausgebreitet und alle saßen da und haben uns ermutigt, das weiter zu verfolgen. Das war schon echt ganz, ganz cool. Ah, schön. So soll es sein. Das ist genau richtig. Jetzt haben wir die 100 gemacht, jetzt in der letzten. Ich habe einen kleinen Ausschnitt mitgebracht, den können wir mal eben anhören. Da wird erklärt, dass das A die Kurzform vom Ach ist. Das fand ich sehr schön. Sebastian, kannst du das mal eben einspielen, bitte? Meine Damen und Herren, kommen Sie, staunen Sie, nun mit Folge 100 von A, der Kurzform von Ach. Wie immer gibt es 10 Hinweise, interessanter Natur, auf eine Person, die interessant ist, aber nicht mehr unter uns weilt. heute von und mit Jürgen. Ja, so getan, als ob es sonst anders wäre, aber das ist so ein bisschen wie bei, wie war das denn, Puerto Partida, der Spielleiter Johannes, da wurde immer, heute Spielleiter Johannes, es gab aber keinen anderen. Es war immer Johannes. Es war aber, glaube ich, anders geplant. Ja, stimmt. Es war aber anders geplant, das stimmt. Da vielleicht noch ganz kurz zur Einordnung. Also wir haben noch keine, noch keine 100 Folgen von unserem, also so wie wir jetzt gerade das Konzept erklärt haben, gemacht, weil das ist ein wahnsinnig aufwendiger, ein wahnsinnig aufwendiges Ding. Das machen wir nur so alle vier Wochen und dann haben wir irgendwann mal gesagt, naja, eigentlich wäre es ganz schön, wenn wir für die, für die Wochen dazwischen auch irgendwas hätten, das wir veröffentlichen könnten. Und dann haben wir angefangen, noch so Bonusfolgen, also die Kurzform von Acht quasi zu produzieren. Und da machen wir einfach nur so ein Wer-bin-ich-Ratespiel. Und das ist dann immer so ein bisschen der Lückenfüller zwischen den eigentlichen Folgen. Aber das ist ganz toll. Da schicken uns inzwischen auch Leute ausgearbeitete Vorschläge für eben so eine Raterunde. Also das heißt, klar, jemand von uns dreien sieht sie dann zwar, aber normalerweise bereiten wir die halt vor. Also sprich, wie ich es ja selber gerade in dem Einspieler anmoderiert habe, mit zehn Hinweisen. Aber inzwischen schicken uns auch öfter Leute eben so ausgearbeitete Figuren aus der Geschichte. Und das ist schön, wenn da plötzlich da was zurückfließt. Und warum diese Anmoderation am Anfang? Naja, ich hatte am Anfang den Anspruch zu sagen, okay, wir erklären immer kurz, aber zumindest jedes Mal, um was es da geht. Weil irgendwann kam ein Kumpel von Dominik und hat gemeint so, ey, das nervt. Jedes Mal erklär dir, worum es geht. Da habe ich gesagt, jetzt erst recht. Und dann habe ich auch versucht, über die letzten, keine Ahnung, ich glaube so 60 Mal oder vielleicht sogar 80 Mal schon, immer eine andere Anmoderation zu machen. von der Stimmung her, aber textuell immer dieses, herzlich willkommen zu, ah, der Kurzfunk von ach, wie immer, zehn Hinweise und so weiter und so fort. Ja, wir hatten mal so eine Zeit. So, das habe ich heute auch mal probiert. Das lasse ich einfach. Das stimmt. Nächstes Mal schreibe ich mir das in großen Buchstaben auf meine Zettel hier. Ja, und manchmal flüste ich, so manchmal rede ich irgendeinen Quatsch oder rede wie ein Zauberer oder keine Ahnung. Also so, da wird einfach alles mal durchprobiert aus Quatsch. Jürgen hat mal auch eine Anmoderation gerappt, auch ganz, ganz fantastisch, auch sehr hören zu werden. Ja, mit so einem Autotune, mit so einer Autotune-App. Ja. Das war ein bisschen gruselig. Ich habe so viele Podcasts, Podcasts in meinem Podcasts, dass ich eine riesige Nachholwelle habe, wenn ich irgendwann meine Rente bin, dann hole ich das alles nach und wenn ich das jetzt so höre, muss ich sagen, schade, 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 dass ich das jetzt nicht gehört habe. Also nicht rappen hören, das hätte ich schon ganz gerne mit Autotune im Hintergrund. in welcher Folge das war. Das ist auch schon wieder einige Monate her, glaube ich. Verflixt, verflixt. Also gut, es gibt also zwei Typen. Das war sowieso etwas, was ich ansprechen wollte. Also sagen wir mal, das große Format, wo du, Jürgen, eine Persönlichkeit, eine historische, humorvolle, eine Persönlichkeit, was ist denn gerade jetzt passiert, ich habe ja einen Kick-to-Talk und irgendwie hat sich das gerade, wahrscheinlich erst einen Fuß abgebrochen. Na gut. Ich hoffe, es ist nicht deine. Nee, das Kästchen, auf dem ich stehe, jetzt wackelt es plötzlich. Vorher hat es nicht gewackelt. Solange ihr mich hört, ist das technisch in Ordnung und dann werde ich meinen Fuß auch da drauf lassen. Es gibt die große Form, wo du also was vorbereitest und den anderen beiden vortragst und die dürfen dann einfach dazwischen quatschen oder wie ist die Konstruktion? Genau, das war so die Idee. Die sind schon angehalten, irgendwie dazwischen zu reden und Fragen zu stellen und Kommentare abzugeben und das Ganze so ein bisschen, naja, also ich wollte kein, was ich nicht machen wollte, war so ein langweiliger Geschichtsvortrag, weil erstens kann ich das nicht und zweitens, wenn das so abgelesen klingt, so da schlafen ja die Leute ein. Und dann haben wir gesagt, naja, okay, dann machen wir es doch so, dass einfach zwei Leute in der Runde so die Rolle des Publikums übernehmen und genau wie das Publikum wahrscheinlich bei seltsamen Wendungen in irgendwelchen Biografien plötzlich Fragen hätte, genauso haben die zwei dann immer mehr oder weniger sinnvolle, sinnfreie Fragen so unterwegs. Ja, also die Folgen, die ich gehört habe, muss ich sagen, funktioniert das auch richtig gut. Also diese Aufteilung in du bist sozusagen der, in Anführungszeichen, seriöse Vortragende und dann hast du da so ein bisschen marodierendes Publikum da daneben. Genau. Das funktioniert wirklich. Finde ich da auch schön, dass die beiden auch total unterschiedlich sind. Der Philipp, der platzt raus, was ihm gerade, also ich glaube, es geht ihm noch nicht mal durch den Kopf, das liegt, glaube ich, oft direkt auf der Zunge und der Dominik ist dann eher so der Ruhige, der dann hinterher so, ja, Moment mal und dann nochmal so nachdenklich irgendwie ausholt und nochmal irgendwie reingescht ist. Finde ich sehr schön. Aber dann kommen die Knaller von ihm. Ja, ja, also das ist beides eine andere Art von dazwischen Grätschen und Komik, aber finde ich beides super und das ergänzt sich super. Und klar, da hat auch jeder für sich, ich sag mal, in diesem Konstrukt sein Eck gefunden und mir ist auch bewusst, dass ich da in dieser Rolle von dem, der, der halt schneller reinplatzt bin und dann bleibe ich auch in der, also beziehungsweise mir fällt es nicht besonders schwer und weil ich ja auch weiß, dass Jürgen auf das baut und Dominik dann die Zeit hat und die verschlauen, tiefgängigen Fragen stellt, dann nehme ich mich da halt auch in die Richtung eher zurück und schaue, dass ich dann halt mit den schnellen Sachen eher punkte. und ich meine, ich versuche das natürlich auch zu triggern, also ich versuche dann schon Dinge so zu formulieren, dass sie so klingen, dass man nachfragen muss oder dass man irgendwie einen blöden Spruch auf den Lippen haben muss eigentlich. Aber noch hast du es noch nicht geschafft, einen blöden Zwischenbemerkung von mir vorzugreifen mit genau dem, was ich gesagt habe, aber du warst schon massiv nah dran bei vielen Sachen. Das war fantastisch, da zieht er irgendwann mitten im Skript, ich mache eine Zwischenbemerkung, ziehe raus, ah, ich hätte jetzt nicht, ich habe mit einer Zwischenbemerkung gemerkt, aber, oh, ich hätte nicht den Bits erwartet, den du gemacht hast, sondern einen ganz ähnlichen, aber okay und weiter an der Stelle. Naja, man kennt sich dann irgendwann, ja. Ja, ja. Also ich habe euch beim Schreiben schon immer im Ohr, tatsächlich. Du kannst triggern. Wenn ich dieses Wort sage, dann wird Philipp das sagen. Ja, manchmal, manchmal gelingt es so mehr oder weniger, genau. Das ist echt auch schon, aber was ich noch sagen wollte, das ist natürlich auch ein Konzept, das ist jetzt nicht komplett auf unser Mist gewachsen, das gibt es so ähnlich in einem amerikanischen Podcast, den ich sehr, sehr gerne mag und den ich auch an der Stelle nur wärmstens empfehlen kann, das ist The Dollop und die machen das Ganze mit der amerikanischen Geschichte und da mit diesen ganzen Sklaven-Dingen und den ganzen, ja, amerikanischen Eigenheiten gibt es da natürlich eigentlich noch viel absurdere Dinge als bei uns hier so im Raum, aber wir haben gesagt, okay, dann lassen wir den Amerika und wir konzentrieren uns so ein bisschen inhaltlich auf Deutschland und Europa. Ja, ist doch eine gute Aufteilung der Welt, ich glaube, damit können die dann auch gut leben. Ich glaube auch, ich habe irgendwann sogar mal eine Mail hingeschrieben und habe gefragt, ob wir ein deutsches Franchise machen dürfen, aber die haben sich nie zurückgemeldet. Okay. Die sind sehr beschäftigt, das sind zwei US-Comedians, die auch immer viel auf Tour sind. Ja, genau. Also das sind richtige Comedians, die auch wirklich Stand-Up auf der Bühne machen und so. Und ich glaube, die haben aber auch so ein Schreiber-Team, oder? Weil die hauen jede Woche, glaube ich, eine Folge raus. Die haben eine komplette Redaktion dahinter, ja. Aber die machen, ich glaube, zweimal die Woche oder alle zwei Wochen, das kriege ich immer nicht hin. Bi-Weekly, ist das zweiwöchig, oder? Ich glaube, Bi-Weekly ist nicht komplett definiert. Also ich glaube, Bi-Weekly könnte beides sein. Deswegen sollte man entweder sagen twice a week oder twice a month, damit es klar ist. Ja, das kann auch sein. Vielleicht machen die da auch einen Gag draus, den ich nicht verstanden habe. Im Unbestimmten übrig lassen, sozusagen. Also den kann ich sehr empfehlen. Die haben, glaube ich, schon um die 350 Folgen oder so. Die machen das schon seit Jahren. Und da sind auch echt einige sehr, sehr schöne, sehr, sehr schöne Dinge dabei. Und liebe Leute, hört es an, denn ich habe leider Hörverbot. Ja, stimmt. Was? Wieso? Manchmal kommt eine Themeninspiration dabei raus. Ah, okay. Ja, verstehe. Okay. Zum Beispiel hatten wir eine Folge mit einem deutschen Grafen, Van Kosel hieß der. Und der ist irgendwann nach Amerika ausgewandert. Und deswegen haben die den mal behandelt. Aber da habe ich gedacht, die Geschichte ist einfach zu schön. Und er hat ja deutsche Wurzeln. Und dann habe ich mich da inspirieren lassen, habe mir die Biografie gekauft und habe das auch noch mal eigenhändig aufbereitet. Die Folge heißt Dominiks Karl-Tenzler-Trauma. Genau, also das ist die Folge, die ist dem Dominik, glaube ich, nicht so gut bekommen. Er war sehr grau am Ende der Folge. Und bitte, auch wenn uns viele Zuhörerinnen und Zuhörer geschrieben haben, dass sie das jetzt in den Weg zum Urlaub mit der Familie gehört haben und ihr Kind sitzt hinten drin und es war acht Jahre alt, denke ich mir. Das ist vielleicht eine Story, die ist vielleicht ab 14 geeignet oder so. Also die ist schon ein bisschen, ja, interessant. Ich fand sie total romantisch. Ja, das auch. Nee. Ja gut, also manche Lebensgeschichte ist ja vielleicht auch tatsächlich etwas, wo man ein gewisses Alter haben sollte, um überhaupt das verstehen zu können beziehungsweise ohne Schaden zu nehmen. Das Problem ist ja, wenn es über die Lebensgeschichte hinausgeht, aber immer noch um die Figur geht. Aha. Das muss ich jetzt genauer erklären. Hört die Folge an. Aber nur, wenn ihr alt genug seid, genau. Ja. Geht um unsterbliche Liebe. Ja. Ah, okay. Ja, also wer da auch getriggert wird oder davon oder sowas, dann lieber nicht. Was? Wenn ich von romantischer Liebe getriggert werde, dann nicht hören? Ja, also sagen wir, sehr romantische Liebe, sehr größer, larger than life und länger als das Leben und über den Tod hinaus. Genau. Jahrelang über den Tod hinaus. Aha. Aha, okay. Aber einer, einer von beiden über den Tod hinaus. Ja, ja, Dann ahne ich, worauf es sind. Oh, ja, das könnte madig machen, sozusagen. Das ist eine ganz gute Umschreibung. Entschuldigung. Da empfehle ich jetzt das Mord- und Nougat-Crisp zum Themenbereich Mumienentwicklung. Sehr gut. Na gut, also ausstopfen wäre ja auch noch eine Variante. Die ist dann aber gut. Da findet sich natürlich keiner. Äh, äh, was ist mal. Auch Lars kam vor. Äh, genau, das war auch Teil der Geschichte. Mhm. Sehr gut, sehr gut. Wo du aber gerade die amerikanischen, quasi Profis erwähnst und dem Franchise-Gedanken, ähm, das klingt ja so nach Business. Ähm, macht ihr das, um Business zu machen? Oder ist das ein reines Hobbyprojekt? Oder ist das irgendwas in between, wie die Amerikaner wahrscheinlich sagen würden? Wie ist das denn für euch so? Ja, also wir machen das nicht, um Business zu machen. damit hätten wir, glaube ich, ähm, das wäre, dann hätten wir schon irgendwann aufhören müssen, glaube ich. Du könntest ja deine Fähigkeiten, schöne Texte zu formulieren, äh, auch für deine Kundschaft sozusagen, für potenzielle Kunden präsentieren. Naja, also es ist schon so, ich habe mich vor einem Jahr selbstständig gemacht und das ist schon jetzt ein Gedanke, ne, zu sagen, okay, irgendwie, ähm, wäre es natürlich ganz cool, wenn man die Zeit, die man in so Podcast-Projekte steckt, irgendwie auch ein bisschen vergütet kriegt. Da denken wir schon drüber nach, aber das ist jetzt nicht so, dass wir da jetzt, ähm, irgendwie einen konkreten Plan hätten oder irgendwie, dass was konkret am Horizont wäre. Ähm, was ich eigentlich eher mache, ist dann Geschäftsleuten eher so Podcast-Beratung irgendwie anzubieten. Was jetzt aber nicht heißt, dass wir uns da komplett davor verschließen, also es kann durchaus sein, dass wir vielleicht auch irgendwann mal einen Sponsor haben werden. Kann ich mir schon vorstellen, ja. Hm, wer könnte das denn sein? Ein Papierhersteller? Vielleicht ein Sarg, ein Sargbauer oder so. Ach ja, natürlich, klar. Naja, wobei, das mit dem Papier ist ja gar nicht so weit weg, weil wenn man bei Jürgen rüber guckt, wenn er nicht direkt am PC arbeitet, sondern öfter die Sachen auch mal ausgedruckt hat, dann staunt man da einfach auf, ja, so um die 40 Seiten ausgedruckten Texte, die er damit bringt. Und die hat er ausgeschrieben und ausformuliert. Ich möchte damit sagen, es ist einfach beeindruckend, was du in so eine Folge alles reinpackst. Und ich mache es jetzt in ganz ironischem, oder in ganz speziellem Kontext, wie wenig Zeit du für diese absurde Menge brauchst. Ich finde es ganz bewundernswert. Du liest hier in der Regel so ein, zwei Bücher, dann oft zu den Themen recherchierst noch, schreibst eine unheimliche Menge an Text und bleibst trotzdem, was du uns eben so als Schätzung sagst, von den Stundenanzahlen her ja immer noch in einem relativ, ja, für den Podcast absurd hohen Bereich, aber für die Menge an Text, die du produzierst, ja eigentlich schon wieder relativ gering im Bereich, finde ich. Naja, das ist, ja, das ist so ein bisschen gelerntes Handwerk natürlich zum einen. Ich mache das wahnsinnig gerne zum anderen. Und das bringt mich natürlich schon auch dazu, jetzt gerade, wo ich meine Zeit relativ eins zu eins gegen Geld haue. Ich meine, als Angestellter ist das ja so ein bisschen abstrakt, wie viel Geld man für seine Anwesenheit bekommt. Aber jetzt so als Freiberufler sehe ich ja schon sehr genau, was meine Zeit kostet und was die wert ist und was andere dafür bezahlen und was ich da damit anstellen kann. Da ist es schon nochmal eine Überlegung zu sagen, wenn ich in so einem Podcast, sagen wir mal, zwei Tage, drei Tage Vorbereitungszeit stecke, ob man die nicht irgendwie mit Geld aufwiegen könnte, so um sich da einfach ein bisschen Zeit für freizuschaufeln. Aber so eine richtige Antwort habe ich eigentlich noch nicht auf die Frage. Das ist völlig nachvollziehbar, dass man auch vielleicht als Hobby oder als Laune sozusagen mit dem Spaß, also mit der Experimentierfreude einfach mal irgendwie anfängt und sich dann möglicherweise dann auch irgendwann mal so einen Punkt ergibt, wo man dann genau, wie du es gerade sagst, ich setze hier Stunden ein und üblicherweise tausche ich diese Stunden gegen Geld. Warum funktioniert das denn an der Stelle nicht? Soll es Hobby bleiben? Soll es vielleicht was anderes werden? Ich kann das irgendwie. Ich merke, dass ich, du kriegst da was auf dem Boden. Warum soll ich mit dieser Fähigkeit nicht vielleicht auch noch irgendwie einen Erwerb gestalten? Ja, das wird in Podcastkreisen ja häufiger so ein bisschen als Verrat oder sowas diskutiert. Das ist ein Reizthema gerade, ja. Ja, ne ja, schon acht, also bei mir lässt es stark nach. Es reizt mich persönlich nicht mehr, aber da werden halt immer so Glaubenskriege geführt und wie man das halt macht. Jeder soll es tun, wie er es für richtig findet, finde ich. Ich mag da persönlich keine, es muss halt funktionieren. Ja, also ich finde auch, da muss man halt einfach auch moralisch irgendwie dahinterstehen können. Das muss halt irgendwie dann, wenn man über Werbung nachdenkt, meiner Meinung nach, muss das schon irgendwie auch mit so einem redaktionellen journalistischen Anspruch irgendwie funktionieren. Also, dass man sich nicht quasi in seine Inhalte reinreden lässt von irgendwie Werbepartnern. Oder dass man, wenn, dass man das zumindest transparent macht. Und da ist, glaube ich, aktuell einfach noch kein, noch kein Standard gefunden oder noch kein goldener Weg gefunden. Und deswegen kochen da immer auch so die Gemüter ein bisschen hoch. Also, ich kann das schon nachvollziehen. Aber, ja, bei mir verschwimmt da gerade so ein bisschen die Grenze. Ich hätte das, glaube ich, nie angefangen, wenn ich, also nie mit dem Vorsatz, das muss jetzt wirklich Geld abwerfen, sonst stellen wir es wieder ein. So, das ist schon ein sehr, sehr idealistisches Projekt. Aber, das wäre natürlich schon auch jetzt ganz schön, wenn sich das auch am Ende des Monats so ein bisschen auf dem, auf dem Bankkonto irgendwie niederschlagen würde. Ja, wir hatten in der letzten Ausgabe den Oliver Wunderlich, der ja versucht mit dem Morgenradio, also mit der Ellen Anders zusammen und dem Morgenradio auch eine, also wie sagt er so schön, seine, nicht die Miete, sondern er muss die Hypotheken abzahlen oder irgendwie sowas. Also, er hat genug Geld rein, also was üblicherweise, was Mensch und, also Mann und Frau sozusagen ernährt und eben die laufenden Kosten deckt. Und die sind, also die probieren da seit zwei Jahren an einem Modell rum und haben das jetzt nochmal massiv verändert. Das war so eine Paywall, die haben es eingenösen. Jetzt machen sie eine, einen Club auf, eine Sekte, wie er das lustigerweise nennt, wo man dann auch irgendwie Mitglied wird und dann hat man da Vorzüge irgendwie. Also, ganz schwer am Experimentieren, also was, was man machen kann. Und es funktioniert, also hat nicht in alter Zeit, sagte er, er hat nicht die Menschen erreicht, so wie er gehofft hatte, sie zu erreichen. Irgendwie hat das nicht wirklich gezündet. Aber sie bleiben dran. Sie wollen diesen Traum nicht aufgeben. Finde ich beeindruckend, ehrlich gesagt. Aber schön. Ja, sehr schön. Das ist aber auch genau das, was ich meine. Es gibt noch keinen goldenen Weg. Die einen sagen, wenn du dir irgendwie einen Sponsor holst, oh, das ist ganz böse, das geht gar nicht, dann redet dir jemand in die Inhalte. Und die anderen machen dann sowas wie Inhalte gegen Geld tauschen, so eine Paywall. Und das ist dann aber auch wieder nicht richtig, weil dann grenzt man ja Leute aus. Und das ist schwierig irgendwie. Ja, auf das Argument hat er geantwortet, dass man eben, sagen wir mal, sozial verträgliche Abonnements auch gestalten könnte. Also wenn jetzt jemand kommt und sagt, das ist mir zu teuer, das kann ich mir nicht leisten, ich bin aber trotzdem großer Fan, dann hätte er halt das Abo verschenkt oder was auch immer. Also solche Modelle lassen sich ja auch sehr beliebig justieren. Ich bin sehr froh, dass ich das hier als Hobby betreiben kann. Da brauche ich mir über diese Sachen überhaupt keine Gedanken zu machen. Ich muss mir auch nicht überlegen, wie viel von den Einnahmen, die hier das Produkt abwirft, muss ich jetzt an Lars, an Sebastian und an Claudia weitergeben und vielleicht noch an Melanie und Marc und Jörg im Hintergrund, sondern es gibt einfach nichts. Und die paar Spenden, die eingehen, die gehen in die Aufonik-Kasse und die werden unmittelbar fürs Produkt und fürs Projekt wieder eingesetzt. Also da mache ich es mir persönlich sehr leicht und bin da sehr froh drum. Vor allen Dingen, wie ich letzte Ausgabe hörte, muss man ja, wenn man zum Beispiel so etwas wie eine Payroll macht oder was verkauft, muss man ja dem Finanzamt gegenüber nachweisen, wer sind denn eigentlich die Käufer? Und wenn die auch noch im Ausland sitzen, verschiedene Steuersätze berechnen. Sebastian hatte das dann nochmal kurz erklärt. Zum Glück gibt es da eine Vereinfachung inzwischen. Aber als ich das so gehört habe, habe ich nochmal dreimal innerlich Danke gesagt. Danke, dass das nur ein Hobby ist. Da hat man auch keine Lust drauf. Aber genau, so ähnlich ist es bei uns auch. Also wir nehmen auch Dank und Spenden entgegen und das ist halt was, das aktuell sehr viel in Bücher zum Beispiel fließt. Bücher und Technik und die Hosting-Kosten, die laufenden Kosten, die man so hat. Ganz klar, ja. Aber gut, ihr sucht also noch, oder du suchst, ja, oder ihr, also schon, also du wirst schon die Vermarktung, das über den Gesamtpodcast oder das Gesamtprojekt irgendwie, wenn es überhaupt mal soweit kommt, denken. Oder würdest du das quasi, würdest du die beiden anderen einkaufen, zukaufen? Das ist tatsächlich eine steuerlich sehr interessante Frage, auf die ich noch keine richtige Antwort habe. Also so inhaltlich haben wir uns darüber schon ein bisschen ausgetauscht und wir würden uns dann wahrscheinlich so einigen, dass das so ein bisschen nach Aufwand dann aufgeschlüsselt verteilt würde. Ah, interne Kostenabrechnung. So ungefähr. Aber wie man das steuerlich macht, da muss ich mich auch echt wirklich schlau machen, wenn es so weit kommt. Also da habe ich keine Ahnung. Ich meine, als Freiberufler kann ich Rechnungen schreiben, ja, aber was mache ich dann, wenn ich das dann weiterreiche an andere? Das ist mir im Moment nicht klar. Sebastian, kannst du da spontan, so wie letztes Mal, irgendwas zu sagen? Gerade nicht, nee. Also es gibt ja grundsätzlich für Privatpersonen die Möglichkeit, dass man auch als Privatperson eine Honorarnote schreibt, zumindest hier in Österreich ist das so. Und dann könnte man es halt auch in die Verrechnung reinhauen. Aber das ist jetzt auch ohne Gewehr. Also das ist so der Themenbereich, vor dem ich mich auch immer am meisten drücke. Ja, stimmt. Es gibt so eine private Rechnung, gibt es tatsächlich auch. Aber ich weiß nicht, wie da die Bedingungen und Abhängigkeiten sind. Aber stimmt, ja. Also für den lokalen kleinen Radiosender, den es bei uns in der Gegend gibt, für den habe ich ja damals die Sendeplanung geschrieben, die sie noch benutzen. Und für die Pflege machen wir so alle drei Jahre einen kleinen Honorarvertrag. Das heißt, ich unterschreibe was und ich bin dann eben selber dafür zuständig, dass das Ganze mit sauber durch das Finanzamt läuft. Das ist also so ein kleines Honorar-Ding, genau wie das, was ich gerade, so wie ich das wahrgenommen habe in Österreich. Und das gibst du einfach in deiner Steuererklärung dann mit an? Ja, genau. Also ich lasse es angeben durch meine Steuerberaterin, weil ich irgendwann festgestellt habe, wenn ich es selber mache, ist die Sache viel zu teuer. Ich bin da eine totale Niete drin in diesen Dingen. Und das Schöne ist, dass die Steuerberaterin mir mehr Geld spart an Steuer als ihre Rechnung beträgt. Dann funktioniert das Konzept gut, ja. Ja, also so gewinnen wir alle. Das ist sehr fein so. Ja, sehr gut. Okay, da ist noch Spielraum nach allen Seiten. Das muss man erst noch lernen. Kommen wir mal wieder weg von diesen Vermarktungsüberlegungen oder Finanzierungsüberlegungen. Also halten wir fest, im Augenblick ist euer Angebot frei. Ihr macht es als Spaß an der Freude, aber ihr nehmt auch Spenden entgegen. Auf welche Wege kann man euch spenden? PayPal ist eigentlich so der bewährte Weg. Ich suche gerade noch nach einer Möglichkeit, das mit Überweisung irgendwie sauber zu regeln. Aber im Moment ist es eigentlich PayPal. Das Problem bei Überweisung ist doch, in Anführungszeichen, nur, dass man ein Konto finden muss, wo keiner eine Abbuchung, Buchung, wie heißt denn das, auslösen kann. Also dass das in eine Richtung so geht. Lastschrift, genau. Lastschriftverhinderung. Ein Lastschriftverhinderungskonto. Spannend. Genau, und da habe ich jetzt einfach noch nicht die Zeit gefunden, da wirklich irgendwie zu schauen, ob eine meiner Banken das irgendwie relativ problemlos anbietet, sodass man das im Internet am besten zusammenklicken kann. Geht nicht einfach ein Unterkonto, wo einfach sonst niemand Zugriff drauf hat und wo einfach nur die Eingänge reinkommen? Oder ist das jetzt so einfach gedacht? In dem Moment, wo du deine Kontodaten veröffentlichst, könnte irgendjemand im Zweifelsfall eine Lastschrift von deinem Konto einziehen, wenn das quasi erlaubt ist. Also du müsstest das Konto komplett gegen Lastschriften sperren, dann ist es eigentlich gefahrlos, die Daten zu veröffentlichen. Aber sonst könnte irgendjemand ja auf deine Rechnung bestellen und dann einfach die Daten eintragen. Okay. Aber es gibt so, ich glaube auch, dass bei der Diva, es gibt so Sparkonten, ich glaube, da ist es so, dass die grundsätzlich keine Lastschriften erlauben. Aber wie gesagt, da hatte ich einfach jetzt noch nicht die Zeit für mich damit Eingegender zu beschäftigen. Herzlich willkommen beim Finanzberatungs- Ja, genau. Wir bringen Ihren Podcast an den Start. Gehen wir doch mal wieder zurück zu dem 2A. Da bin ich thematisch sicherer. Gut. Also kommen wir von der, also wir wissen jetzt sozusagen, wo die Ideen herkommen. Du setzt dich hin, kaufst Bücher, lässt dich inspirieren, hörst andere Podcasts und hast plötzlich irgendwelche Lebensläufe und versuchst sie dann aufzubereiten bis zu 40 Seiten. Also richtig ordentlich gehst du da heran in die Recherche. Dann passiert was. Ihr setzt euch zusammen, habt einen Aufnahmeraum in Nürnberg, habt gewisse feste, regelmäßige Termine. Dann kommt der Philipp und schleppt die ganze Technik dahin und nimmt auf und geht dann nach Hause und schneidet das alles zusammen. Oder wie geht das einfach ganz praktisch? Erzähl doch mal. Das war jetzt eigentlich schon relativ gut getroffen. Ja, ich wollte gerade sagen. Das trifft es eigentlich schon ziemlich auf den Kopf. Die Technik ist inzwischen, ja, dadurch, dass Jürgen podcastet und ich podcaste und wir beide unabhängig voneinander noch mehrere Projekte haben, hat irgendwie jeder ein bisschen Equipment. Von daher ist es eigentlich egal, wer es mitbringt. Aber ja, im Endeffekt wir da so einen Haufen Technik aufeinander, was ich auch schön fand. Von Anfang an war klar, wir wollen alle so ein bisschen die Nerd-Lösung, gleich mit Reuspertaste und hast du nicht gesehen und Ultraschall und Reaper. Und ja, das war von Anfang an gleich so ein Hurra. Wir gehen in die Vollen. Wir haben alle drei da total Lust drauf. und im Endeffekt sieht es dann genauso aus. Und ja, dann sitze ich dann vor, ja, jetzt zuletzt, was waren es mal, viereinhalb, fünf Stunden Audio-Material und dann wird geschnitten, Kapitelmarken gesetzt, Reusper-Spuren nachkorrigiert, Sachen rausgeschmissen, Intro manchmal noch irgendwo ein bisschen verschoben, Lautstärkenanpassungen, dann fliegt das Ganze raus, wird mal mit dem Ophonic Offline-Render dagegen geprüft, ob das so ungefähr passt, dann nochmal gegen und Probe gehört. Dann kriegen es die anderen zwei nochmal vorab zum Hören. Dann wird es bei, ja, dem Host, der dann den Rest verarbeitet, hochgeladen und dann schreibt uns der Dominik oft noch so einen schönen Sendungstitel drüber und dann fliegt das Ganze endlich online. Also macht Dominik doch mehr als schön aussehen. Das müssen wir mal festhalten. Ja klar. Das stimmt. Das stimmt. Wir haben die Pizza vergessen. Es gibt meistens vor der Aufnahme noch Pizza. Oh, das scheint ein bewertes Prinzip zu sein. Ja, und ihr trinkt Bier. Ja, wir trinken auch Bier. Genau, ich wüsste nicht, ob ich schon jemals einen Podcast komplett nüchtern aufgenommen habe. Ich glaube nicht. Sehr gut. Okay. Und das bei insgesamt, was haben wir, wenn man die Folgen alle zusammenrechnet, sind es so 135 ungefähr. 100 Bonusfolgen und die 35 vollen Folgen. Genau. Also für alle, die sich jetzt wundern, hä, aber es ist doch nur Folge 34 draußen, aber wir haben ja mit der Null angefangen. Ja, und wir haben die 14,5. Die hast du geteilt. Oh ja, stimmt. Stimmt. Und dann noch die Bonusfolgen für das schöne Weihnachtsgewichtel, das Pottgewichtel, da gab es ja dann auch nochmal Bonusfolgen. Genau. Da kann man ja gar nicht richtig zählen bei euch. Da kann man ja gar nicht 100 richtig feiern. Na gut, wir feiern trotzdem. Egal. Die 100 Bonusfolgen. Ja, immerhin. Genau. Aber auch nur Bonusfolgen. Eigentlich ist ein Bonus was Seltenes. und ihr macht einen Bonus gleich 100 Mal. Also das ist auch richtig schön. Ja, schön schräg. Sehr, sehr gut. Ist ja auch schön. Wir konnten ja schon auch mit vielen anderen Podcasterinnen und Podcastern die Folgen gestalten, sodass wir Leute bei so einem Chaos Communication Kongress so eine komplette Runde zu Gast hatten, aber auch alle möglichen Leute einladen konnten. Jetzt zuletzt zum Beispiel Toibi alias Teutelbier alias Philipp, der in seinem Nussschale-Podcast in kurzer Zeit die Welt erklärt, der war jetzt zum Beispiel unser letzter Gast. Das heißt, wir haben da auch, wie jetzt wir hier ja aus unterschiedlichsten Ecken Deutschlands miteinander reden, so haben wir bei den Remote-Folgen auch öfter mal Gäste. Die wesentliche Frage ist aber, wie viele L's und P's der Toibi hat. Genauso viele wie ich. Genauso viele. Ja, und der Mann, der unser Intro spricht, auch genauso viele. Das ist zu einfach. Ja. Es gibt so viele. Haben die dann auch alle Mail-Adressen auf deiner Domain? Oh, das ist eine fantastisch gute Idee. Eine fantastisch gute Idee. Mit Philipp Ad eine L-Folge. Also der eine kriegt der echte Ad und so weiter und der zweite kriegt dann The Real und die dritte Person dann der einzige Ware. Also ich finde es lustig, wenn vorne immer Philipp in unterschiedlichen Schreibweisen dann wäre. Das könnt ihr machen, das könnt ihr machen, wie ihr möchtet. Fantastisch, fantastisch. Okay, das Hosting macht ihr auf WordPress mit Podlove selber oder benutzt ihr da einen Dienstleister? Also haben wir am Anfang gemacht, inzwischen sind wir aber bei Podigy. Also die Webseite ist weiterhin selbst gewordpressed, aber sozusagen Audio-Backend, RSS-Feed und Co. ist bei Podigy gelandet. Einfach aus Erleichterungsgründen oder gab es da irgendwie mal Probleme mit WordPress oder so, wo ihr gesagt habt, das ist alles zu frickelig, jetzt gehen wir lieber in so einen sicheren Hafen oder gibt es ein Argument? Eigentlich, weil ich die Jungs einfach gerne mag, die machen coole Arbeit, das ist ein cooles Projekt, die beauftragen mich manchmal als Texter und das finde ich natürlich auch gut und dann war das für mich irgendwann mal eigentlich keine große Frage mehr, dann wollte ich da eigentlich unbedingt hin. Hallo Vanilla Chief, Grüße. Es ist so süß, ich habe einen Blütenschatz heute, das ist der Toibi und ich habe ein Setzling mitgebracht, da ist der Vanilla Chief mit drin. Das ist total witzig. Die Welt ist ein Dorf. Ja genau, diese Welt, diese Welt ist ein Dorf. Sehr schön. Ja jetzt bin ich eigentlich durch mit meinen Fragen. Ne, warte mal, ihr hattet ja gerade angedeutet, ganz geschickt, dass ihr noch weitere Projekte, nämlich einzelne Podcast-Projekte habt. Das wäre die Gelegenheit, da mal drüber zu sprechen, was denn der Jürgen, der Werbetext, ja Werbe, machst du Werbetexten, Texter, so egal. Was du denn noch für weitere Projekte hast, individuelle? Also ich habe Anfang des Jahres noch einen zweiten Podcast gestartet, der mir auch schon sehr lange unter den Nägeln brannte. Und zwar muss man vielleicht wissen, ich bin chronischer Schmerzpatient. Das ist auch ein Hauptgrund, warum ich mich irgendwann selbstständig gemacht habe, weil ich einfach das im Büro nicht mehr ertragen habe, zu fest vorgeschriebenen Zeiten. Und daraus habe ich gedacht, da muss ich irgendwie was draus machen, einfach weil das Thema Schmerz in der Öffentlichkeit oft ein wenig so totgeschwiegen wird oder weil Angehörige von Schmerzpatienten oft überhaupt nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen oder weil Schmerzpatienten oft auch ein bisschen isoliert leben und irgendwie sich allein gelassen fühlen mit irgendwie so einem chronischen Schmerzbild. Und daraus ist dann Anfang des Jahres zusammen mit der Lisa, die eine ähnliche Erkrankung oder ein ähnliches Problem irgendwie hat, die Schmerzenssache geworden. Kann man hören auf www.schmerz.fm. Auch so ein Wortspiel, ne? Somit nochmal, ich habe da reingeredet, ich schreibe es mir gerade auf, Schmerzenssache, Lisa und Jürgen. So, jetzt nochmal, wo kann man es hören? Bei schmerz.fm. Genau, mit oder ohne www, ist egal. Aber ja, ohne Wortspiel kriege ich keine Domain. Es ist ja auch, vieles ist ja schon weg, muss man ja auch sagen. Da muss man schon einfallsreich werden langsam. Manche, die wirklich guten Sachen werden weg. Na, so die einfachen, die offensichtlichen. Ja, okay, okay. Wie viele Folgen habt ihr da schon gemacht? Anfang des Jahres ist ja noch nie so lange her. Lebt ihr schon richtig? Oder ist das noch ein Selbstling? Bei zwei Folgen im Monat und haben jetzt die zehnte oder die elfte. Ja, ich glaube die elfte, mit einer Nullnummer die elfte. Also Philipp, ich teile gerade deine Bewunderung für den Jürgen, was der für ein Output hat. Ja, ja. Uff. Uff. Vor allem mit der Qualität halt noch hinterher. Das ist schon ganz, ganz großes Kino, definitiv. Ja, also für mich ist, muss ich fast schon sagen, das ist entspannend verglichen mit dem anderen Podcast. Da muss ich im Grunde fast nichts vorbereiten. Wie Glieser. Redet ihr nicht so viel dazwischen oder warum? Das auch. Das auch. Da haben wir mehr Gesprächsdisziplin. Nee, also ich habe einfach fast null Vorbereitung. Ich muss hinterher zwar schneiden, aber das ist dann verglichen mit dem, was ich sonst vorher mache, eigentlich relativ wenig. Die sind auch nicht ganz so lang, die Folgen. Ist der Fokus da, so die Situation als Schmerzpatient zu schildern oder Medikamentenempfehlungen zu geben? Also mir hat Pille A besser geholfen als Pille B oder ich bin da ganz nach naiv gefragt. Was ist das Konzept? Ja, nee, das ist ganz gut, dass du fragst. Weil eigentlich, es gibt schon viele so Gesundheitspodcasts, die halt ja so aus der Ratgeber-Ecke kommen und davon wollten wir uns eigentlich ganz klar distanzieren. Also wir beschreiben persönliche Erfahrungen. Also wir sagen schon, wenn uns was gut getan hat oder nicht. Aber wir geben keine Ratschläge. Einfach, weil wir uns mit dem Thema ja auch selber gar nicht wirklich gut auskennen. Also das ist so ein bisschen, das begleitet unsere Suche nach Antworten und nach Lösungen und nach Wegen, damit einfach umzugehen. Und gar nicht so sehr, auch wenn es manchmal so klingt, als würde Lisa jeden gerne zum Yoga überreden, wir wollen eigentlich niemandem wirklich Ratschläge geben. So, das können wir gar nicht. Ja gut, in dem Moment, wo man etwas mit Wirkung erfahren hat und dann mit Begeisterung darüber redet, klingt das natürlich immer so ein bisschen wie, das müsst ihr jetzt auch machen, das ist für alle gut. Ja, aber deswegen wiederholen wir das auch gerne, dass wir uns da wirklich, also es geht da um uns und um unsere Einschätzung und das muss jeder dann für sich selber entscheiden. Und es ist natürlich schön, wenn da jemand inspiriert ist davon, dann irgendwie mal was Neues auszuprobieren. Also wir kennen das ja auch, dass man dann oft mal in so einem Loch sitzt und eigentlich sich überhaupt nicht mehr mit seiner Krankheit und mit Ärzten und mit Tabletten und mit irgendwas auseinandersetzen mag und einfach nur noch irgendwie das von sich schiebt. Aber wenn sich da dann jemand irgendwie so ein bisschen motiviert fühlt, mal was Neues auszuprobieren, dann ist eigentlich, ja, mehr können wir uns eigentlich gar nicht wünschen. Ne, das stimmt nicht. Aber insgesamt doch sicher ein harter Stoff, in Anführungszeichen. Also nichts mit Humorvermittlung oder historisch, sondern einfach ganz lebenspraktisch. Lebenspraktisch. Also das ist jetzt auch keine komplette Depri-Nummer. Also wir versuchen das auch so ein bisschen mit, so leicht zu nehmen, wie es halt geht. Und das auch so ein bisschen, das darf auch gelacht werden. Und es steckt natürlich auch so ein bisschen journalistischer Anspruch dahinter, das Thema Schmerz einfach auch so ein bisschen journalistisch anzugehen. Also wir reden dann auch schon mal mit einem Neurobiologen oder mit einem Mediziner oder mit wirklich Fachleuten über die Hintergründe von diesen Themen. Also du gerade sagst, nicht zum Runterziehen, Hobby QS. Der Björn, der ist ja für mich immer noch ein ganz, ganz großes Vorbild, wo er einfach sagt, ja, von mehr malen wird es nicht besser. Das steht dann einfach. Der steht auch noch, mit dem habe ich auch schon gesprochen, genau. Der steht auch noch auf der Gästeliste. Da müssen wir mal gucken, dass wir mal zusammenkommen, weil das will ich natürlich dann auch, das möchte ich nicht übers Internet machen, da will ich schon die Chance ergreifen, mit dem mal irgendwo im Biergarten zu gehen. Genau, den möchte ich auch gerne mal noch einleiten. Wenn er das jetzt hört, hier Björn, dann melde ich doch mal wieder. Grüße. Und er war ja auch schon bei uns zu Gast in den Kurzfolgen wiederum. Ja, guck mal. Also die Welt ist wirklich sehr, sehr klein. Stell dich doch gerade fest. Gut, Philipp, der macht nicht nur Amateur, Ach nee, Amateur, Improvisationstheater und du machst nicht nur Kurse bei Podstock. Da hast du ja zur großen Freude von vielen Menschen sehr viel Bewegung ins Publikum gebracht, sondern du machst auch noch einen Podcast. Was machst du denn noch? Genau, und zwar einerseits helfe ich ja ein bisschen anderen Leuten gerne selbst zu podcasten und habe aber selber auch noch zwei, naja, noch sehr, sehr kleine Projekte. Das eine ist das Projekt Halbgar und die Prämisse von diesem Podcast ist, dass jede Folge eine Premiere ist. Also es ist immer ein Konzept, wird vorgestellt in dem Podcast, dann wird dieses Konzept auch ausgeführt und dann ist der Podcast zu Ende. Also das heißt, der eigentliche Podcast geht los. Ich erkläre kurz, was jetzt für ein Podcast kommt und dann kommt dieser Podcast. Aber nur diese eine Folge. Das heißt, der geht dann auch nicht weiter. Und es gibt da, also zum Beispiel die ersten Folgen, die ich jetzt da gemacht habe. Beim einen geht es um so alte Videospiele, bei einem geht es um einen fiktiven, also nein, einen fiktiv ausgeführten Nachruf auch auf einen real existierenden Podcast, der aber nicht mehr weitergeführt wird. Und dann habe ich auch einen Gastbeitrag gekriegt. Dann habe ich eine Talkrunde über die ersten eigenen Computer und die Erfahrungen damit. Also die Idee ist, dass ich da einfach eine Spielwiese habe, wo ich alle möglichen Formate ausprobieren möchte. Und es gibt bei dem Podcast auch keinen genauen Plan, wann ich wie oft wie rauskommen möchte. Weil wenn ich eine Idee habe, kann ich es machen, wenn ich da nicht. Das heißt, du machst das ganz solo, ne? Nur mit dir alleine. Ja, ja und nein. Also zum Beispiel diese Talkrunden über den ersten eigenen Computer, die habe ich halt am letztjährigen Chaos Communication Kongress gemacht. Da hatte ich Gäste da. Aber hier zum Beispiel bei diesem Nachruf-Sache, da hatte ich jetzt wahrscheinlich niemanden zu Gast. Also das ist, das schließt sich nicht aus. Witzig. Ich habe so, das, der Johannes ohne Kuh, der hat doch auch mal sowas gemacht, wo er, wie hieß das? Der will doch nur spielen. Und der macht ja aber, ich habe am Anfang auch gedacht, als ich das gehört habe, ich hatte nämlich diese Idee für diesen Podcast im Kopf, habe gedacht, geil, das mache ich. Und dann sagt mir doch jemand, du, und hör du unbedingt von Johannes, der will doch nur spielen an. Und ich bin vom Podstock, das war nicht dieses, sondern letztes Jahr, habe ich mir alle Folgen am Stück angehört und ich saß im Auto und habe die ganze Zeit gelacht und ich war so froh, dass es a, so lustig ist und b, ich habe erst gedacht, oh nein, da macht schon jemand genau diese Idee, die ich hatte. Aber nein, er macht ja nicht neu ausgeführte, reelle Ideen für Podcasts, sondern er macht eher so absurde Podcasts, so der Baustellen-Podcast, der immer mittendrin von Bauläumen unterbrochen wird, den man kaum hört. Oder die Podcast-Oma, die immer nur das Gleiche von sich gibt, irgendwie die Weisheiten sind sehr einsilbig und recht ordinär. Also so, er parodiert in einer ganz tollen Weise Sachen, aber das ist nicht die Idee, da reelle Ideen auszuführen. Und das hat mich in dem Moment dann auch noch so glücklich gemacht, weil ich gedacht habe, so Mensch, dass so was cool ist im Raum, aber es ist nicht das, was ich jetzt mache, sondern das ist noch eine andere Sache. Und die zweite Sache, die ich jetzt kürzlich angefangen habe, weil ich neben dem Quasseln und schnellem Reinreden auch mal etwas gesprochenes und sehr Kürzes machen wollte, ist jetzt der Podcast Redhuhn, also wie Rebhuhn, aber mit D. und das ist einfach nur eine ganz kurze Erklärung von geflügelten Worten. That's it. Es gibt erst zwei Folgen und der hat auch erst diesen Monat angefangen. Ja, sonst wäre das Phrasenschwein auch schon voll. Ja. Super. Das ist ein geflügelten Worten. Super. Also wie gesagt, Halbgar und Redhuhn sind die zwei Dinge. Und weil ich jetzt hier mir einfach schnell die Gelegenheit noch nutzen möchte, ein paar Leuten, denen ich zum Podcasten verholfen habe oder so den letzten Schubs gegeben habe, schmeiße ich auch noch, die erwähne ich auch noch schnell ganz fix nacheinander. Artins Blind Facts. Ein junger Mann begeistert sich total für Radio, hat aber kein Augenlicht mehr. Und produziert selber einen eigenen Radiosender. Also das ist, ich kenne ihn, der ist ein total netter Kerl. Und dann habe ich ihm gesagt, du machst total interessante so Einspieler, veröffentlich die doch als Podcast. Und das hat er jetzt gemacht. Und zwar hat er zwei Podcasts zum Start. Beim einen erzählt er von seinem Radioprojekt, das immer noch so heißt, wie das Jugendradio, das er mal fiktiv gegründet hatte. Geil FM. Das ist auch ein Radiosender, den man reell im Internet hören kann. Und das andere ist eben Artins Blind Facts, wo er über kurz, immer über Themen als blinder Mensch erzählt. So, wie hält der Geldscheine auseinander? Wie zieht er sich an? Wie funktioniert Kochen als blinder Mensch? Dann jetzt recht kürzlich, Modern Dance Experience ist jetzt eine, die Geschichte von einer Dame, die gerade mitten in ihrer Tanzausbildung steckt und sagt, sie will davon erzählen, wie das ist, gut werden beim Tanzen. Also, nicht jemanden zu interviewen und von jemandem reden zu lassen, der das jetzt toll kann, sondern jetzt, von dem Zeitpunkt, wo sie gerade steht und immer besser wird, schon von Anfang an mit dabei zu sein und diesen Prozess zu begleiten. Dann gibt es noch die Zeichnerrunde. Zwei Zeichnerinnen reden über die deutsche Manga-Szene und wie es ist zu zeichnen, welche Materialien es gibt und welche Techniken. Ganz spannend dabei ist natürlich, ein total visuelles Medium mit Worten zu besprechen. Ja. Und zu guter Letzt einen auch erst diesen Monat gestarteten Podcast Entbehrliches. Es gibt einen Blog, der auch so heißt und die sammeln Absurditäten und eben entbehrliches Wissen aus der Wikipedia und sprechen darüber. Und da wurde jetzt unter anderem ja der Schiffshund Bamse erklärt und was es mit gewissen Steinböcken auf sich hat und warum die mehrfach aussterben können. Der Podcast heißt Entbehrliches. So, genug geplagt. Jürgen, jetzt darfst du auch noch. Ja, Moment, Moment, Moment. Ich muss das mal eben noch mal nachfragen. Das klingt ja so, als wenn du als Podcast-Pater durch die Welt ziehen würdest. Bist du aktiv auf die Leute zugegangen oder haben die sich bei dir gemeldet? Habt ihr irgendwo einen Stammtisch, wo sich Leute treffen und finden? Wie habt ihr euch gefunden? Also tatsächlich ein Stück weit beides. Bei manchen kam ich via Twitter drauf, bei manchen überbekannte Freunde, bei manchen, ja, manche sind auf uns zugekommen und wieder andere, also Entbehrliches, da kenne ich die Leute aus dem Studium beziehungsweise sogar noch aus der Zeit davor. Also ganz bunt gemischt, aber ich habe vielleicht jetzt auch den einen oder anderen Podcast vergessen. Es tut mir sehr leid, dass ich jetzt auf die Schnelle nicht alle drauf hatte, aber wer auch immer da Lust hat, wer da Starthilfe braucht, Fragen hat oder einfach mal in ein Mikrofon sprechen will, der kann natürlich immer gern auf mich und Jürgen zukommen. Wir versuchen auch gerade in Nürnberg, stark getrieben von Jürgen, da die Podcast-Szene etwas mehr zu formieren, weil wir stellen fest, es gibt wirklich viele Leute, die ja auch aus der Region podcasten, aber so einen richtig zentralen Anlaufspunkt mit so einem festen Stammtisch, den gab es bisher noch nicht in den letzten Jahren zumindest. Aber da vielleicht wieder, gebe ich mal wieder ab zu Jürgen, denn der ist derjenige, der das Ganze jetzt ein bisschen mehr ins Rollen bringt wieder. Naja, was wir halt jetzt machen, ist, wir organisieren quasi vier Meetups im Jahr, so alle drei Monate wollen wir mal die Leute zusammentrommeln und das erste war noch ein wenig dünn besucht, das letzte war jetzt gerade die Woche, da waren wir jetzt schon, ich glaube, zehn Leute, sowas um den Dreh. Also es gibt auf jeden Fall in der Gegend schon Interesse an dem Thema und da würde ich mir wünschen, dass wir da so als Szene so ein bisschen zusammenrücken. Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Idee, finde ich auch. Wir haben ja hier, Lars und ich treffen uns regelmäßig auch beim Podruhe, das ist in Essen, auch so ein Podcaster-Treffen, mal hervorgegangen aus einer Idee, die auch aus einem Podstock geboren wurde, mit dem Jan Gießmann zusammen. Parallel dazu hatte es der... Moment, Moment, du willst also sagen, Jan Gießmann hat das Podcast-Meetup erfunden? Ja, es gibt sogar einen Twitter, es gibt sogar einen Tweet dazu, das, glaube ich, steht, dass Jan Gießmann das Podruhe erfunden hat. Ah, okay. Ja, und wir haben die Erfahrung, dass der Zulauf sehr, sehr unterschiedlich sein kann. Also wir waren auch schon zu zweiter alleine gesessen, der Lars, aber es war trotzdem nett. Und dann manchmal kommen wilde Gesprächsrunden auf. Gerade in der letzten Ausgabe, da kamen tatsächlich zwei, die gesagt haben, wir tragen uns mit einer Idee, wir haben da was, könnt ihr uns mal irgendwie so, einmal so Basis erklären, wie funktioniert das denn eigentlich? Was braucht man denn eigentlich? Und dann haben wir uns hingesetzt und haben ganz spontan die Sachen so erklärt. Das war richtig schön. Aber es läuft immer sehr, sehr unterschiedlich ab. Also ich hätte auch gedacht, dass sich da so eine Gruppe bildet, die mehr oder weniger fest zusammen ist und dann auch irgendwie, sagen wir mal, ein Thema, ein Vortrag oder irgendwie sowas vorbereitet. Thorsten Runte wollte ich gerade noch erwähnen. Der hatte auch die Idee und das ist irgendwie so eine Gemeinschafts-Coproduktion irgendwie geworden. Der hatte damals auch mal Leute, ich glaube, man war immer einer von der GEMA da, der hat sowas über diese GEMA-Podcaster-Klausel erzählt. Im Moment ist es mehr so ein komplettes freies Treffen und wollte nur diese Erfahrung sozusagen herausgeben, dass es also, selbst wenn wenig Leute kommen, kann es beim nächsten Mal wieder ganz anders sein. Also wir hatten gerade letztens, ja da hatten wir sogar zwei geteilt. Die einen wollten mehr schnacken, die sind dann auf die Dachterrasse gegangen und die anderen, die haben sich mit uns hingesetzt und wir sind das also technisch durchgegangen. Was kann man an Mikrofonierung machen, was kann man an Audio-Devices, DAWs und so weiter benutzen. Macht auch Phonik Sinn, macht es keinen Sinn. Wo ist es, wo kann man, soll man selber hosten oder einen Dienstleister einsetzen und all diese Fragen. Und da, das war echt spannend, weil das auch für mich immer wieder so ein Moment ist, wo ich feststelle, ist doch ganz schön kompliziert. Also ich habe so meinen Workflow, den kenne ich, aber man kann auch noch, man könnte auch alles auf fünf andere Arten machen sozusagen und das ist immer wieder witzig. Ja, das stimmt. So ein bisschen war unsere Runde jetzt die Woche bei dem Meetup auch. Also da waren dann ein paar Anfänger da und es war dann auch ganz nett, so aus unterschiedlichen Produktionen, also es waren dann auch andere erfahrene Podcaster da, aber aus unterschiedlichen Produktions-Setups dann irgendwie da Tipps zu geben oder da dann irgendwie eine Empfehlung zu extrahieren, die man da gibt, das ist auch dann gar nicht so einfach. Und witzigerweise war im Nebenraum dann sogar noch, war Dolby da und die hatten noch so ein Projekt zu binauralem Audio, also im Grunde so Surround-Sound, aber mit Stereo-Kopfhörern und hatten das so mitgebracht, so ein bisschen als Spielerei, um abzuklopfen, ob das was ist, an dem Podcaster vielleicht Interesse haben. Ja, also war schon auch ganz bunt. Schön, schön, schön. Also da war Nürnberg Meetup. Seid ihr in diesem Meetup.com offiziellen Kalender? Genau, darüber kann man uns finden, über Franken-Netzwerk oder Franken-Podcast-Meetup, glaube ich, heißt die Gruppe. Also ich habe sie geerbt dieses Jahr, deswegen weiß ich noch nicht genau, wie ich habe. Franken-Podcast-Meetup, irgendwie so. Ich habe das Meetup irgendwann mal verlassen, weil ich gesagt habe, wir können uns auch über Sendegeld finden. Lars hat dann dankenswerterweise eine Webseite eingerichtet, wo wir die Termine reinschreiben können und dann ist eben auch gut, weil dieses Meetup, das wollte dann irgendwie, das wollte irgendwann mal richtig viel Geld kosten und da war ich dann ab einer gewissen Anzahl, Termine oder Menschen. Eine Menschen, ja. Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum ich es geerbt habe. Ah! Gar nicht so billig ist. Ja. Mal gucken, wie wir das, wie wir das vielleicht lösen in Zukunft. Also Franken-Netzwerk oder Podcast? Was war das jetzt? Ich glaube, Franken-Podcast-Meetup. Also die drei Worte in irgendeiner Reihenfolge müssten es eigentlich sein. Aber Jürgen, apropos Franken und Podcasts, du hast ja dann noch so eine kleine Meter-Seite eingerichtet, die du vielleicht auch noch pluggen möchtest. Ja, das stimmt. Genau, auch aus diesem Gedanken heraus oder das kam eigentlich dann beim letzten Meetup auch so der Wunsch, dass man, wenn man schon als Leute vielleicht gar nicht so einfach alle zusammenfinden, dass man doch zumindest die Podcasts aus der Region so ein bisschen bündeln und präsentieren können. Und daraus ist dann die Webseite Frankenhorcht entstanden. Und da ist im Grunde eine Liste aus Podcasts, die in der fränkischen Region produziert werden. Allerdings eine unvollständige Liste. Aber Achtung, das ist wichtig, beim Eingeben der Domain ein rollendes Erbe nutzen. Ja, natürlich. Kennt ihr eigentlich den Raiden? Ich weiß, wer es ist, aber kennen tue ich den nicht. Weil das Bränkische, das ist ja genau seins. Genau. Also das ist... Er ist ja auch ein Urgestein. Ja, und er hat wieder angefangen. Also der Raidinger, der war ja offiziell zu Ende und jetzt sind sie wieder da. Und das freut mich sehr. Also wer den Raidinger früher gerne gehört hat und ihn aus dem Catcher genommen hat, es lohnt sich, nochmal reinzugucken. Da ist wieder was gekommen. Ich glaube, dass der auch tatsächlich in dieser Podcast-Meetup-Ding, dass der da früher auch schon unterwegs war, glaube ich. Aber vielleicht kommt er ja wieder. Der stellt ja zum Beispiel diesen Team-Speak-Server, na, wie heißt das denn jetzt? Pod-WG zur Verfügung. Also wer eine Remote-Verbindung braucht und möchte zum Beispiel, aus welchen Gründen auch immer, das wunderbare Tool Studio-Link nicht nutzen, kann das zum Beispiel auch darüber machen. Manchmal treffen, dass sich die Leute auch einfach nur so, ohne dass irgendwas aufgenommen wird, sondern einfach nur zum Schnacken. Also das ist wohl sehr lebendig. Und Lars hat gerade recherchiert, wie er das ja immer tut. Er hat diese drei Worte in richtige Reihenfolge gebracht. Kannst du uns kurz aufklären, Lars? Jetzt, das heißt auch Podcasting-Meetup-Franken. Danke. Okay. Die drei Worte hättest du auch gerne selber sagen dürfen. Ich habe jetzt überlegt, war da jetzt noch mehr gefragt? Aber nee, mir fällt nicht mehr ein. Nein. Das Meetup, das den Veranstaltungsort nur anzeigt, wenn man Mitglied der Gruppe ist. Ist das so? Oh, das ist ja doof. Ja, das kommt aber gut, wenn ich den Veranstaltungskalender vorlese. Ja, aber wie kann ich denn dann Mitglied werden, wenn ich nicht mal weiß, wo ich hingehe, um Mitglied zu werden? Hm. Das ist natürlich auch eine gute Frage. Ist es Mitglied der Meetup-Gruppe, aber ist es der, wo man sich wirklich trifft, welche Gastronomie oder so, das wird eben nur angezeigt, wenn man schon Mitglied der Gruppe ist? Hm. Das soll ja natürlich jetzt niemanden abschrecken. Also wir haben da auch ganz gerne neue Leute und Leute, die vielleicht dann noch nicht podcasten und da irgendwie drüber nachdenken. Also da darf jeder gerne kommen und ich weiß gar nicht, warum. Ich kenne mich mit diesem Meetup noch nicht so gut aus, glaube ich. Ich werde da mal recherchieren, was man da machen kann. Deswegen habe ich es jetzt also reingeschoben. Ja, weil du so schön recherchierst, möchte ich auch mal, dass deine Stimme zu hören ist. Klar hätte ich drei Worte vorlesen können, aber ich wollte das nicht. Okay, okay, okay. Nun, tja. Was soll ich sagen? Zum Beispiel, ach. Ach. Ach bietet sich immer an. Ja. In der Bonusfolge 100, die ich ja jetzt zum Anlass genommen habe, Konfetti zu werfen und kleine Tischfeuerwerke abzuzünden, hier anzuzünden. Natürlich habe ich dabei das Mikrofon ausgehabt, gemutet, damit es nicht stört. Da habe ich heute gehört, habe ich reingehört, dass ihr über einen berühmten Menschen gesprochen habt. Ihr habt, also in der Bonusfolge, wie gesagt, zehn Hinweise und dann müssen Leute, also Philipp gibt die Hinweise und, äh, Quatsch, Jürgen gibt die Hinweise und Philipp und Dominik raten. Aber hier rotieren wir tatsächlich durch. Also bei diesen Bonusfolgen war eigentlich auch initial die Idee, dass Jürgen gar keine schreibt. Ah. Und dann? Ja, um so ein bisschen die Arbeit zu verteilen, aber dann habe ich mir gedacht, ach nee, komm. Wegen den zehn Hinweisen. Du hast ja Ghostwriter. Zumindest bei dieser Folge hat deine Schwester die Information zusammengetragen. Und eine habe ich gehört, die, ich glaube, der zweite Hinweis, da habe ich gedacht, die redet von mir. Oder ich habe gedacht, naja, von mir bist du übertrieben. Aber vielleicht kann der Sebastian mal eben einspielen, was ich da rausgeschnitten hatte. Zweitens, ich war das jüngste Kind eines Gemüsehändlers und dessen Ehefrau. Durch den Altersunterschied von sieben beziehungsweise neun Jahren zu meinen Geschwistern, durch meine römisch-katholische Erziehung und nicht zuletzt durch mein äußeres, klein und korpulent, hatte ich eine einsame Kindheit. Also, das dritte von drei Kindern, sieben und neun Jahre älter, kommt hin, ich bin römisch-katholisch erzogen, bin klein und korpulent und war in der Schule, hatte, also so ein bisschen Außenseitertum. Ich hatte alles, um eine berühmte Person zu werden. Und, was bin ich geworden? Podcaster. Der Podcaster der Herzen. Berühmter Podcaster. Aber ihr habt das super schnell erraten. Also, ich muss sagen, das ist beeindruckend. Also, wenn man noch so die alten Berufraten von Robert Lemke im Sinn hat, das ging ja bei euch echt fix. Schweindal hätten sie gern. Genau. Ja, wobei, ich sag mal, wir hatten schon die ein oder andere Diskussion, ob jetzt eine Person einfach oder eher schwer zu erraten ist. Von daher, ja, ja, es ist interessant zu hören, dass es relativ schnell geht. Ja. Also, du hast es auch erwähnt, in der Folge, dass der Dominik in letzter Zeit wohl sehr schnell richtige Treffer hat. Wir verraten jetzt auch nicht, wer die Person ist, damit der Hörspaß erhalten bleibt. Warum hat sich denn deine Schwester bereit erklärt? Will die da jetzt tatsächlich Ghostwriterin werden? Die macht das auch ganz geile, glaube ich, ja. Die findet da irgendwie auch Spaß dran, so Dinge, Dinge aufzuschreiben. Das liegt vielleicht in der Familie irgendwie. Vielleicht, vielleicht, könnte sein. Im Übrigen, an alle, die richtig schön gerne abnerden, mit ihrer Podcast-App, die Bonus-Folgen, da ist jeder einzelne Hinweis-Kapitel vermerkt. Also, das heißt, wenn man das irgendwie mit Freundin, Freund, Lebensgefährtin, Lebensgefährte, Oma, Opa, wem auch immer spielen möchte, kann man das ziemlich gut sogar mit einem, nein, wir hören nochmal den an, wir hören nochmal den an, wir überspringen den Hinweis, auch noch zu Hause machen. Ah, das, ja, Familienduell quasi sozusagen. So ein bisschen, ja, genau, genau. Schön, schön, schön. Boah, was bringt die uns für tolle Sachen mit hier? Ich bin gar nicht mitgekommen im Aufschreiben, aber sehe ich, ist alles wieder wunderbar dokumentiert hier. Und um es noch abzuschließen, an dieser Stelle solltest du uns hören, gute Nacht, Josch. Was ist das? Erklärung für alle anderen, Josch ist ein guter Freund von mir und der hat mir und uns irgendwann die Nachricht zukommen lassen, dass er, weil er selber so geschichtsbegeistert ist, den Podcast total gerne mag und das in Endlosschleife hört, bis er einschläft. Also der hat einfach alle Folgen in dem Player und hört dann einfach, bis er einschläft und morgens wacht er auf und das läuft immer noch. Oh Gott. Und es gibt ein, zwei Folgen, da sage ich einfach, gute Nacht, Josch. Und was ich ganz toll finde, das ist länger her schon wieder, dass das passiert ist und ab und zu kriege ich aber von ihm so Instant-Nachrichten, einfach ein, gute Nacht, Philipp, wenn er wieder an der Stelle vorbeigekommen ist und noch nicht eingeschlafen war. Oh, wie schön. Das gibt's auch. Ja. Ja, das mit dem Einschlafen und dass der Podcast noch so ein bisschen vor sich hin erzählt, das mache ich seit einiger Zeit auch und das ist irgendwie ganz nett. Allerdings habe ich da so einen Timer, wo ich dann irgendwie sage, so, spiel noch eine halbe Stunde, wahrscheinlich höre ich nur fünf Minuten, der Rest geht eh unter. Obwohl ich, ich käme nicht darauf, dass er die ganze Nacht durchspielt, obwohl ich das vor ein paar Tagen, da war ich mir nicht ganz sicher, ob ich diesen Timer überhaupt richtig gestellt hatte. Ich wurde nämlich wach und es spielte ein Podcast neben mir und meine Playlist war relativ dünn geworden. Also ich vermute tatsächlich, dass das Ding die ganze Nacht durchgespielt hat. Verrückterweise war das aber eine Nacht, wo ich irgendwie wilde Sachen geträumt habe und war total zerkatert am Nächsten. Ich glaube, es ist nicht so ratsam, seine Tiefschlafphase unter Einfluss von Podcasts zu durchleben. Das ist nicht so, also mir ist das nicht gut bekommen. Geben Sie dem Mann 100 Milligramm Oropax, er hat eine Podcast-Überdosis. Oh mein Gott, wer macht denn sowas? Intravenös oder ins Herz direkt? Sehr schön, sehr schön. Ja, meine Herren. Oropax habe ich noch nie wen umgebracht. Ja, dann wird es Zeit. Ich sehe das schon. Könnte man das denn tun? Vergiftet? Keine Ahnung, ich muss mal durchlesen, was in dem Zeug dritten ist. Du könntest es jetzt wieder mit dem Genuss-Element verbinden, dass es Schokoladen-Oropax sind, die sich dann im Laufe der Zeit auflösen und da dann sich irgendwas freisetzt. Pretty good, every flavor beans und die nach Ohren schmalzschmeckende. Genau. Okay. Naja, okay, wer es mag. Ich werde gerade bestätigt. Sascha, also unser Hörer, unser Power-Hörer, unser Immer-Hörer, der sagt, das mit dem Schlafen und dem Schlecht-Schlafen geht mir genauso. Wenn ich den Sleep-Timer falsch einstelle und der Podcast die ganze Nacht läuft, schlafe ich auch nicht gut. Sascha, wir haben was Gemeinsames. Boah, ich plage hiermit gleich eine neue Idee. Warum gibt es noch keinen Podcast nicht zum Einschlafen, sondern zum Träumen? Ein Podcast, der mir garantiert, dass ich gute, erholsame, spannende und vielleicht lustige Träume habe. Hm. Das ist mal so ein Geschenk an alle da draußen. Macht was draus. Traum-Podcast? Wenn du jemanden Podcast hätte, wo er solche Formate einfach mal ausprobieren könnte. Ja, wer macht denn sowas? Wer macht denn sowas? Keine Ahnung. Auf langen Alpha-Wellen gesprochen. Es gibt ja so... Es ist aber nur links dreht. Ja. Bei YouTube gibt es so Learning, wie nennt man das denn? Concentration Music oder Learning Music oder irgendwie sowas, also wo dann angeblich die Musik, was man da so hört, das sind mehr so Sphärenklänge, die werden dann irgendwie ausgewählt, dass besondere Hirnbereiche angeregt werden und ich meine, das wären irgendwelche Alpha-Wellen oder so. Wenn es manchmal ganz arg laut im Büro ist, dann mache ich mir tatsächlich diese Dinge auf und werde wunderbar müde dabei. Achso, ich habe jetzt gedacht, dann kommt immer sowas so ganz leise im Hintergrund, während die Musik läuft, dann Podcasts verbessern dein Leben, überweis mir viel Geld. Vielleicht, vielleicht. Wer weiß. Kannst du dann noch mit Minimalismus in der Minimalismus-Idee koppeln, so nach dem Motto, du brauchst nicht viel und alles zu viel auf dem Konto belastet dich nur, gib es ab, gib es weiter. Alles über 10 Euro belastet dich nur. Genau, dann können wir uns gleich mit ASMR auch noch koppeln. Mensch, hier kommt alles zusammen auf einmal, Wahnsinn. Bekraut es ein wenig von dieser Idee, aber gut. Man darf ja hier den Thema aussprechen. Sende Garten hören, es ist gut für deinen Hirn. Da bin ich mir nicht so sicher. Okay. Gut, dann sagen wir doch an dieser Stelle einfach mal Gute Nacht, Josch. Gute Nacht, Josch. Gute Nacht. Gute Nacht. Und kommen ganz langsam runter von der Gartenbank. Ihr bleibt ja bei uns, haben wir zumindest am Anfang so mal kurz angesprochen. Das heißt, falls euch noch ein Projekt einfällt, was ihr pluggen möchtet oder von dem ihr erzählen möchtet oder irgendwas in den Sinn kommt zu dem, was wir sowieso gerade noch besprechen hier, dann meldet euch einfach, redet einfach dazwischen. Ihr seid ja mit hier auf der Gartenbank und sitzt ums Lagerfeuer drumherum. Ist das okay? Gut. Gerne doch. Und ich danke schon an dieser Stelle mal für das wunderbare Gespräch. Das war richtig toll. Danke. Danke, dass wir hier sein durften. Gut, dann gehen wir weiter und kommen tatsächlich ins Querbeet. Ah, da frage ich doch mal eben nochmal den Philipp. Der hat ja jetzt ein Sprachtalent. Du hast doch vielleicht von diesem Podcast Equipment gehört, wo zunächst nur Single aufgenommen werden konnte, später dann Multi auf SD-Karte, jetzt Multi als Interface von diesem Hersteller, der klingt, als würde er aus Skandinavien kommen, aber eigentlich aus Australien kommt. Weißt du, wen ich meine? Du meinst, je nachdem, wie man es ausspricht, Road oder durchgestrichen.de oder R0.de oder Rödel oder Dankeschön. Ja, genau, den meinte ich und ich wollte mir nicht selber die Zungen zerbrechen, deshalb habe ich dich gebeten, was zu tun. Gerne doch. Diese Aussage wurde präsentiert vom Zungenzerbrechdienst. Genau. Den haben ja einige technikbegeisterte Menschen schon seit einiger Zeit auf dem Kieker, weil das einfach, es könnte so ein All-in-One-Gerät sein, was vielleicht der würdige Nachfolger des H6 ist, von der Größe her, vielleicht noch besser als dieses hochgelobte L12, aber da gab es ja so ein bisschen, wie gerade schon gesagt, so Wunschdenken. Jetzt hat sich der, ach das erzählt am besten der Sebastian selber, komm, erzähl, was hast du mitgebracht? Genau, der Ralf hat sich das mal genauer angeguckt, also wirklich sehr, sehr ausführlich und dazu im Sendegate mal seine Zusammenfassung geschildert, also sehr nerdig auch zusammengestellt und quasi eigentlich das Gerät einmal von vorne bis hinten durchgetestet. Da sind ein paar spannende Sachen rausgekommen, also wer irgendwie noch überlegt, das Gerät sich anzuschaffen, kann da sicherlich mal durchgucken, ob da Aspekte dabei sind, die vielleicht vom Kauf abschrecken oder vielleicht auch andersrum dann Zuspruch finden. Ja, kann man sich auf jeden Fall mal gut durchlesen. Überraschend war zum Beispiel, ich nehme mal einen so einen Kernpunkt raus, das ist der Limiter, der verbaut ist, das anscheinend ein bisschen klippt und das ist natürlich ein bisschen schlecht, weil dann ist Audio-Material in der Regel verloren gegangen und ja, also da wird auch einiges an Dynamik verschwendet, weil er doch sehr früh und sehr konservativ eingerichtet ist und das Problem ist halt auch generell, bei dem Gerät kann man nicht so viel an den Effekten einstellen und auch nicht Feintunen und dadurch ist man so ein bisschen aufgeschmissen, an der Stelle was zu verbessern und es ist wohl auch so, wenn man auf SD-Karte kann man wohl auch rausschalten, dass irgendwelche Effekte an sein sollen. Das funktioniert aber anscheinend auch nur so bedingt, also das umgeht das Problem auch nur manchmal und nicht vollständig, je nach Gain, den man im Gerät einstellt. Ja, das sind so ein paar Easter Eggs, die Ralf gefunden hat, wenn man so will und ja, genau. Ich habe das so ein bisschen quer gelesen und das, wo du gerade eingangs sagtest, etwas nerdig, das kann man eigentlich nur unterstreichen, weil du dann da irgendwelche Tests machst und so hört sich das hier an und so sieht die Kurve da aus und wenn man, was weiß ich, das und das einstellt, dann irgendwelche XY-Grafen werden dann da hingeschrieben, wo ich die Hälfte gar nicht von verstanden habe. Was ich aber so als Fazit heraushöre, würde ich sagen, Ralf ist nur so so lauwarm begeistert oder habe ich das falsch am Ende gelesen? Was denkst du? Ne, das ist schon richtig, also es ist, wenn man das Geld, was man da investiert, mal nimmt und das ist eigentlich ja auch das Versprechen sein soll, man kann damit aufnehmen und es ist quasi direkt produktionsfertig und man kann es dann einfach in den in die Veröffentlichung geben, dem ist dann eigentlich nicht so, weil gerade dieser Limiter und auch, da wird halt zum Beispiel auch sehr viel Dynamik verloren geht, sodass man das gar nicht direkt eigentlich ohne nochmal durch Auphonic oder durch eine eigene Prozessierung nochmal entsprechend aufbessert, um es auch hörbar zu machen bei, in lauteren Umgebungen und das geht da einfach, das passt einfach nicht so ganz zusammen, dann diese All-in-One-Lösung und du sagst es glaube ich eben auch im H6, also er hat auch ein schönes Bild mal gepostet, wo man sieht, wie der Größenvergleich so ist und da, also mit dem H6 würde ich es jetzt nicht unbedingt von der Größe vergleichen, das ist dann schon, schon eher eine ganze Ecke größer, also es ist jetzt auch nicht super kompakt, das Gerät. Ne, es ist größer, als es auf den Solo-Bildern, also als ich die Solo-Bilder gesehen habe, habe ich auch gedacht, der ist irgendwie kleiner und als dann tatsächlich mal so andere, andere Sachen da liegen, daneben lagen, wo man dann, ja, Banana for Scale sozusagen, dass man dann so, oh, es hat aber doch Ausmaße, so, also so viel muss ich mal eben rumtragen, naja gut, ist wahrscheinlich besser noch als das L12, das ja nochmal Hausnummer größer ist, ähm, ja, also was ich auch ganz witzig fand, ist, dass, äh, Ralf hat ja irgendwie eine Hingabe, sich an solchen Sachen zu verlieren und dann auch zu testen, aber die hat auch Grenzen, das habe ich zum ersten Mal wahrgenommen, weil er wollte da in irgendeine Diskussion verzettelt werden, so nachdem er, hat irgendjemand noch gesagt, ja, aber dies und das und jenes und dann hat er einfach gesagt, nee, ich mache jetzt hier Schluss, ich habe alles gesagt, was ich zu sagen habe, hier hast du noch ein paar Hintergrundinformationen, mach dir dann rein selber. Es gab tatsächlich auch mal ein definiertes Ende, das war mir neu, das fand ich witzig. Hast du das auch so gelesen? Ja, da ging es nochmal um das, äh, den Signalfluss hatte er da skizziert und er hatte da nochmal so ein bisschen den aufgezeichnet, aber da, äh, da ist halt im Handbuch dazu gar keine Information, glaube ich, sogar gibt, was so ein bisschen auch, ähm, schwierig ist für so ein teures Gerät, was eigentlich auch zum guten Ton eigentlich gehört bei, ähm, bei solchen Audio-Geräten, ähm, ja, da wurde er quasi auch hingewiesen, dass das noch nicht ganz vollständig wäre und klar, ähm, kann ich auch verstehen, ist ja letzten Endes auch nicht seine Aufgabe, dem Hersteller das abzunehmen, das sollte eigentlich der Hersteller liefern. Genau. Ich muss gestehen, für mich war das, diese Diskussion um das Gerät fast ein bisschen, ja, ich habe mich sehr unwohl gefühlt, weil ich erst gedacht habe, boah, ich habe mir jetzt sehr, sehr frisch eine L12 gekauft, war das vielleicht jetzt ein Fehlkauf, weil jetzt dieses alles erfüllende Gerät um die Ecke kommt, das all meine Probleme löst. Ich habe mich fast gut gefühlt, als das ein bisschen so auseinandergenommen wurde und die Schwächen aufgezeigt worden ist, weil ich dann gemerkt habe, so, nee, für das, für was ich das L12 gekauft habe, ist das genau richtig und die Sachen, die ich mir noch gewünscht hätte, liefert dann eben dieses Gerät auch nicht. Genau, es hat sicherlich Schwachstellen, also manche können durch Firmware-Updates vielleicht noch beruhigen werden, ich meine, da hat Rode ja auch einiges noch nachgeliefert, ich meine, gerade diese Mehrspur-Gefähigkeit oder paralleles USB und SD-Kartenschreiben, das war ja alles irgendwie am Anfang nicht mehr drin, das geht mittlerweile, aber ja, es sind leider immer noch so ein paar Themen, die vielleicht noch gelöst werden, aber vielleicht auch nicht. Das ist halt die Frage, die so im Raum steht und entweder wartet man da einfach noch ein bisschen, bis dann die nächsten Updates rauskommen, ob da was dabei ist oder ja, sucht sich halt oder nimmt halt gleich ein L12, wo man weiß, was man bekommt. Ein Feature, das das L12 hier hat, was ich total cool finde, ist ja, was du gerade auch angesprochen hast, gleichzeitig auf SD-Karte aufzunehmen und aber im gleichen Moment ein Interface zu sein. Ich habe mich wirklich gerade bei Live-Aufnahmen oder eben, wir haben es ja vorhin über diesen Podcast 8 gehabt, das sind einfach viele Momente, die sind spontan, die kann man nicht reproduzieren und wenn dann was weg wäre, das wäre halt richtig doof. Von daher bin ich da sehr froh, dass es diese Backup-Funktionalität gibt. Liebe Firma Zoom, wenn ihr da draußen seid, ihr könnt ein Zehner verlangen für ein Firmware-Upgrade, wenn das das H6 auch könnte. Ich glaube, das wird jeder bezahlen. Das wäre so cool. Wenn das technisch irgendwie machbar wäre, könnt ihr auch was dafür verlangen, ist okay. Es werden alle sagen so, Firmware-Upgrades dürfen dir nichts kosten, aber es werden alle happy, diese paar Euro ausgeben, anstatt irgendwie vielleicht ein neues Gerät rauszubringen, dass es dann extra kann. Bitte upgradet das Ding, wenn das technisch irgendwie noch drin ist. Bitte mach das. Ja, schließe ich mich voll an. Wer noch? Ja, auf jeden Fall, ja. Backups sind aber gut. Ach, du hast ja auch ein L12. L12, ja, L12, genau. 11-12 habe ich immer gedacht, aber es heißt L12. Hast du auch dieses, was Philipp gerade beschrieben hat, dieser Gedanke, ah, habe ich mir zu früh was gekauft, vielleicht möglicherweise? Ja, das schoss mir durch den Kopf. Ich bin ja über so einen etwas, etwas eigenartigen Weg an das Gerät gekommen, aber als das ein Thema war, glaube ich, war das andere Ding noch nicht ganz spruchreif. Nee, finde ich. Dann war es da und da habe ich gedacht, oh, okay, war das jetzt ein blödes Timing? Ist das jetzt das Traumding? Kann das jetzt wahnsinnig viel mehr und so? Ich persönlich bin so ein bisschen skeptisch, weil sie haben gezeigt, dass sie in relativ überschaubarer Zeit diese Features einbauen konnten. Und es stellt sich für mich die Frage, was halte ich von der Sache, wenn die so wichtige Sachen nachrüsten? Es ging nicht um Bugfixes, sondern wirklich um wichtige Features und warum waren die nicht von vornherein drin? Und am Anfang sprach man auch von einem ziemlich gehörigen Preisniveau. Nee, so, ich wusste am Anfang nicht genau, was ich damit anfangen sollte und habe es eigentlich nicht bereut. Als dann Features nachkamen und das Gerät dadurch konkurrenzfähiger wurde, da habe ich mir die Sachen dann mit großem Interesse durchgelesen und bin immer noch der Ansicht, das ist für mich nicht schlecht gelaufen, so wie das gelaufen ist. Und das L12 darf gerne bleiben. Also es gibt mehrere Wege, die nach Rom führen. Wer den H6 hat, kann mit dem H6 gut arbeiten. Wer den L12 hat, kommt damit ganz gut klar. Und wer sich den Rode Brüllkaster, Rot, wer sich die Rotshow geben will, der hat auch ein System mit Höhen und Tiefen und Schwächen und Stärken, was möglicherweise auch noch weiter verändert wird. Das ist ja tatsächlich eine Faszination. Und das, glaube ich, schreibt der Ralf da auch in seinen Bericht rein, was überhaupt die Hardware, also man hat dieses Ding da und allein dadurch, dass eben ein Stück Software geändert wird, bekommt es neue oder andere Funktionen und so weiter. Diese Flexibilität im Gerät, das ist auch faszinierend. Also es ist alles irgendwie in Software gelöst und kann dann eben auch geändert werden. Das ist schon, wenn man so einen alten Rekorder noch vor Augen hat, wo dann teilweise Sachen einfach fest verdrahtet waren und dann war das eben so, dann ging es nicht anders. So, und heute kann man die Sachen etwas anders gestalten. Faszinierend. Dann möchte ich jetzt bitte noch ein Firmware-Upgrade, um aus meinem Auto ein Cabrio zu machen. Ja, ein erfolgreiches Update hast du ja schon hinter dir. Seitdem habe ich mich nicht mehr getraut. Benutze Flex mit Autodach. Ja. Brauche ich nicht mal. Ich habe das mal in der Werkstatt gehabt, dass ich mein Auto zur Inspektion hatte und dann sagte er, ja, und wir haben ja auch nochmal die neue Software aufgespielt. Naja, was? Und seitdem, das war so eine Art Anfahrhilfe, die war jetzt plötzlich da drin. Das heißt, wenn ich mein Kupplungspedal kommen ließ, gab es automatisch Gas, damit es halt nicht ausgeht. Das war sehr, sehr witzig und sehr fremd. Was ist denn jetzt los? Lässt Kupplung kommen und dann, aber nach einer Zeit hatte ich mich daran gewöhnt und habe damit auch schön gearbeitet. Aber bis dahin war ich ja der Meinung, dass ich überhaupt keinen Bordcomputer hatte. Danach wusste ich, es ist doch anders. Das ist ja, ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass es noch ein altes, fest verdrahtetes Fahrzeug gewesen. Aber nein, das gibt es wohl nicht mehr. Gut, gut. Dankeschön. Haben wir noch was im Querbiet spontan? Mehr hatten wir nämlich hier planmäßig nicht. Habt es euch noch irgendwie ein Stück Technik oder eine Veranstaltung oder irgendwas zwischen die Finger gekommen, was hier vielleicht noch besprochen werden könnte. Ach so, wir können noch mal ganz kurz, weil der Philipp ja beim Postdoc dabei war. Du kannst noch was zu deinem Improvisationsworkshop sagen. Wie war das denn von deiner Seite aus? War das gut? Hast du dich wohlgefühlt als Vortragender oder wie war das? Total. Ich gebe auch manchmal so Workshops eben zum Bereich Improvisationstheater und Spontanität. Und was soll ich sagen? Ja, das war sehr schön. Was natürlich bedingt durch das METIE Podcast vorhanden ist, ist bei allen ein gewisses Sendungsbewusstsein und auch so ein Vorkenntnis und eine Vorbildung zum Thema Stimme. Das ist natürlich, liegt am METIE. Aber an sich, einfach schön mit den Leuten da so einen kurzen Einstieg gemacht zu haben. Normalerweise mache ich so einen Kurs natürlich dann eher so einen Tag lang oder so. Das war dann halt so ein kurzes Reinschnuppern, mal eine Stunde lang. Hat aufgelockert. Und was ich total nett fand, aber dass mir dann auch irgendwie Tage und ja, manchmal auch Wochen später irgendwie Leute noch darauf angesprochen haben und gesagt, oh Mensch, das war so gut. Das fand ich spannend. Also geht zu lokalen Improvisationstheatergruppen, macht mal einen Kurs an der VHS, probiert das mal für euch aus. Ich selber bin dazugekommen, ich wollte eigentlich nur Brot backen und hatte meinen ersten Job und war gerade so ein bisschen auf ein, ich brauche noch was anderes außer meinem Job. Das habe ich irgendwie gemerkt. Ich bin jetzt Anfang 20 und habe diese Erkenntnisse in meinem Leben und habe dann festgestellt, naja, dann könnte ich doch mal so einen Kurs Brot backen an der VHS machen. Kochen und backen tue ich recht gerne. Und nur zum damaligen Zeitpunkt war die VHS Bamberg, wo ich damals wohnte, unheimlich schlecht ausgeschildert. Die war in so einer Seitengasse, unbeleuchtet, in einer Einwandstraße. Und ich habe diese blöde VHS nicht gefunden und bin an der, so eineinhalb Stunden vorbeigefahren. Und dann war der Kurs auch irgendwann zu Ende. Aber ich immer noch nicht dort. Und dann am nächsten Tag habe ich gesagt, diese verdammte VHS, ich werde sie finden und ich werde einen Kurs besuchen. Und dann habe ich einfach das x-beliebigste, was mir zuerst vor die Nase fiel, gebucht. Und das war zufällig Improvisationstheater. Ich hatte in meinem Leben vorher nie eine Impro-Show gesehen. Keine Comedy-Show, kein gar nichts. Bin da rein. Hatte so eine seltsame Mischung aus verstört, hey, das ist richtig gut und das macht Spaß. Und bin seitdem dran geblieben. Bin irgendwie auch schon in mehreren Ländern irgendwie damit unterwegs gewesen, mit verschiedenen Leuten gespielt, mit Leuten aus Kanada, aus, ich überlege gerade, Argentinien, Brasilien, Frankreich. Hast du nicht gesehen? Habt einen Jugendaustausch damals noch gemacht mit einem französisch-deutschen Freundschaft-Theater-Kooperation und hab darüber viele Freunde kennengelernt. Und ja, so bin ich dazugekommen. Und das war die Erlangfassung von Wie war dieser kurze Kurs? Das war super, eine schöne Geschichte. Ich wollte Brot backen. Claudia hat schon gelacht. Das ist gut, ne? Und weißt du, was das Bittere ist? Ich hab bis heute noch keinen Brotbackkurs gemacht. Obwohl zum Ende, als sich meine damalige erste selbst gegründete Impro-Gruppe aufgelöst hat, haben die mir noch einen Gutschein geschenkt, dass ich mal irgendwo in eine VHS gehen darf und Brot backen. Vielleicht muss ich's doch noch nachholen. Hm. Und vor allem das Bittere war, der Kurs zum Brotbacken war, glaube ich, dann zeitgleich zu meinem Impro-Workshop. Das ist schlecht. Wenn man noch gedacht hat, ich könnte Brot backen lernen dort, aber nun gut. Das war das Problem beim Podstock, ja. So viele schöne Sachen, aber dann halt manchmal welche gleichzeitig. Weiß man gar nicht, wo man zuerst hin mag. Aber könnte man nicht fürs nächste Podstock sowas machen wie Brotbacken improvisieren? Hm. Da können wir das nämlich vielleicht zusammenwerfen, weil ich wäre nämlich eigentlich total gerne zu diesem Impro-Workshop gegangen. Hm. Ich sehe Übereinstimmungen. Fragen wir mal Bernd. Genau. Fragen wir mal Bernd, ob man das Ganze vielleicht gehen lässt, diese Gedanken. Ah, gute Idee. Sehr schön. Vielen Dank für den spontanen Eindruck in die Entstehung dieses Podcasts, ach, dieses Improvisations-Workshops. Sehr schön. Ja, gerne doch. Gut, dann sind wir jetzt tatsächlich durch das Querbeet und dann kommen wir zu dem Blühkalender. Was ist los in unserem Podcast-Land in den nächsten paar Wochen und Monaten? Der Lars hat die Übersicht. Ja, wie immer kommen die Termine aus dem Termin-Wiki im Sendegate und da sind dann hier die Podcast-Termine der nächsten drei Monate. Los geht's dieses Mal mit dem Leipziger Podcast-Meetup. Das ist am 24. Juli und es findet statt im Kala-Klara-Zetkin-Park. Los geht's um 20 Uhr. Alle Themen sind willkommen, so wie alle interessierten Menschen. Dann trifft sich die Funheim-Gruppe am 28. Juli in Speyer. Ab 11 Uhr wird das Technik-Museum dort besucht. Danach geht es weiter in die Innenstadt. Es gibt eine Telegram-Gruppe dazu. Auf dem Twitter-Account findet man die passenden Postings dazu, wie man da weiterkommt. Dann geht's schon in den August. Da gibt's vom 21. bis zum 25. das Chaos-Communication-Camp. Das findet statt im Ziegeleipark Mildenberg in Brandenburg, nördlich von Berlin. Bevor's die Tickets gibt, da ist eine Mail an Ticketbuchende rausgegangen mit einem Fragebogen über Anreisemodalitäten und so weiter. Da wird man gebeten, da noch etwas auszufüllen. Das Podcast-Meetup Leipzig gibt's auch wieder dann, nämlich am 28. August. Weiterhin ist man offen für alle interessierten Menschen und Podcast-Themen. Los geht's wieder um 20 Uhr im Clara Zetkin-Park. Am 14. September geht's dann nach Kiel. Da gibt's im Rahmen der digitalen Woche auch dieses Jahr den Kieler Podcast-Tag. Dieses Jahr schon zum dritten Mal. Und dieses Jahr geht's wieder ins KMTV. Los geht's morgens um 10 Uhr. Dann gibt's auch wieder das Podcast-Meetup Leipzig im September, nämlich am 25. Wie immer können dort interessierte Menschen kommen. Und man gibt sich weiterhin themenoffen. Los geht's um 20 Uhr im Clara Zetkin-Park. Am 30. September ist dann der International Podcast Day. Der möchte das Podcasting international feiern. Informationen, wie das passieren soll, gibt's unter internationalpodcastday.com. Dann ist offen wieder ein Podruhr geplant. Ein Treffen für alle Podcast-interessierten Menschen. Das ist ja heute hier schon genannt worden. Der Termin steht noch nicht endgültig fest. Aber wenn's alles klappt, soll das am 4. Oktober sein. Und das wäre dann auch wieder im Unperfekthaus in Essen. Und Beginn ist um 19 Uhr. Weitere Links zu den ganzen Terminen und eben somit auch weitere Informationen gibt's im Termin-Wiki im Sendegate. Das Wiki ist offen für weitere Einträge. und wenn also dort eine Veranstaltung ergänzt wird, dann taucht die auch hier im Sendegarten auf. So viel von mir. Danke, Lars. Bitteschön. Da machen wir eine richtig gute Nummer draus. Ich merke das schon. Es ist gruselig, oder? Ja. Und es wird von jedem von Mal zu Mal bitte schlechter. So will es das Gesetz. Oh ja. Super. Huch, bei mir geht's schon wieder ein Rechner aus. Na na na, die gehen ja alle in den Schlafmodus. Noch sind wir nicht so weit. Ich hab noch zwei Setzlinge und da kommen wir jetzt auch hin zu den Setzlingen. Die Setzlinge, das ist ja, wie gesagt, eine, Moment, wie ist mein Disclaimer, eine völlig subjektive und wertfreie Auswahl, willkürlich und überwiegend durch den Zufall bestimmt. Also was hier so auftaucht, ist keine Wertung, einfach nur gefunden oder zugelaufen oder ja, einfach entdeckt sozusagen. Und entdeckt habe ich da zum Beispiel einen Podcast, der das tut, was wir gerade auch schon besprochen hatten, nämlich anderen oder Menschen, anderen Menschen, die mit der Idee kommen und sagen, wir wollen einen Podcast machen, wissen aber nicht genau, wie das geht, die Sache einfach näher zu bringen und zu erläutern. Ich rede vom Innenhof-Podcast. In der Selbstbeschreibung heißt es da, Jonas Schönfelders Blog-Reihe Podcasts, alles, was du für den Einstieg wissen musst, wird jetzt am lebenden Objekt angewendet. Ines macht einen Podcast, ihren ersten Podcast. Zusammen mit Christopher werden die Basics besprochen, Erfahrungen ausgetauscht und Schritt für Schritt alles rund ums Podcasten erklärt. Also Ines fängt einfach an, sie macht einen Podcast und Christopher, der Christopher von Podicci, der ist dabei und hilft ihr sozusagen. Ich habe einen kleinen Ausschnitt mitgebracht und zwar genau wie letztes Mal, einfach die ersten 90 Sekunden und ich finde, die kriegen das ganz gut hin. Bitteschön. Was ist denn eigentlich ein Podcast? Ines macht einen Podcast. Ein Innenhof-Podcast. Genau, ein komplett neues Format. Ja, herzlich willkommen bei der ersten Folge dieses neuen Podcast-Projekts. Hier ist der Christopher von Podicci und neben mir sitzt die Ines. Hallo Ines. Hallo. Und ich mache jetzt mal in dieser Folge die Anmoderation, aber in Zukunft soll das eigentlich alles die Ines übernehmen, weil es ist ja eigentlich dein Podcast. Vielleicht erzählst du mal so ein bisschen, was wir jetzt hier vorhaben. Ich habe den Christopher gebeten, die Moderation jetzt wieder beginnt zu übernehmen, weil ich viel zu nervös bin. Wir haben vor, unsere Zuhörer das Podcast näher zu bringen und im Zuge dessen soll mir Christopher auch alles beibringen, wie man einen Podcast selbst produziert. Genau, also es ist einerseits ein Wissenstransfer von mir zu dir und natürlich ein Wissenstransfer von uns zu den Hörerinnen und Hörern. So einen richtigen Titel haben wir noch nicht. Arbeitstitel ist Ines macht einen Podcast, weil es soll ja auch darum gehen, dass du nicht nur die Aufnahme leitest, sondern auch den ganzen Produktionsteil übernimmst. Und ja, was wollen wir denn in dieser ersten Folge besprechen? In der ersten Folge wird es ganz grundsätzlich darum gehen, was ist denn eigentlich ein Podcast? Die Folgen werden sich so ein bisschen auf den Blogartikeln aufbauen. So, und da sind die 90 Sekunden zu Ende gegangen. Da ist gerade der Hinweis auf das Buch von Jonas Schönenfelder, also die Blogreihe, Podcast, alles, was du mit dem Einstieg wissen musst. Ich weiß nicht, ob es ein Buch ist oder nur eine Blogreihe, muss ich ehrlich gestehen. Aber jedenfalls, der Innenhof-Podcast erreichbar. Wer würde es nicht anders glauben? Unter Podigy, nämlich der Binnenstrich, oder Gedankenstrich, Binnenstrich, Binnenstrich-Innenhof-Podcast.podigy.io Da kriegt man die zu hören. So, zweiter Podcast, neuer Podcast, hat auch eine räumliche Benennung, der nennt sich, also der eine hieß der Innenhof, dieser heißt jetzt Vielzimmerwohnung. Das sind die Hanna, die wir vom Viele-Sein-Podcast kennen und die Christiane, bekannt vom Brainflix-Podcast und dem Audio-Viel-Podcast und die war auch in unserer Sendegarten-Ausgabe 67 schon mal hier bei uns zu Gast, den wir vom 35C3 direkt aus Leipzig gemacht haben. Die beiden haben sich gefunden über das Sendegate. Es kam so, dass die Hanna gesagt hat, wer würde denn vielleicht mit mir mal einen Podcast machen, wo ich nicht nur als Solistin in einem Mikrofon spreche, sondern auch quasi ein Gegenüber habe, was mich fragt über das Thema, über das ich sprechen möchte, nämlich die dissoziative Persönlichkeitsstruktur wird auch manchmal dissoziative Identitätsstörung genannt oder Persönlichkeitsstörung, aber die beiden haben sich vorgenommen, das Wort Störung so ein bisschen rauszulassen und das durch Struktur ersetzt. Das ist ein Phänomen, wo sich aus einer Person, aus dem einen Ich, was man normalerweise, was heißt, was die allermeisten Menschen haben, also als häufig erleben wir, eine Person hat ein einzelnes Ich, entsteht durch ein Ereignis, was ich nicht näher beschreiben kann und das soll auch zumindest im konkreten Fall von der betroffenen Person Hanna auch nicht näher beschrieben werden, aber es ist irgendwas passiert und aus dieser einen Person sind halt mehrere geworden. Also Hanna fühlt mehrere Personen in sich oder besteht aus mehreren Personen. Sie ist ein Wir und das ist eben auch der Titel ihres Solo-Podcasts Vielsein. Sie beschreibt dann eben, wie das ist, nicht nur eine Stimme und ein, ja, wie soll man sagen, ein Ich zu haben, sondern mehrere Ichs zu haben und mit Christiane macht sie sich jetzt gemeinsam auf den Weg, das nochmal im Dialog zu beschreiben. Das ist insbesondere deswegen interessant, weil Christiane von der Ausbildung her Psychologin ist, also ist keine klinische Psychologin, also auf jeden Fall aber beruflich mit den inneren Vorgängern in Menschen sich schon häufiger beschäftigt hat und natürlich auch diese, diese, ja, dissoziative Identitätsstörung in ihrem Studium bearbeitet hat, wenn auch, wie sie selber sagt, nur eher so am Rande, aber sie kann da vielleicht fachlich ein bisschen was sagen und Hanna ist inzwischen auch eine Fachfrau für das Thema und meint im Dialog einfach klarer und deutlicher noch darüber Auskunft geben zu können. Deswegen sind die beiden angetreten mit dem Podcast-Angebot die Vielzimmerwohnung. 90 Sekunden da rauszuschneiden ist mir schwer gefallen, es sind knapp zwei Minuten geworden und die hören wir uns jetzt mal an. Magst du da ein bisschen darauf eingehen, warum du dich, also ich hatte ja beim Sendegate eine Anfrage gemacht, wer sich das vorstellen könnte, ein bisschen darauf eingehen, warum du dich gemeldet hast darauf? Ja, kann ich gerne machen. Also ich kannte den Podcast viele sein, den ihr ja schon eine längere Zeit macht, vorher auch schon und hab den auch sehr gerne gehört und deswegen warst du mir dann als Person im Sendegate auch gar nicht unbekannt und diesen Podcast hätte ich natürlich nicht gehört, wenn ich nicht ein Interesse an der dissoziativen Identitätsstruktur gehabt hätte und insofern hab ich mich da gleich ein bisschen angesprochen gefühlt, auch wenn ich zu dem Zeitpunkt noch ein bisschen unsicher war, gerade was die ganze technische Umsetzung angeht, weil jetzt muss ich ja hier Ultraschall, wie wir gerade rausgefunden haben, selber bedienen, was eine kleine Herausforderung ist, aber ich glaube, der stelle ich mich jetzt einfach und ich glaube, das funktioniert auch. Das sind alles emanzipatorische Schritte. Richtig. Richtig, genau, ja. Man lernt mit seinen Aufgaben und ich hab mir gedacht, diese Aufforderung von dir oder dieses Gesuch ist eigentlich eine super Gelegenheit, um mich selber halt in diese Thematik noch viel, viel weiter einzuarbeiten, weil die bei uns im Studium sehr, sehr streiflich vernachlässigt wurde. Also klinische Psychologie ist ja ein Riesengebiet und unser Prof war da immer in bestimmten Störungsgebieten sehr ausführlich unterwegs und andere hat er dafür streiflich vernachlässigt, eben die Dissortiven Störungen, die wir uns im Grunde selber aneignen mussten, was ich sehr, sehr schade fand. Und insofern nehme ich das hier jetzt gerne an, um mich wirklich ganz tief in das Themengebiet einzuarbeiten, weil das ist ja auch so ein bisschen unser Anspruch hier, dass wir das Ganze mit wissenschaftlichen Befunden unterfüttern wollen. Ja, das beschreibt den Ansatz eigentlich ziemlich gut und ich habe auch mit Freude gehört, dass dabei eben gelacht wird, genau wie das der Jürgen gerade von der Schmerzenssache berichtet hat. Also ernstes Thema, aber trotzdem nicht so, dass man da die ganze Zeit irgendwie ins Taschentuch heult, sondern dass man auch ein ernstes Thema mit einer gewissen Leichtigkeit vermitteln kann. Im Gespräch geht das besonders gut. Das sind die beiden Setzlinge, die ich für heute mitgebracht habe und damit kommen wir auf die Zielgerade dieser Ausgabe, nämlich zu den Blütenschätzen. Aha, ich hatte vorhin gespoilert und gesagt, der Toybee ist ein Blütenschatz von mir und das ist er auch. Er hat nämlich in der neuen Ausgabe von seiner Nussschale in gewohnt kompakter Form einen Überblick zum Betriebssystem Linux gegeben. Also, was ist Linux, wo kommt das her? Er hat mit zwei Personen auch Einspieler gemacht, unter anderem mit der Luna. Ich glaube, das ist die Luna, die uns Feuerpoi auf dem Podcast gezeigt hat und ich komme schon wieder zu der Aussage, mein Gott, wie klein ist diese Podcast-Welt. Die erzählen ganz kurz und knapp eben, was Linux ist, wo es hergekommen ist und ich möchte mit dieser Empfehlung ganz besondere Grüße an den Pablo von der Bevuta IT schicken, der gesagt hat, boah, Mensch Martin, du kannst doch nicht als cooler Mensch mit sowas Uncoolem wie Windows hier umgehen. Ich habe gedacht, du willst auch Linux machen. Ne, mache ich nicht, aber ich habe trotzdem mit großer Freude da reingehört. So, ich sehe noch einen Blütenschatz von Claudia. Was hast du uns mitgebracht? Ja, ich habe jetzt einen etwas spontanen Blütenschatz, weil ich mir dachte, ich kann ja nicht schon wieder so unvorbereitet keinen haben und habe gerade einfach mal meinen Podcapture durchgeschaut und ich habe dort einen Podcast drin, die unterstrich Schreibenden, also nicht Bindestrich, Gefiertstrich oder ähnliches, Unterstrich, die unterstrich Schreibenden und zwar ist das ein Podcast von der Anja Gertz und die unterhält sich mit Menschen, die schreiben und zwar zu ganz unterschiedlichen Themen, also die kommen aus ganz unterschiedlichen Themenbereichen, also Roman, Krimi, auch Songtexte, Comics, Drehbücher, also alles, was halt so geschrieben wird und es geht dabei halt auch darum, wie die jeweils schreibende Person zum fertigen Werk kommt, aber eben auch, welche Einflüsse gibt es dabei, gibt es irgendwie Kritik, wie funktioniert bei dir das Plotten, wie kommst du auf die Ideen und so weiter und so fort und das ist eigentlich eine ganz coole Sache, sowohl eben für andere Schreibende als auch für Menschen, die gerne lesen, weil es durchaus auch so sehr persönliche Gespräche sind eben mit Menschen, die schreiben und es waren da schon zu Gast, so die Tatjana Kruse, mit der habe ich auch schon mal eine Folge gemacht, es war auch schon der Sebastian Fitzek da, der Mark Elsberg, also es sind ja, so alle, alle kann man kennen, muss man noch nicht kennen, lernt man dann kennen, also es ist eigentlich eine ganz coole Sache. Klingt spannend, vielen Dank, da könnte man tatsächlich auch mal reinlauschen. Ich frage mal in die Runde, Lars und Sebastian schreiben normalerweise ja hier in unseren Plan was rein und wenn da nichts steht, heißt das eher so, dass sie Mut haben zu keinem Blütenschatz. Sehe ich das richtig? Ja. Okay. An die beiden Gäste, Blütenschätze, das sind Sachen, die uns irgendwie besonders aufgefallen sind, also wo man einfach gestutzt hat und gesagt hat, oh, das war irgendwie ein interessanter Gedanke, schöner Podcast, schöne Episode, kann aber auch ein Buch sein, ein Film, ein Erlebnis, irgendwas. Habt ihr irgendwas sozusagen als im Sinne von positives Erlebnis gehabt, was ihr vielleicht mit uns teilen möchtet? Also was mich in der jüngeren Vergangenheit sehr gut unterhalten hat, war ein deutscher Podcast, wo es auch im Entfernten ums Schreiben geht und zwar ist es Dr. Ludwig und der Eingriff am offenen Herzen. Das ist ein Duo und einer von den beiden hat einen Groschen-Ärzte-Roman, so einen Bahnhofs-Groschen-Roman quasi geschrieben. Also ein ganz cheesy, ganz platt und flach und absichtlich quasi auch so ein bisschen ironisch und da geht es eben um einen Herzchirurgen und das trägt er seinem Mit-Podcaster vor und das ist so ein bisschen wie bei uns. Also der eine liest vor und der andere darf dann darauf reagieren und dazwischen fragen und seine Kommentare dazu abgeben. Und die haben jetzt gerade die zweite Staffel gestartet, wo sie glaube ich zusammen jetzt mit den Hörern irgendwie einen Roman jetzt im Laufe der Staffel schreiben wollen. Kann ich sehr empfehlen. Habe ich mitunter sehr gelacht. Schön. Klasse. Dankeschön für den spontanen Löten-Schatz. Findest du auch noch was? Gerne doch. Ja, super. Ich habe ein paar Kleinigkeiten. Eine, der mich direkt heute total berührt und mitgenommen hat, ist ein Podcast, den es schon eigentlich sehr, sehr lange gibt. der ist nämlich in dem Fall vom Mai 2016 und zwar bin ich ja jetzt so ein bisschen über Umwege wieder auf den US-Podcast Reply All gekommen und habe so angefangen, so erst die neuen Folgen und dann irgendwie doch von unten chronologisch und dann wie fange ich es jetzt an und naja, jetzt bin ich gerade vom Hörverhalten so, dass ich ziemlich von oben fast zur Hälfte durch bin und von unten fast zur Hälfte durch bin. Also langsam habe ich alle und das ist ein ordentlicher Backlog und eine viergeteilte Folge, die mich jetzt ganz schön mitgenommen hat, war jetzt On the Inside. Da geht es um einen Häftling und dessen Geschichte. Eigentlich wollte man den nur so ein bisschen beispielhaft interviewen und aus dem wurde dann aber eine komplette Story. Ich will da auch gar nicht so viel vorwegnehmen. Da geht auch so ein bisschen die Frage, wer ist diese Person wirklich? Ist die Person schuldig? Wer weiß? Und als Hörer sitzt man da schon sehr drin und macht sich selber die ganze Zeit viel Gedanken und ich fand es eigentlich recht angenehm, dass zwar die Interviewende immer ihre Meinung dazu gesagt hat, aber es ging auch viel, viel im eigenen Kopf los. So ein Ah, ich habe den jetzt so empfunden, aber wenn das so ist und ähnliches. Also ich will jetzt da auch gar nicht zu viel erzählen, sondern alle, die die Möglichkeit und der Lust haben, es ist englisch, es ist auch recht viel, es sind vier Folgen, also so fast zwei Stunden in Summe dann. Es lohnt sich. und das zweite ist in jüngster Vergangenheit jetzt eher aus einer ganz anderen Ecke kommend, einen Podcast, den ich sehr gerne über mag, heißt Wimav, Wiedersehen macht Freude. Das ist ein Film-Review-Podcast von Maria Lorenz und Nils Buckelberg und die laden sich immer Freunde dazu ein. Aber es gibt auch ein Sonderformat, das heißt, meine Freundin hasst die Lindenstraße und darin besprechen die beiden Folgen der Lindenstraße und wie der Titel schon vermuten lässt, ist Nils sehr großer Fan und Maria eher weniger und für mich ist das Ganze einfach unheimlich komisch. Ich habe nie in meinem Leben eine Lindenstraßen-Folge gesehen und die besprechen die jetzt chronologisch von der ersten Folge an. Ach du Schreck. Über alle Absurditäten. Das ist fantastisch. Haben die nicht 3000 oder so? Das ist doch ein Wahnsinn. Jetzt sind wir bei Folge 13. Also das ist, sie haben jetzt die erste DVD-Box zur Hälfte durch. Und die Folgen leben natürlich sehr von diesem Gefälle, dass er was toll findet und so Bemerkungen hat, so ein Guck mal, aber das ist eine Parodie drauf und sie völlig zu Recht sagt, ja, aber es unterhält mich nicht. Ich finde, es ist furchtbar geschauspielert und es nerven mich diese Figuren. Also man kann beide Seiten so gut nachvollziehen und plötzlich driftet diese Folge, die ich gedacht habe, naja, jetzt wird die halt wieder so unterhaltsam, driftet plötzlich in eine völlig ernste Diskussion ab, für die sie sich dann irgendwann fast schon regelrecht entschuldigt haben, aber ich saß am Kopfhörer und habe gedacht so, wow, hier passiert gerade was, toll, irgendwie fantastisch. In so einem vermeintlich erst mal so quatschigen Format kommt plötzlich so eine Tiefe und es stößt eine Diskussion an, die in so interessante Richtungen gehen kann, toll und das ist einfach meine Liebeserklärung an das Medium Podcast, dass solche Dinge auch einfach passieren können. Dieser Sendegarten endet mit einer Liebeserklärung an das Medium Podcast. Besser kann es gar nicht sein. Machen wir sofort Schluss hier. Das ist wunderschön. Ganz, ganz herzlichen Dank. Sehr, sehr schön. Ich hätte doch noch einen. Ja, ja gut, okay. Die Liebe endet nie. Komm, komm. Allerdings ist jetzt nicht mit einem Podcast. Wobei ich glaube, der macht auch einen Podcast, aber der kann man sich sicherlich auch, den kenne ich noch nicht, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Also mir ist ein Video aufgefallen auf YouTube von Ben Itter. Ist extrem nerdig. Geht nämlich darum, er baut sich quasi selber eine auf, ja, auf Birdcards, also auf Steckkartensystembasis, mit diskreten Bauteilen eine VGA-Videokarte und schafft es dann also, indem er quasi ein E-Prom dann auch mit einem Bild beläht, das dann auf dem, auf einem VGA-Monitor anzuzeigen. Es sind zwei Videos und er geht wirklich Schritt für Schritt durch die ganzen technischen Schritte durch und baut das halt sukzessive auf von nichts auf. Das ist so schön. Also das ist wirklich extrem cool und ja, da kann man wirklich sehr viel lernen. Also selbst wenn man schon Dinge weiß, aber sich noch nie mit VGA so intensiv auseinandergesetzt hat, ist das extrem cool und jeder, der da irgendwie an Elektronik Spaß hat, wird da sicherlich auch noch das ein oder andere lernen. Und er hat auch sogar einen 8-Bit-Computer gebaut, da gibt es auch eine Videoreihe zu. Und ja, also wirklich extrem faszinierend, wie viel Detail und wie viel Zeit er sich nimmt, dass wirklich dann von 0 auf 100 quasi dann zum Nachbauen in Videoform zu verpacken. Da hat gerade jemand was reingerufen. Das ist so schön. Ich weiß nicht genau, warst du das, Philipp? Ja, das war ich. Okay. Du kennst das also auch? Ja. Oder findest du die Idee so schön? Nee, ich kenn's tatsächlich konkret und ich finde es unheimlich schön, wenn sich Menschen mit etwas beschäftigen, um aus einer, wie soll ich sagen, aus so einer reinen Konsum- und Nutzhaltung hinzukommen, sich etwas zu ermächtigen. Ob es ist, dass man ein Stück Software lernt oder wie neulich jetzt einen, ja, Mensch, wie heißt er, ein, ja, Schauspieler, Entertainer, hat auch einen Podcast, ist aber jünger, war sehr viel bei Rocket Beans, hat lockige Haare, ich steh grad auf dem Schlauch, wie er heißt, sagt mir bestimmt gleich jemand, hat den Beef-Träger bei Jan Böhmermann gegeben, sagt's mir jemand schon? Nein? Wenn ich dann erwähne, ich einfach... Florentin Will. Dankeschön, Florentin Will natürlich, der hat vor laufender Kamera sein Laptop aufgeschaut, um, um, ähm, den Akku zu tauschen. Das ist ein bisschen auffindiger, ist halt ein MacBook und das haben irgendwann 800 Leute gleich der Dich gesehen und ich so, wie cool, wenn auch nur 10 davon irgendwie checken, boah, das kann ich eigentlich selber machen, wenn mal sowas ist und muss das Ding nicht einfach wegwerfen. Cool, weil ich find's einfach schön, wenn man die Chance hat, sich Sachen zu bemächtigen und selbst Dinge zu tun. Sei es, man lernt die Basics zum Kochen, man lernt mal Basics zu löten, man lernt die Basics zu, egal was. Es geht mir nicht darum, dass man es dann Tag ein, Tag ausmachen muss oder irgendwie damit viel Geld spart, sondern einfach aus dieser reinen, kompletten, ja, ich kann halt mir selbst nicht helfen, Haltung rauszukommen, sich zu emanzipieren und bei gewissen Dingen einfach auch Chancen hat, selber noch Dinge in die Hand zu nehmen. Das find ich was ganz Tolles. Plus eins. Find ich total grandios. Ja, du stimmst zu. Ja, ich stimme dem total zu. also nur ganz kurze, kurze Anekdote. Wir machen ja vom Chaos Computer Club halt dieses Projekt Chaos macht Schule, wo wir halt in Schulklassen gehen und da so Workshops zur Medienkompetenz. Und da waren wir mal an der Uni hier in Wien und alles Lehramtsstudentin. und ich hatte dann, also wir waren mit mehreren Leuten da und ich hatte in der Gruppe, die ich dann hatte, eine sitzen. Die hat die ganze Zeit dann halt irgendwie mit ihrem Telefon rumgetan und ich dachte, ja, okay, halt interessiert sie halt einfach nicht. Die hatte nämlich vorher dann halt auch erzählt gehabt, so ja, alles Blackboxen und es ist alles zwar ein netter Versuch von den Herstellern, aber man kann auch an so einem iPhone zum Beispiel selber den Akku tauschen. Das habe ich bei meinem jetzt auch mittlerweile zweimal gemacht und war dann halt da so in dieser Gruppe drin und das eine Mädel, die die ganze Zeit dann da halt irgendwie so abseits saß und nur auf ihr Telefon starrte und irgendwann quatscht sie mich so mitten im Satz von der Seite an. Wie kriege ich das Ding denn jetzt auf? Das war so, oh mein Gott. Hat die die ganze Zeit dann versucht, okay, wie kriege ich dieses Telefon eigentlich auf und hat sich damit echt beschäftigt. Okay, wir gucken jetzt auf ifixit.com wie würdest du tatsächlich eben dieses Telefon repariert kriegen. Es war einfach unglaublich geil. schön, 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 schön. Wo der Philipp gerade auch Kochen aufgezählt hat, habe ich irgendwie hirnautomatisch Backen ergänzt, weil das mit dem Sauerteig auf Potstock, das hat ja nun wirklich auch Wirkung hinterlassen. Also man kann Tobi Bayer kaum noch hören, ohne dass es irgendwann mal um Brotbacken geht. lustigerweise, lustigerweise habe ich im letzten Metacast in der 142 auch das Thema Brotbacken gehört. Nach einer guten Dreiviertelstunde dieser Sendung beschäftigen sie sich mit einer kompletten halben Stunde mit dem Thema Brotbacken. Der Martin geht da ziemlich steil als Verfechter des Selbermachens und die anderen, also zumindest, ach Gott, wer ist denn jetzt wieder der Philipp oder der andere, sondern der dritte. Jedenfalls, es entsteht ja so ein leichter Disput durchaus zwischen dem Selbermachen und wie, also ist die Triebfeder, ist das selber zu machen, bedeutet das automatisch das alles andere, was man nicht selber gemacht hat, schlecht oder gibt es da auch noch irgendwas dazwischen? Das ist ganz witzig und überhaupt, wie sie versuchen, der Philipp und der Masin versuchen, dem Jan klar zu machen, wie einfach es ist, so einen Sauerteig anzusetzen, weil die Bakterien, die kommen ja aus der Luft, man macht ja eigentlich nicht viel, man stellt denen ja im Prinzip nur Essen dahin und dann kommen die und dann vermehren die sich da und das zu transportieren war irgendwie ein bisschen schwierig, also wenn du dich zusätzlich zu allem, was du sowieso schon mit Backen zu tun hast, nochmal damit auseinandersetzen willst, dann kann ich dir den Metacaster 146 ab Minute 47 oder so, kann ich den nochmal empfehlen. Klingt gut. War sehr überraschend, weil normalerweise sind die auch eher Technik-Nerds und dann fangen die da plötzlich an über Brotbacken und Aromen und was weiß ich alles zu erzählen, das war schon ziemlich spannend. Okay, jetzt ist es aber wirklich genug. Wir machen hier einen Schluss, wir machen das Gartentörchen zu, ich danke ganz ganz herzlich allen, die an dieser Sendung hier beteiligt gewesen sind, natürlich auch diejenigen, die hier im Chat mit gewirkt haben. Es gab ein paar, also die paar, wie nennt man die, die üblichen Verdächtigen, die haben uns auch heute nicht alleine gelassen und ganz herzliches, ganz herzliches Dankeschön dafür. Ein paar Kommentare habe ich aus den Augenwinkeln gelesen, ich kann ja nicht immer so damit wirken, sonst komme ich hier ganz durcheinander. das ist meiner Monotasking-Fähigkeit geschuldet. Also, herzlichen Dank für die Teilnahme im Chat und ganz herzlichen Dank für die Teilnahme hier am Mikrofon und dann sage ich ganz herzlich erstmal Dank den Gästen. Ich fange mal an mit dem Jürgen. Herzlichen Dank, Jürgen. Ja, sehr gerne, danke, das hat Spaß gemacht. und ich schließe den Philipp an, auch dir einen herzlichen Dank. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Gerne, gerne. Und die Sendegärtnerinnen, die Mit-Podcasterinnen, die, ja, die Wichtel sozusagen, die Wichtelin Claudia, herzlichen Dank dir. Ja, danke auch. Und dem Sebastian für die Technik, die Bereitstellung und die Erklärung aller möglichen Schaltkreise und die, dass die Sorge für den guten Ton Dankeschön. Gerne. Und der Lars natürlich mit dem Kalender und auch den Links. Es ist wirklich unglaublich, also wer das hier noch nicht live erlebt hat, es wird irgendetwas besprochen und fünf Sekunden später ist der passende Link im Chat und das ist einfach ganz, ganz großartig und auch dafür auch ganz herzlichen Dank dir, Lars. Ja, wie immer gerne. War eine schöne Sendung. Und wir alle danken denen, die hier zuhören, die das live gehört haben. Das werden wahrscheinlich jetzt nicht so viele sein, aber und allen vor allen Dingen die, die das, wie das Podcast eben so eigentlich im Kern will, das später aus der Konserve hören, die das jetzt beim Autowaschen oder vielleicht beim Fahrradputzen, wo wir es mal etwas ökologisch schnittvoller machen oder beim Staubsaugen oder wo auch immer oder einfach nur auf der Wiese liegend in die Sonne schauend hören. Danke, dass ihr uns eure Ohren leidt und vielen Dank fürs Zuhören und dann sagen wir auch bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Kommt gut in die Nacht. Tschüss. 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 Tschüss.